rückkopplung genau ja muslims sagen ja immer das ist die trinität ist der erfindung von irgendein konstantin oder was weiß ich gewesen und das ganze alte testament ist von drei einigkeiten was zum beispiel wer soll denn sonst sein dessen hände und füße durchbohrt sind wer soll denn sonst sein um dessen mantel das losgeworfen wird also kann man ja nicht einfach die theorie gehört dass jesus jemand war der die schriften einfach so gut kannte dass ich so wir haben eine rückkopplung jedes mal wenn du redest dann hörst du mich nicht vor wem werden sich einmal alle kniebeugel von dem herrn jesus aber wie heißt es im alten testament das ist es ja du meinst den hirten israels david im psalm 22 und es werden sich einmal alle kniebeugen vor dem herrn jahwe da hörst du mich überhaupt noch okay dankeschön und viel spaß bei der arbeit okay danke zwei drei vier fünf sekunden später kommt das bei ihm an verzögerung aber dankeschön danke gold danke dass ich danke dass ihr für mich betet schöne bad wie unsere prophet maschallah ja dankeschön schöne bad du hast eine schöne bad genommen ich komme gleich wieder ihr lieben ich gehe mal kurz eine bad nehmen doppelten widerspruch doppelte sichtbarkeit einschränkungen für dr ich dachte du bist entdrückt ja das wäre heftig auf einmal ich werde so entdrückt und ihr auf einmal sagt der monore im chat das wäre heftig um gottes will möge der jesus christus jeden einzelnen von euch auch dabei sein lassen ja amir tiktok zentiert deinen chat ich weiß amir man kann nichts kommentieren ich weiß soweit man hier irgendwas kommentiert die filtern das alles ich weiß nicht was das ist dankeschön danke dankeschön danke dankeschön danke boah ich lag seit freitagabend lag ich nur noch im bett nur noch mit tee und und hier hast du nicht gesehen ne salzstangen und ab nur rohkost habt ihr gesehen ich hab drei vier vier kilo abgenommen locker hast du den film gesehen ne was das ist da heftig oder was worum geht es denn da salom oder gott zufrieden dir alles klar ich habe eine frage wo finde ich das mit den dämonen oder djins oder wie auch immer die heißen wo die sagen wir haben einen guten koran reizitation gehört das ist so ich glaube das ist die schlugger 73 müsste es sein 72 oder 73 73 aber vers kann ich nicht mehr vers kann es nicht mehr aber vers kann es nicht mehr wir haben einen wundervollen koran versammeln versammeln das ist doch vorbei oder ich gucke ganz kurz mal dankeschön erwarte es ist surja jinn ja genau surja 72 ach surja 72 ok ich hab drei nehm im rest ach surja 72 guckmal hier wie es schon anfängt sag o prophet mir wurde offenbar dass eine gruppe von djinn dem koran zuhörte und zu ihren mit jinn sagte wir haben tatsächlich eine wundersame rezitation gehört Ich würde niemals diesem Buch vertrauen, wenn Satan's Dämonen das gefällt. Jetzt versteht ihr auch, was denen auf einmal gefällt, wenn sie das auf einmal rezitieren und hier anfangen zu Nackentherapieren. Verstehst du? Das kann teuflisch ja nicht sein, Bruder. Aber es gibt, guck mal, diese drei Sachen, die du gebracht hast, damit kannst du eigentlich, da kann keiner mehr was sagen, mit dieser, wer ist derjenige, der Hass und Feindschaft schürt, wer ist derjenige, der Menschen in die Irre führt und wer ist derjenige, der Dämonen sendet, Bruder. Weil das finden wir alles im Koran. Wer die Hölle mit Menschen füllen will, alles Allah. Und das auch noch, also deutlicher kann es doch Allah gar nicht mehr machen, dass er der Dämon ist. Das ist das. Ich habe es euch immer wieder gesagt, Allah ist in Wahrheit der größte Allah. Satans. Dafür brauchen wir nicht mal Tafsih oder Hadith, das ist ganz einfach Koran. Du musst nur dein Gehirn anmachen, das reicht schon. Du hast nur ein offenes Herz, der Gehirn anmachen, zwei gesunde Augen und los geht's. Amen, das ist so sieht's aus. Die meisten sind leider ignorant, die denken so, ja, ich bin damit aufgewachsen, das ist meine Kindheit und die verbinden etwas mit ihrem Kind, weißt du, weil Kindheit verbinden die damit, weil jeder Mensch liebt so, die schönste Zeit war immer die Kindheit. Und das war halt dieses, wo man aufgewachsen ist. Und da sind die halt mit dieser Religion sozusagen und deswegen ist es so schwer für die Menschen, das auch loszulassen. Und da gibt es manche, die hören auf die Wahrheit. Was nimmt man denn an einer Lüge festhalten? Das ist doch Quatsch. Das ist doch nur, weil die Familie daran festhält. Oder das Gefühl. Das Gefühl und die Familie. Ja. Ja, Bruder, so sieht's aus, aber ich sag auch immer zu den Menschen, guck einfach, hast du ein gutes Gewissen dabei? Weil es ist immer, finde ich, eine Frage des Gewissens. Bist du zu 100.000 Prozent sicher, dass Allah der wahrhaftige Gott ist und dass er dich niemals im Stich lässt, also dein ganzes Leben lang? Und wenn du dir, wenn du nur einen Funken Zweifel hast, dann kannst du dir auf die Knie gehen und fragen. Und die meisten Menschen haben so ein bisschen Zweifel. Denken sich, aha, ehrlich gesagt, ich weiß gar nicht, ich bin mir gar nicht so sicher. Und da sage ich, ja, guck mal, dann geh und frag. Es gibt ja auch eine Stelle, ich muss die gleich mal raussuchen, in dem Abu Bakr sagt, selbst wenn ich mit einem Bein im Paradies wäre, wäre ich mir nicht sicher, dass Allah mich doch in die Irre führen würde. Hältst du nicht so eine Angst haben, wie vor Allahs Irreführung? Ja, brav. Wenn er mit einem Bein im Paradies wäre, würde er sich immer noch nicht sicher sein, weil Allah kann ihn immer noch in die Irre führen, wie er will. Es gibt doch auch so ein Hadith, ist das aber, glaube ich, wo Allah sagt, wenn jemand nicht sündigen würde, ich würde ihn von der Erde wegnehmen und ich würde einen neuen Menschen da hinsetzen, der sündigt und mich dann um Vergebung bittet. Wenn ein Mensch halt nicht sündigen würde, würde ich sie austilgen von dieser Welt und würde sie ersetzen durch eine andere Menschheit, die von morgens bis abends sündigt, um mich um Vergebung zu bitten. Guck dir das mal bitte an. Wenn das nicht der größte Satan ist, dann wäre ich auch nicht mehr. Der Allah, der will Menschen, die Irre führen, der will Hass und Feindschaft unter Menschen sehen, der sendet Dämonen, der will das Menschen sündigen, indem er sagt, wenn er nicht sündigt, dann schmeißt ich dich von der Erde. Und er hat die Schwarzafrikaner für die Hölle erschaffen. Bruder, er ist doch dafür verantwortlich, dass ich sündige. Das ist doch Schicksal alles, wenn ich sage, ist doch diese Karte oder wie das heißt. Wo sieht es aus? Der Allah hat das in dir vorherbestimmt, wie viel Ehebruch und wie viel Sinna du begehen sollst. Wahnsinn, ne? Allein da geht es doch schon nicht auf. Allein an diesem einen Punkt, weil das ist ja ein Punkt, das glaubt ja jeder Muslim, dass es Schicksal ist. Weil die wollen Allah möglichst mächtig machen und da sagen sie, ja, er hat alles in der Hand, er leitet alles, er macht dies, er macht das. Weil die ermöglicht, der Mensch will ihm möglichst viel Macht geben Gott. Aber die denken gar nicht nach, würde Gott überhaupt das machen so? Will er Menschen leiten in die Sünde und so? Nein. Allein schon an diesem Punkt geht der Islam gar nicht auf. Weil Allah ist derjenige, der die Menschen zum Sündigen treibt und der auch dich hier auf TikTok bringt, damit du über den Islam aufkläst. Das ist Allah, der das macht. Genau, deswegen kriegt er kein Kamehameha! Okay, mein lieber Bruder, ich danke dir vielmals, dass du mir das gezeigt hast. Und ich wünsche dir noch einen wundervollen Tag mit dem Herrn an deiner Seite. Und deine Arbeit so schön, was du machst. Und der Herr ist mit dir. Man sieht auch, dir passiert auch nichts. Also der Herr, der leitet dich in dem, was du sagst, in dem, was du tust. Und wenn man nicht mehr da will. Aber der Herr hat sich ja dadurch offenbart. Zweimal hat er mich ja bewahrt vor dem, ihr wisst schon. Von daher hat er allen bewiesen, dass er lebendig ist. So sieht es aus, mein Bruder. Also ich wünsche dir noch einen schönen Tag. Ja, mach's gut. Gott sei Dank. Mach's gut, ciao. Ja, endlich bin ich mal durchgekommen. Amir, ich wollte dir sagen, super Arbeit und ja, mach weiter so. Endlich bist du in der Dr. 10, aber am Milchschung gelandet. Super. Ich hab's gesagt, endlich bin ich in der Leitung. Ach Gott, du fängst jeden mal zum Nachhören. Sehr schön, ne? Du machst es echt super und weiter so. Ja, alle in den Christus. Ich bin ja auch Jesidin. Ich weiß nicht, also ich höre ja ab und zu mal Leute, die drin sind und so. Ja. Es ist auch schade, wie manche Leute von uns halt sich manchmal verhalten und so weiter. Aber ja. Ja, ihr Jesiden könnt ja auch, wenn zum Beispiel Muslime zu euch sagen, ihr seid so Teufelsanbieter, dann kannst du nicht auch Stellen aus dem Koran sagen. Dann sagen, wenn wir Teufelsanbieter sind, was ist denn dein? Der Heinz, der Freundschaft zwischen Menschen sehen will, der die Menschen in die Irre führen will, der die Hölle mit Menschen führen will. Was denn, der unterstützt sich deinem Gott und dem Satan denn? Ja, genau. Ja, da hab ich so eine Diskussion gehabt mit einer Freundin von mir, die ist auch Muslime. Und ja, die hat mich als Islamhasserin bezeichnet und, und, und. Na, und ich soll mal mit dem Namen reden. Da musst du sofort sagen. Da musst du sofort sagen. Ja, aber deine Religion ruft dazu auf, mich zu unterdrücken. Soll ich diese Religion lieben oder was? Ja, die sagte immer, ich verstehe alles falsch. Ja, wie, ich verstehe alles falsch? Ich verstehe nur mit deinem Buch. Wie kann man denn das falsch verstehen? Ja, so ist es. Ja, schon traurig, ne, dass die Menschen sich halt so blockieren, ja. Das sind zwei die Szenen. Ja, das ist schon traurig. Was wolltest du sagen? Bitte? Du wolltest noch was sagen. Ähm, jetzt bin ich gerade aus dem Augenblick. Ich bin so ein bisschen nervös, weil ich hab nicht gedacht, dass ich durchkomme bei so vielen Leuten. Ja, wie gesagt, ich find's halt schade und so, dass man halt sich so blockiert und so weiter, dass man nicht selbst versucht, ähm, mal selber die Sache nachzugehen und was da drin steht. Ja, das ist halt schon traurig. Ja, natürlich. Dann lass ich dich mal gehen. Nein, ich bin so schlimm. Mir fällt gerade nichts mehr ein. Ist nicht schlimm, falls dir was einfällt, kannst du ja mal auch hochkommen. Gerne, okay, Amir, mach weiter so und danke dir. Ja, ich wünsche mir von Herzen, dass du auch eines Tages zum Herrn findest, ne, weil ohne den Herrn Jesus Christus gibt's keine Vergebung der Schuld, meine Liebe, ne. Ja. Auch, und das muss ich dir sagen, aus Liebe zur Wahrheit. Ja, Amir, danke dir. Gott segne dich, mein Lieber. Danke dir auch, ne. Ciao. Ciao. Schlepp doch mal. Ich schmeiß dich schon raus. Hallo, Amir, ich bin's nochmal, Entschuldige. Ich hab gehört, es ging um die Verse, wo Allah uns in die Irre führen soll. Und ich wollte nochmal den Vers suchen, weil ich hab den nicht gefunden. Wo Allah die Menschen in die Irre führt. Genau. Surah 16, Vers 93. Surah 16, 93. Genau. Und könntest du mir den ganz kurz erläutern? Ja, Allah leitet recht, wen er will, und Allah führt in die Irre, wen er will. Und das ist nicht nur in einer Stelle, sondern im gesamten Koran findest du das. Und dann gibt es zwei Stellen im Koran, wo Satan selber spricht und sagt, ich bin derjenige, der die Menschen in die Irre führt. In Surah 4, Vers 119 und Surah 15, Vers 39. 4, Vers 19. Ah, in Surah 4, Vers 119. Aha. Okay. Perfekt, ich danke dir. Das hab ich gebraucht. Ja, genau. Und dann siehst du, dass Allah und Satan genau dasselbe machen, weil Allah und Satan ein und dieselbe Person sind. Und genau das wollte ich meinem Kollegen zeigen. Ja, da gibt es noch, ich könnte mal ein ganzes Video darüber machen, wie Satan und Allah sich die gleichen Eigenschaften teilen. Das ist unglaublich. Allah ist der Stolze und auch der Teufel ist der Stolze. Ja, wer ist jetzt was? Wer ist jetzt was, ist die Frage. Ja, genau. Wer ist denn jetzt der Stolze, Allah oder Satan? Ja. Und dann gibt es noch einen anderen Vers, wo Allah die Stolzen hasst. Hasst er also sich selber oder was? Ein Widerspruch in sich. Ich danke dir auf jeden Fall für diese Versen. Also das Ganze findest du in Surah 59, Vers 23 und Surah 16, Vers 23. Und dann hasst der Allah diejenigen, also die Stolzen. In Surah 3, Vers 34. Äh, Surah 2, Vers 34. Okay. Könntest du das vielleicht, wenn du Zeit hast, in dein WhatsApp reinmachen? Ja, werde ich machen für euch, ja, ja. Werde ich machen. Ja, ja, perfekt. Gut, dann mache ich mal. Da siehst du, da siehst du mal die Parallelen, da siehst du mal die Parallelen zwischen Allah und Satan, die kriegt Schock, ey. Ja. Gut, dann mache ich mal Platz für andere, bedanke mich dann, ja. Ja, alles klar. Gott segne dich, mein Lieber. Dir auch. Ja. Das ist schon erstaunlich, ne, ihr Lieben, dass der Gott des Islams so genau dieselben Eigenschaften wie der Teufel besitzt. Und das jedes Mal aufs Neueste zu sehen ist. Ich liebe dich, ich liebe euch auch, Eni. Gott segne dich. Armin, willkommen in deinem WhatsApp durch einen Link. Den findest du in dem anderen Account mit den 16.000 Follower. Armin, willst du mein Bruder sein? Ja, wenn du an den dreieinigen Gott glaubst, wenn du glaubst, dass Jesus Christus ins Fleisch gekommen ist, wenn du glaubst, dass er für deine Sünden gestorben ist und auferstanden ist, dann bist du mein Bruder, ja. Dann bin ich dein Bruder und du bist mein Bruder. Meine Bruder, meine Bruder, Bruder. Aber es ist eine gute Sache. Da werde ich später mal da reinposten. Da werde ich später mal reinposten. Allah und Satan. Ich muss das alles nur raussuchen. Nicht, dass ich irgendeine falsche Suche wiedergebe oder falschen Vers. Ich muss nämlich alles kontrollieren. Aber ihr wisst ja, sobald man einen Pups von Fehler gemacht hat, sofort stürzen die Muslime sich auf dich. Na ja, guck mal, der hat einen Fehler gemacht. So nach dem Motto, ah, guck mal, der hat gepupst. Deswegen muss man immer akribisch aufpassen. Akribisch darauf achten. Aber der ist ja, sobald er ist, hörst du mich? Ja, ich höre dich lieber. Habt ihr mich hören schon, oder? Ja, Gott sei Dank, das ist ja deine Familie. Ja, dich auch. Ja, ich schaue mir das von dir jetzt schon länger an. Also schon länger auf jeden Fall. Aber ich stürze mir das Ganze und ich finde gut, was du machst. Aber ich finde halt, weil ihr sagt sie immer, man muss halt neu geboren werden. Und ich finde das irgendwie, ich kann das irgendwie nicht so, also vielleicht steht auch so drin, aber weil ich habe Großeltern gehabt, die waren 60 Jahre verheiratet, die waren alle zwei gläubig, sind immer in die Kirche gegangen. Jede Woche sind die in die Kirche gegangen, haben ihren Dienst getan und ich bin mir sicher, dass meine Großeltern nicht in der Hölle gelandet sind. Ja, weil die haben immer, immer, auch beim Essen, das Kreuz ist gehangen, im Schlafzimmer, also das war bei uns eigentlich immer Thema. Das ist das Einzige, was ich halt nicht, also ja, es kann sein, dass es so in der Bibel drinsteht, das kann schon sein, aber ich glaube einfach nicht, dass es, dass solche Menschen, also wie meine Großeltern zum Beispiel, oder ich habe zwei Großeltern gehabt, auch von meinen Großeltern, das waren meine zwei Großeltern, sehr katholisch, also da ging es nur um Glauben, da ging es nur darum, also wo ich auch Kind war, mit meinem Bruder in die Kirche gehen, alle Kirchen zeigen, ja und die waren auch sehr, sehr gläubig und die waren, sind auch nicht wiedergeboren, die waren von Haus aus, von Kindheitsamt sind die so aufgewachsen und sind auch immer, haben ihren Dienst getan und deshalb bin ich der Meinung, das finde ich nicht in Ordnung. Ich verstehe schon deine Meinung, weil es eben drinsteht, aber ich kann es einfach nicht, ich kann mich damit nicht abfinden, dass die dann in der Hölle sind, jetzt halt, weil es waren Christen, ja, es waren, sie waren immer Christen und, ja, sie haben halt nicht geweint, aber sie haben halt immer gespendet, auch zu Weihnachten, die hat sogar in das Körbchen, wo Geld reinkommt, hat die immer eine Karte reingeschmissen, also eine, ja, Sparkonto, wo gespart worden ist, Sparkonto, genau, Also, und deshalb bin ich der Meinung, dass meine Großeltern und meine Großtanten nicht in der Hölle sind, ja, aber so finde ich dein Content, Content sehr, sehr gut, vor allem den Moskern so ein bisschen, ein bisschen entgegen zu kommen, he, aber so finde ich dich gut, du hast einen sehr guten Charakter, man merkt auch bei dir, dass du mit Jesus bist, also man merkt es einfach, deine Augen, du strahlst, man merkt es einfach, dass du einfach mit Jesus bist, ja, das wollte ich einfach nur sagen, he, und, ja, Und, ja, und, dass ich, dass ich das gut finde, was du machst, halt, ja. Okay, aber du weißt schon, dass nicht jeder, der jetzt in ein Gebäude reingeht, oder, beziehungsweise jetzt auch in eine Kirche, sich jetzt Christen nennt, es gibt so viele Menschen, die einfach nur traditionsmäßig einfach nur in die Kirche gehen sonntags, weil sie sich daran gewöhnt haben, verstehst du? Ja, aber, ja, aber so wahrer Glaube oder sowas ist das jetzt nicht so, verstehst du? Aber ich kenne ja deine Oma oder deine Oma nicht, ich kannte mir keinen Teil. Weil die waren sehr, also, die, also, deshalb, das war ich ja bisher, das ist schon ein bisschen beleidigt von euch, also nicht von dir auch, auch von dem Evangelisten und so, weil die reden ja auch so, und ich bin halt der Meinung, dass meine Großeltern ganz sicher nicht in der Hölle sind, weil die haben ihren Dienst getan für Jesus und für Gott und, also generell für Gott, und, ja, ich finde halt, ja, das ist das Einzige, was ein bisschen aufstoßt, weil, wenn du das dann hörst, dann denkst du dir, Ich bin weder Gott noch, äh, spiele ich mich hier als Gott auf. Ich kenne deine Eltern, beziehungsweise deine Großeltern. Ich weiß ja gar nicht, was die überhaupt in ihrem Glaubensleben überhaupt geglaubt haben, oder was die gedacht haben, oder was die da praktiziert haben, ich kenne sie nicht. Ich kann mir auch gar kein Urteil darüber bilden, aber ich will dir nur damit sagen, dass nicht jeder, der einfach in ein Gebäude reingeht, oder jemand, der in eine Gemeinde reingeht, auch gerettet ist. Du musst wahrhaftig ein Kind Gottes werden, um gerettet zu werden, das ist das. Der Schlüssel liegt in, in der Vergebung und in der Reue zeigen des Herrn Jesus Christus, seine Gottheit annehmen und zu glauben, was er für dich am Kreuz getan hat. Ja, das war wirklich gesagt, ich finde es gut. Das Einzige, was mir ein bisschen aufgestoßen hat, immer so, ja. Aber so will ich dich jetzt nicht aufhalten, so fühle ich dich in Ordnung und mach weiter so. Okay, mein lieber Gott, segne dich von deinem. Ich will dich auf, was ich mich rausschmeißen. Du bist ja noch hier, du lebst ja noch. Mach du dir ein bisschen Gedanken, deine Ewigkeit, ne. Lies ein wenig die Bibel und nimm wieder ein wenig. Mach ich. Jesus Christus wieder. Nee, ja, kann ich das sagen. Okay, bis dann. Servus. Kannst du mich rausschmeißen? Ja. Ja. Das ist das, ne. Es gibt sehr viele Menschen, die zum Beispiel in die Kirche gehen, aber auch gar keine lebendige Beziehung zum Herrn Jesus Christus haben. Das ist dann für sie wie Tradition. Und wenn du sie auf einmal fragst, ist Jesus Christus Gott, wissen sie es noch nichtmals. Das ist das. Dann sagen sie, ja, der ist nur der Sohn Gottes. Ich kann mit euch durch die Kirchen gehen. Die meisten, die dort sitzen, verstehen überhaupt gar nicht, was sie da eigentlich glauben. Und wenn der Priester ihnen sagt, ja, der Arme hat recht, ja, Jesus ist Gott, sagen die auf einmal, wie? Jesus ist Gott? Wir dachten doch, der ist nur der Sohn Gottes. So heftig ist das. Das ist das. That's the problem. Sie haben sich also niemals damit richtig auseinandergesetzt, ne? Nee, richtig damit auseinandergesetzt. Schade. Schade. Sie hatten die Möglichkeit ja gehabt, sich damit komplett auseinanderzusetzen. Weil hier in Deutschland hast du ja die komplette Möglichkeit, dich in Ruhe hinzusetzen und dem Ganzen nachzugehen. Versteht ihr? Du bist also nicht unter Druck oder jemand verfolgt dich oder so wie in den islamischen Ländern. In den islamischen Ländern ist das kritisch. Du kannst doch nicht mal mit einer Bibel in Saudi-Arabien, Afghanistan oder was auch immer einreisen. Die werden dich dort aufhalten und dann in den Kerker werfen. Nordkorea. Guck mal, was unseren Geschwistern in Nordkorea angetan wird. In Arbeitslager werden sie gesteckt. In Nigeria, in Sudan, Pakistan, Iran. Pastoren warten auf ihre Hinrichtung in Iran. Das ist unglaublich. Mann, Mann, Mann. Armin, wie ist das in Pakistan? Ja, katastrophal. Das klassische Beispiel war ja Asia Bibi. Sie wurde nur beschuldigt, Blasphemie betrieben zu haben. Die wurde beschuldigt, irgendwie was mit dem Koran getan zu haben. Und sie wollten sofort die Todesstrafe für diese Frau. Heftig, ne? Und jetzt stell mal vor, die Mehrheitsgesellschaft wird hier muslimisch. Ja, was meinst du, wenn die alle auf einmal fordern? Ja, hängt den Dr. Scherabba mit auf. Ja, aber die sind ja jetzt in der Mehrheit. Also wollen die, dass die Regierung handelt. Heftig, ne? Diese Christen müssen hingerichtet werden und so, ne? So heftig. Und es wird die Zeit kommen, wo euch jeder töten wird, meinen Gott einen Dienst zu erweisen. Weil sie weder mich kennen, noch den Vater. Ja, so ist das. Johannes 16 Das ist der klassische Vers, den die Muslime eigentlich sofort verinnerlichen müssten, um zu verstehen, dass der Jesus Christus ja schon prophetisch vorhergesagt hat, dass es eine Zeit kommen wird, dass Menschen, die meinen, Gott einen Dienst zu erweisen, indem sie uns verfolgen und umlegen. Aber sie haben weder den Vater noch den Sohn erkannt. Und wir kennen ja eine Religion, die weder den Vater noch den Sohn erkannt hat. Dies habe ich zu euch geredet, damit ihr keinen Anstoß nehmt. Sie werden euch aus den Synagogen ausschließen. Es kommt sogar die Stunde, wo jeder, der euch nackentherapiert, meinen wird, Gott einen Dienst zu erweisen. Und dies werden sie euch antun, weil sie weder den Vater noch mich kennen. Ich aber habe euch dies gesagt, damit ihr daran denkt, wenn die Stunde kommt, dass ich es euch gesagt habe. Dies aber habe ich euch nicht von Anfang an gesagt, weil ich bei euch war. Ja, so ist das. Und wir kennen ja eine Religion, die Hardcore verfolgt und nackentherapiert. Meine Freundin lebt jetzt in Pakistan. Sie erzählt nur Gutes, aber ich mache mir Sorgen. Natürlich gibt es auch Teile von Pakistan, wo es jetzt nicht so gerade zur Sache geht. Aber wenn du dort in der mehrheitlichen, Pakistan ist ja mehrheitlich islamisch, muslimisch. Und da ist ein kleiner Teil halt buddhistisch, hinduistisch und christlich. Und wenn auf einmal ein Christ auf den Gedanken kommt, irgendwie eine blasphemische Aussage zu tätigen, dann Gnade ihm Gott. Christen werden dort verfolgt, misshandelt, benachteiligt von der Gesellschaft. Sind sie alle antisemitisch? Weiß nicht, kann nicht für alle sprechen, aber der Großteil auf jeden Fall. Sie haben einen gewissen Judenhass schon in sich. Das wird ihnen mit der Muttermilch eingepflanzt, so wie den Hamas-Leuten. Ja genau, solange man den Mund dort hält, ist alles gut. Ja genau. Solange man einfach nur mal ruhig ist, dann hast du auch keine Probleme. Richtige Heuchelei. Danke sehr. Ja und hier in Deutschland siehst du, wie die Muslime Büchertisch haben, Videos erstellen können, sich treffen, Kundgebungen machen können. Das ist so peinlich. Das ist so, boah, hätte ich die Macht, ich hätte das so verhindert, dass diese Leute, diese ganzen Salafis und diese ganzen Dawa-Teams so überhaupt auch noch hier Fuß fassen können, um den Islam zu verbreiten. Das ist so heftig, ey. Aber dies alles muss geschehen. Hast du Shishawa, ja, kommst du vorbei, brauchst du einmal Camel Urine Flavor. Nichts kann uns aufhalten, doch eine Ziege. Halid, eine Ziege kann euch aufhalten. Eine Ziege, Halid. Die ist 1944. Dein Gott ist der schwacheste Gott, von dem man je gehört hat, ey. Eine Ziege kommt und isst seine heiligen Ferse. Meine Herren, das kann doch keiner mehr glauben, sowas. Alle machen Allah fertig. Das ist so heftig, ey. Was meint ihr, als diese Schaf, die die Ferse gefressen hat, ne? Vielleicht haben sich die Töne verändert, weil der, vielleicht hat der dann angefangen, so anders zu rezentieren. Obwohl es mir nicht gut geht, muss ich trotzdem lachen. Ich werde auch, glaube ich, nie aufhören zu lachen. Ich glaube, ich werde sogar mit Nackentherapie, wenn die mich so nackentherapieren, wenn ich trotzdem so ein Lächeln habe. Damit die wissen, dass sie mit meinem Lächeln niemals nehmen können, ey. Wann kommt ein Kamelurin-Song raus? Ja, demnächst. Mach dich auf was gefasst. Ich habe hier überall Schmerzen. Alles trocken hier. Ich habe hier auch eine sehr, sehr gute Verbindung, Musa. Du hast eine sehr, sehr gute Verbindung, Musa. Warst du wirklich Moslem? Ja, ich war wirklich Moslem. Ja, praktizierend auch? Ja, ich war auf dem Weg, richtig praktizierend zu werden. Ja, mit Alkohol. Es gibt Videos, du weißt schon, es gibt Videos. Sogar diese ABK hat das gezeigt. Ist Alkohol denn verboten? Natürlich ist es verboten. Warum sagt denn dein Allah, ich kann Alkohol gären und trinken? Zeig. 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 Schlag doch auf, Sura 16 für 67. Ja, warte, warte, ich, 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 du kann gar nicht sein, kann gar nicht, das macht keinen Sinn, das macht keinen Sinn. Ja, ich weiß, für dich macht das keinen Sinn, aber ich habe auf Allah gehört. Ich habe mir gedacht, oh Allah, erlaubst du mir das? Alles klar, ich mache mir fette Mische, mache ich mir hier. Deine Interpretation, du hast, warst mal Psychiatrie, sei mal ehrlich. Mach mal, schlag mal auf und lass uns ein bisschen über den Koran lachen, komm. Was, ich lache nicht drüber. Ja, dann lache, dann, ich will dir doch beweisen, dass Allah sagt. Jetzt lachst du aber später, wirst du weinen. Ich lache über Allahs Religion und schlache, wirst du weinen. Diese Religion haben wir schon entlarvt, diese Religion exposed. Du wirst heulen. Okay, schlag jetzt auf, komm. Wart mal. Erstens, das kann gar nicht sein, denn wir sollen uns entscheiden und anderen entscheiden. Sogar das Produzieren von Alkohol ist verboten. Das Transportieren ist verboten. Okay, wir haben es verstanden. Okay, jetzt bitte Sure 16, Vers 67. Guck, die Leute warten auch schon auf dich. Du kannst nicht raus und reden. Sure 6, Vers was? 16, Vers 67. Die Biene. Das Kapitel heißt die Biene. An Nahal. Also, 16, Vers 47. 67. 67, okay. Ein Leben lang, Kamilorin, ein Leben lang. Du musst dich an den schönen Geschmack erinnern, denn nichts ist für immer. Kamilorin, ein Leben lang. Du musst dich an den schönen Geschmack erinnern, denn nichts ist für immer. Ich sing so lange für dich, damit du dich besser konzentrieren kannst. Kamilorin, ein Leben lang. Kamilorin. Du musst dich an den schönen Geschmack erinnern, denn nichts ist für immer. Kamilorin, ein Leben lang Kamilorin. Warte, 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 bevor du redest. Jetzt hast du schockt, ne? Brutal, aber was willst du mir erzählen? Ja, hast du jetzt schock gehabt oder nicht, als du das gelesen hast? Interpretation von deinem... Interpretation, genau, Interpretation, ja. Ja, mein Deutsch ist nicht so gut, ein Schlaumeier. Ja, ist ja nicht schlimm. Hast du jetzt gelesen, dass es noch da rauskommt? Kommt du jetzt noch ohne auf den Iran oder traust du dich da gar nicht mehr hin? Hat Allah das erlaubt, ja oder nein? Sei ehrlich. Nein, kommt aus Ende. Nein? Nein. Warum bist du dann auf einmal ins Stottern geraten, wo du gesagt hast, aber du musst Interpretation machen? Ja, weil du das anders, anders interpretierst. Was steht denn da, was steht denn da, mein Lieber? Guck mal, wie wir das... Ja, immer, wenn ich rausgehe, kann ich ja nicht reden. Das geht ja nicht. Ja, hol dir bitte ein Zweithandy oder ein Laptop, dann kommst du nochmal rein, dann liest du das für uns vor, okay? Okay. Gott singe. So lange singe ich für dich weiter. Kamilorin, nein, liebe Lange. Ich gehe kaputt. Mein Song wird die Charts erobern, glaubt mir. Mein Song wird die Charts erobern. Kein... Hallo, mein Lieber. Gott singe ich nicht. Gott singe ich. Du, meinst du mich? Ja. Bruder, eine Frage, ne? Ja. Wie schmeckt Kamilorin? Ich weiß nicht, wie das schmeckt. Du musst ihm es immer fragen, wie wir das gemacht haben. Ars ist der, Ars ist der, der hier drin war, der meint, das schmeckt voll toll. Wie voll toll, Bruder? Schmeckt das wie Energy Drink? Apfelsaft oder keiner? Durchaus sagen, der hat das schön mit Milch gemixt und da gibt es einen guten Remix, ne? Und dann gibt es so ein Video von Abel Bara. Da steht neben so einem Kamel. Der Prophet, sallallahu alaihi wasallam, sagt, wer Kamilorin trinkt, der wird von alles geheilt. Krebs, Tod, alles. Und ich denke mir, Bruder, Kamilorin... Das Heftigste ist, als er gesagt hat, ja, aber manche trinken das heute wie so ein Energy Drink. Weil er natürlich fassungslos ist über diese ganzen Muslime, die das einfach so trinken, weißt du? Bruder, stell dir vor, du fährst nach Saudi-Arabien, machst dort Urlaub. Auf einmal gehst du McDonalds, auf einmal gibt es so ein Drink, das heißt McAurin, Bruder. McAurin, ja? Ja, das ist echt heftig, wenn du mal darüber nachdenkst, was der da angerichtet hat. Hat der das unter schwarzer Magie gesagt oder war das wirklich eine göttliche Inspiration? Das muss man immer in Frage stellen, ne? Ich weiß nicht, wie die da raufkommen, so halt, ne? Also Kamilorin, das ist schon das giftigste Enzym, was ein Tier überhaupt noch ausscheidet. Und wenn man das trinkt, dann kriegt man das Gegenteil von Krebsheilung. Unsere Giftstoffe scheiden wir durch unseren Urin aus. Also trinken die Muslime den kompletten Giftstoffe des Kamils. Was meinst du, die Bakterien und dieser ganze Dreck da drin ist? Und das trinken die. Kennst du Soda 86, Vers 6 bis 7? Wie 86, Vers 6 bis 7? Ja, genau, da wo der Allah sagt, dass die Frauen Spermien haben, ne? Nicht nur, dass auch Spermien aus dem Lenden und Wirbelsäulen und Rippen kommen. Ja, genau. Also deswegen habe ich mit einem Muslim diskutiert. Weißt du, was sagt er mir? Der sagt, ja, Bruder, ich habe hier einen wissenschaftlichen Beweis. Ich zeig's mir. Er schickt mir erst mal so einen Wissenschaftler, Dr. Zakir Naik. Ich so, Bruder, ich hab dir gesessen. Dr. Zakir Naik. Ich sagte dir, Bruder, schick mir einen Beweis, wissenschaftlichen Beweis außerhalb der Islam, außerhalb des Islam. So, Dr. Zakir Naik ist Muslim. Er so, nein, das ist ein Wissenschaftler. Also habe ich dir einen wissenschaftlichen Bericht geschickt. Ich so, okay, machen wir es so. Schick mir einen anderen Wissenschaftler oder einen Institut, dass Dr. Zakir Naik seine These bestätigt hat. Genau. Sehr gut. Direkt hat der Thema gewechselt. Da konnte er nichts mehr sagen. Ich so, Bruder. Es gibt keine validierten Studien darüber. Das ist das. Ich so, Bruder, wenn du wirklich kommst, wenn du einen Geschlechtsverkehr hast und kommst, wo spürst du das? Spürst du das unten oder auf deinen Rippen oder auf deiner Wirbelsäule? Der sagt mir, ja, ich spür das unten. Ich so, ah, du hast schon deine Antwort. Dein Körper sagt es dir direkt. Das Schlimme daran ist, dass der Allah ja nicht mal weiß, dass die Frauen ein Ei haben, das befruchtet wird. Er sagt durch den Ausleger Ibn Kathir, dass wenn die Frau kommt und der Mann kommt und das dann mischt und daraus das Kind entsteht. Das ist ein völliger Blödsinn. Was machst du denn? Das macht gar nichts. Das kommt von dir. Von dir? Das sind die am Laufen oder was? Nee. Was ist das denn? Das ist von dir. Warte, gib mich raus. Gib mich raus. Das ist von mir. Nee, von ihm. Hä? Was ist das denn? Habt ihr das gerade gehört? Heiliger Geist. Ich bin der Heilige Geist. Das kann nicht wahr sein. Guck dir das mal an. Wie machen die das denn? Wie geht denn so? Was war das denn, Amir? Was war das denn, ey? Das war ja krank. Das war Jibril, der hat nicht in dein Handy, sein Handy gegangen. Jibril, der Bürger, der hat mein Handy am Bürger. Hast du gesehen? Der kam ganz schnell. Hast du das neue Video von, ähm, schon wieder, guck mal. Ja, schon wieder. Jibril, geh hier raus. Ab mir schnell, sprich ein Exorzist. Ich bin der Heilige Geist. Was macht ihr das? Das ist heftig. Guck, der tippt sich einen hier, TikTok-Sportlich. Ist das? Ah, du schimmst dich mal. Ist der Mech? Ich hab mir ein bisschen berühmt, okay? Ich wicke Paulus. Ich wicke Paulus. Ich wicke Paulus den One-Zone. Was ist das denn? Hallo, noch einer da? Hört man mich? Dich, ja, ihn nicht. Ich hab ihn auch nicht gehört. Das ist ja komisch. Schmeiß den raus, der versucht zu hacken. Aha. Stopp. Guck mal, der ist der. Ich will mitlachen, warum er lacht. Guck mal, wenn ich bei mir habe. Ich hab gedacht, das ist ein Fake gerade. Warte, warte. Ich muss kurz, warte, ganz kurz. Sei mir nicht sauer, ganz kurz. Guck. Er hört dich auch. Oh, das ist ein Fake. Das ist der echte. Mach mal ein Peace. Er bewegt sich nicht. Ah, doch. Mach mal so ein Peace-Zeichen. Ich will nur sehen, ob du das echte bist. Ich bin der Echte. Ich brauch kein Peace-Zeichen zu machen. Du hörst das an meiner Stimme und meine Art und Weise. Hör auf damit, Mann. Machst du ein Peace-Zeichen. Bist du jetzt bei CNN oder wo? Ich bin bei CNN, BBC und Fox News. Okay. Krass. Aber dass du bei meinen Vorschlägen warst, bin ich echt. Sei mir nicht böse. Zeig mich nicht, weil das ist nicht mein Account. Und ich möchte nicht den Account beschädigen oder so. Aber ja, ich kann, wenn du willst, reden. Du willst das von der Freundin oder was das hier? Nein, nein, das ist besser gesagt nicht von meiner Freundin. Du kannst da mal gucken. Der Account hat nichts mit Frauen zu tun. Nur mit Fotografie-Videos und sowas. Ich danke für Fotografie. Dankeschön. Dankeschön für Fotografie. Ja, aber ehrlich, er hat sich schon gezeigt. Ich will mich nicht zeigen. Zeig es sich nur mit dem breiten Grinsen. Das ist heftig. Wann kommt Trainingsvideo mit ABK? Ja, ihr müsst den mal anschreiben. Sag mal, ABK, was ist los mit dir? Wolltest du nicht mit Ex-Muslim mal trainieren gehen, sodass er aus dir einen Hardcore-Marokkaner macht? Du bist ja immer noch so ein Sonderfall. Ey, Ami, hast du gehört? Terroranschlag auf Kirche in Istanbul. Ehrlich? Gucken wir mal. Ich nehme euch. Terroranschlag. 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 qué Jeepers Who ist vor dem Oh mein Gott, oh mein Gott. Und was sage ich euch gerade noch? Sie werden euch aus den Synagogen ausschließen und euch Nacken therapieren und meinen, damit Gott einen Dienst zu erweisen. Unglaublich. Oh, guck mal, heftig. Oh mein Gott, oh mein Gott. Heftig. Ja, die Religion des Friedens hat zugeschlagen. Das F im Islam steht für Frieden und Freiheit. In Türkei gibt es Kirchen, also Ruhe. Ja, was nützt das, wenn es in Türkei Kirchen gibt, aber die Menschen dort nicht frei ihren Glauben ausleben dürfen? Die müssen ja unter Schutz gestellt werden für euch. Das ist ja das Kranke. Das ist also kein freier Glaube oder keine freie Kirche oder was ist das? Die Menschen müssen ja Angst haben, zum Gottesdienst zu gehen aufgrund eurer Religion. Ist das normal? Müsst ihr in Begleitung mit Polizei zur Moschee gehen? Es gibt nicht eine Polizei-Eskort oder was auch immer, die irgendwie die Muslime zur Moschee führt oder was? Oder mit Maschinenpistole bewacht. Weil der Wahnsinn nur von euch kommt. Das ist das. Weil der Wahnsinn nur von euch kommt. Sobald ihr immer mehr werdet, sobald ihr immer mehr an Zuwachs gewinnt, kommt euer wahres Gesicht zum Vorschein. Das ist das Traurige. Kein Wunder, dass so viele Länder auf euch ausflippt mehr. Unfassbar. Ja, aber auch ihr Muslime, ihr geht durch die neue Weltordnung. Ihr werdet gechippt werden und ihr werdet das Mahlzeichen des Tieres bekommen. Und das war es für euch auch. Weil ihr die Liebe zur Wahrheit nicht angenommen habt, durch die ihr hättet errettet werden können. Ihr werdet das Mahlzeichen annehmen. Die Christen werden bei der Entrückung dabei sein. Ihr habt euch ja gegen Jesus Christus entschieden. Durch Angst am Asis. Stell dir mal vor, in Paris kommen so Attentäter oder was. Und gehen in Walt Disney Land, sehen die auf einmal so eine arme Wiki Maus-Figur. Machen die Nackentherapie bei denen. Wir müssen Wiki Maus-Figur nackentherapieren. Guck mal, das war irgend so ein, wie du gesagt hast, ein Gelehrter oder so. Das steht ja in irgendeinem Koran oder in irgendwelchen Hadithen oder so. Wenn irgendein Schwachkopf das macht, das heißt ja nicht, dass das jetzt im Islam ist. Asis, der Typ, der zitiert ja eine Aussage von Mohammed, dass er gesagt hat, die Mäuse sind die Werkzeuge des Satans. Und sie gehören alle Jukdal, alle getötet. Das sind die Soldaten Satan, sagt er, weil das Mohammed gesagt hat. Ja, aber jetzt nicht als Mickey Maus als Figur, der tickt ja nicht mehr sauber. Ja, weil er sagt, die Mickey Maus und diese Tom und Jerry und sowas verursacht ja eine Liebe in den Herzen der kleinen Kinder. Und diese alle gehören Lackentherapie. Ja gut, aber das ist eine Art von Interpretation. Das kann man jetzt nicht mit dem Koran oder mit dem Islam jetzt gleichstellen. Das hat eine eigene Definition. Und das ist, wenn man selber philosophiert. Hör mal, ich möchte mal was fragen. Und zwar eine persönliche Frage. Du weißt ja, dass im Koran steht, dass Allah dem Recht leitet, wenn er Recht leiten möchte und den in die Irre führt, den er in die Irre führen möchte. Jetzt stell dir mal vor, Allah leitet dich recht. Und du wirst ab morgen, kriegst du so das Gefühl, du bist doch mehr ein Muslim. Wie könntest du das jetzt mit deiner Plattform hier, wärst du so stolz zu sagen, nee, das geht nicht, weil du hast so viel über den Islam hergezogen, negativ. Würdest du das mit dir vereinbaren können? Das ergibt doch gar keinen Sinn, Asis. Ich habe doch den Islam widerlegt, schon längst zerbombt, alles. Ich habe doch so viele Beweise gebracht gegen den Islam. Verstehst du? Was für einen Sinn würde das denn machen, wenn ich auf einmal dem Islam folge? Die Leute könnten mich aufgrund meiner ganzen Aussagen ja dementsprechend ja platt machen. Ja, aber du wärst ja nicht der Erste und der Letzte. Es gab ja sehr viele auch, die, so wie du, vorher auch den Koran verbrannt haben und dann zum Islam konvertierten. Das ist eine Sache. Das ist eine Sache. Wenn du unglaublichen Hass gegenüber einer Religion hast und dementsprechend handelst, zum Beispiel das Buch verbrennst oder einfach politisch handelst. Ich gehe ja tief in die Materie rein und zeige, dass sich Widersprüche überall befinden und dass Allahs Buch überhaupt nicht vertrauenswürdig ist. Dass es überhaupt nicht das Buch Gottes ist. Und ich habe Beweise gebracht. Ohne Ende. Also du kannst die Frage so nicht beantworten, so wie ich sie gestellt habe. Das eine hat ja mit dem anderen nichts zu tun. Diese Leute, die kratzen ja oberflächlich da dran. An die Oberfläche kratzen sie. Aber ich bin ja tief in die Materie eingedrungen und habe den ganzen Wahnsinn ja rausgeholt aus dem Islam. Aber gut, das sind ja auch nicht immer alles Wahrheiten. Ja, wie das sind nicht alles Wahrheiten. Das sind das, was ihr als authentisch befunden habt. Daran beginne ich mich ja. Du hast mir letztens die Suche 929 gegeben. Ich habe mich da ein bisschen mit auseinandergesetzt. Und da kann ich dir sagen, dass das halt mit der Jizia nicht so stimmt. So, weil die Jizia, wenn du weißt, was die Jizia ist, Jizia ist ja praktisch nichts anderes als für Ungläubige, praktisch für die Muslime, die Säcker ist, die man entrichten muss. So, also für die Ungläubigen, die müssen die Jizia bezahlen und die Gläubigen, die bezahlen die Säcker. Warum müssen wir überhaupt Jizia bezahlen? Ja, das ist das, was ich jetzt erklären will. Und zwar die Jizia haben die Leute damals bezahlt oder bezahlen müssen, weil sie von den Muslimen in den muslimischen Ländern geschützt worden sind. So praktisch so eine Art Schutzsteuer. Schutzgeld, genau. Vor wem sollten wir geschützt werden? Von den Muslimen. Ah, also wir müssen von Muslimen geschützt werden. Wenn wir das nicht bezahlen, was passiert mit uns? Ja, aber wie, was passiert? Hast du dir selber einen Knockout gegeben? Das war ja, das war ja, das war ja, das war ja, das war ja ein, ein Kriegszustand. Ich kann dir sogar sagen, welches Krieg? Das war, das war damals im Kriegzustand. Ah, das ist der war gut. Ja, du wirst Schutz, Schutz bezahlen. Ja, vor wem? Ja, vor uns Muslimen. Aber, aber ich bin ja noch nicht fertig, ich bin ja noch nicht fertig, warte. Schutz, und zwar war das damals der, der Krieg, die Muslime gegen die Bizzatiner oder die, äh, und, und die, äh, Römer. Wer hat mit dem Krieg angefangen? Das römische Volk. Wer hat mit dem Krieg angefangen? Sei ehrlich. Ja, laut deiner Meinung sind es immer die Muslime schuld. Also von deiner... Haben die Byzantiner die Muslime bekriegt oder hat Mohammed-Dru Briefe geschickt? Aslam, Taslam. Nee, nee. Sag die Wahrheit. Natürlich sage ich die Wahrheit. Du sagst uns nicht die Wahrheit. Sollen wir den Tafsir von Ibn Qasir lesen? Ja, das ist 1301 bis 1373, ne? Was, 1301 bis 1370? Ja, dieser Tafsir, was du gerade angesprochen hast von Ibn Qasir. Tafsir, Ibn Qasir zu suchen, 9 Vers 29, der erklärt dir das. Auch Atabari erklärt dir das. Genau, das ist nämlich Ibn Qasir 1301 bis 1373. Ja, also du meintest, wann er geboren wurde oder was? Wann er gelebt hat? Nein, das ist die Quelle von Ibn Qasir. Ja, egal. Du kannst einfach Tafsir Ibn Qasir aufschlagen in Google, kannst du nachlesen. Er sagt dir, dass der Mohammed genügend Leute hatte, um seinen Islam mit Gewalt durchzusetzen endlich. Und sein Gott Allah hat ihm befohlen, gegen alle Muschikin und alle Götzen, die er um ihn herum zu kämpfen und sie zum Islam zu bringen und sie vor drei Alternativen zu setzen. Islam annehmen, Jizya bezahlen oder Tod durch das Schwert. Nein, die ihn bekriegt haben, so ist das. Die haben ihm nichts getan. Die kannten Mohammed doch gar nicht. Natürlich, natürlich. Der ist doch damals berühmt geworden, weil der den Islam verbreitet hat. Natürlich war der bekannt. Durch Schrecken Rangs, ja. Die haben von ihm gehört. Die Message, die Botschaft verschickt. Also ich bitte dich. Der Mohammed hat durch seine Kollegen, also durch seine Sahaba, Drohbriefe in die byzantinischen Könige schicken lassen. Und hat gesagt, entweder ihr nehmt den Islam an oder was? Nein, nein, nein. Das waren keine Drohbriefe. Das waren keine Drohbriefe. Das waren praktisch nur... Also wenn jemand zu mir einen Brief schickt und sagt, Armin, entweder du nimmst den Islam an oder du bist nicht sicher. Das ist keine Drohung. Das hat er ja nicht so. So waren die Botschaften doch nicht. Aslim Tassim. Aslim Tassim. Nimm den Islam an, dann bist du sicher. Wenn nicht, hat Allah mir befohlen, gegen dich zu kämpfen, bis du bezeugst, dass es keinen Gott gibt außer Allah und ich der Gesandte bin. Sahih Muslim, Band Buch 1, Hadis 33. Ganz einfach. Das waren wirklich nur Botschaften, den Islam anzunehmen, als wahre Religion. Das war es. Ach so, als der Omar ebn al-Khatab dieses widerliche Pakt von Omar eingeführt hat, war das auch Gerechtigkeit und super. Ist das schön, Aziz, so behandelt zu werden? Omar ebn al-Khatab, genau, das war das, ja. Ist das schön, wie er die Sura 9, Vers 29 ausgelegt hat, wo Mohammed gesagt hat, wird es nach mir einen Propheten geben, wäre das Omar ebn al-Khatab. Weil er der Gerechteste ist nach mir. Das ist also die Gerechtigkeit, Aziz, indem ich deine Frau auseinandernehme von morgens bis abends, dir Nackenklatscher verpasse und du Jizia bezahlen musst in Begleitung von Schande und Demut und alles, dass du dir deinen Kopf rasieren musst, dass du eine bestimmte Kleidung anziehen musst, damit man dich erkennt und dich auf der Straße demütigt. Ist das die Religion, von der du überzeugen willst, Aziz? Ich habe diesen Tafsir gelesen, da stand das jetzt nicht drin, was du sagst. Soll ich den natürlich aufschlagen? Du musst nicht gerade umfragen. Du kennst die Wahrheit, das ist das Problem. Du kennst die Wahrheit, nur du... Ich habe es echt gelesen und da ist es auf jeden Fall ganz anders als... Also nicht praktisch, die Ungläubigen müssen zahlen oder zum Islam konvertieren, ansonsten werden die abgeschlachtet. Das stimmt alles gar nicht. Was sagt denn zum Beispiel die islamische Enzyklopädie bezüglich des Wortes Jizia? Was meinst du, Aziz? Die Enzyklopädie? Keine Ahnung. Die Enzyklopädie des islamischen Rechts. Da sind ja Gelehrte, die das ausgelegt haben und was überhaupt Jizia bedeutet. Das lesen wir zum Beispiel in Band 15 auf der Seite 149. Da heißt es, Jizia ist ein Strafmaß, das bezahlt werden muss von den Ungläubigen, um sich vor den Nackentherapie zu schützen. Wahnsinn, ne? Schutzsteuer, genau. Schutzsteuer, genau. Ich muss also Schutzgeld bezahlen an euch, damit ihr mich in Ruhe lässt und mich nicht nackentherapiert. Moment, Moment. Ich erkläre dir das jetzt. Das war damals, du darfst nicht vergessen, das war Kriegszustand. So, damit die Leute, die im Krieg gegen die Muslime in deren Land sicher waren, mussten die eine Schutzsteuer bezahlen. Aha, vor den Muslimen in Sicherheit sein, hast du, habe ich doch gesagt. So wie ich das recherchiert habe, kann ich dir das auch erklären, Amir, guck mal. Damals haben diese Krieger die Muslime bekriegt, die Ungläubigen. So, so. Und im Koran ist, ja, im Koran hat Allah erwähnt, dass wenn jemand dich umbringen will, ne, oder vorhat, dich umzubringen, darfst du ihn umbringen, ja, als Schutz, ne, Selbstschutz. So. Allah hat aber diese Jizia, ne, für die Ungläubigen als praktisch Option rausgeholt, hör mal, tötet die nicht, aber bietet denen dafür die Schutzsteuer an. Ja. Bringt sie nicht um, aber nimmt von ihnen Schutzgeld. Ja, eigentlich ist das eine Todesstrafe, ja, aber da Allah barmherzig ist, hat er im Koran erwähnt, ja, praktisch, tötet sie nicht, aber bietet ihnen als Option die Jizia an, die Schutzsteuer. Und beschützt sie. Stell dir mal vor, der Olaf, Omar Scholz, der würde morgen eine Rede halten im deutschen Fernseher, würde sagen, ich wurde angewiesen, die gesamten Muslime zu bekämpfen, bis sie bezeugen, dass es keinen Kanzler gibt, außer Olaf Scholz und die Bundesregierung von Gott eingesetzt ist. Erst wenn sie bezeugen, dass Olaf Scholz der Bundeskanzler ist und der Bundestag und die SPD dazugehört, erst dann höre ich auf, in die Muslime mein Schwert reinzuhämmern und von ihnen Schutzgeld zu verlangen. Was würdest du sagen, Asis? Dann zahle ich lieber Schutzgeld. Dann zahle ich lieber Schutzgeld. Aber würdest du nicht auf den Gedanken kommen und sagen, ey, diese Leute sind ja irre. Die wollen, die zwingen mich zu ihrem Glauben und wenn ich das nicht bezahle, dann töten die mich. Du hast das eben nicht verstanden. Die Ungläubigen damals, die Bizatiner und die Römer, die wollten, die haben die Muslime bekriegt. Das heißt, die Muslime durften von Allah aus legal die Ungläubigen töten. Aber Allah hat gesagt, tötet sie nicht, bietet ihnen als Ausgleich, als Option eine Schutzsteuer an. Jizia. Wenn die die nicht zahlen, dann könnt ihr die töten. Ganz einfach. Asis, der Mohammed wurde befohlen von seinem Gott gegen alle Menschen zu kämpfen. Du siehst, dass Omar ibn Khattab, Abu Bakr losgezogen sind und Territorien erobert haben. Der Islam hat sich durch Schwert verbreitet. Die Leute haben die Leute zum Islam gezwungen. Auch diejenigen, die nichts mit diesem ganzen Wahnsinn zu tun hatten. Der Islam heute, dass du Muslim bist, ist, weil deine Verwandten allesamt gekillt worden. Nein, nein. Du darfst, komm mal, die Kreuzzüge der Christen, da will ich ja jetzt auch nicht drauf hinaus. Mein Lieber, was hat denn Jesus Christus mit Kreuzzügen zu tun? Hat Jesus Christus gesagt, ihr sollt Kreuzzüge machen? Oder hat Mohammed gesagt, geht und verbreitet den Islam mit Angst und Schrecken? Das Wort Terrorismus kommt ja im Koran vor in Zurufe 8, Vers 60. Turhibuna. Hör mal, ich habe letztes in der Bibel recherchiert und da habe ich ein Vers gefunden. Also wieder ausreichend. Asis, du kannst den islamisch verteidigen. Verlass den Islam, Yahuya. Du bist ja der echt Obrexperte, was auch die Bibel angeht. Hör mal, da steht ein Vers eindeutig, wo drin steht, dass Jesus ein Gesandter ist, ein Prophet. Wie kannst du das sagen? Es gibt natürlich Verse, die auf seine Menschlichkeit hinweisen. Es gibt aber auch Verse, die seine Göttlichkeit zeigen. Asis, er hat zwei Naturen, Mann. Ja, aber da steht eindeutig, dass er sagt, dass er nur ein Gesandter ist. Er sagt das selber. Soll ich dir den Vers geben? Ich weiß, dass er ein Gesandter ist, aber nicht in dem Sinne, wie du das denkst. Er wurde von Gott, dem Vater, gesandt. Ist Allah der Vater. So, Mohammed ist auch von Gott gesandt worden als Gesandter. Allah der Vater, Asis, das musst du beantworten. Was heißt Vater? Vater war damals im Judentum, war das, Vater, die haben ja gesagt, alle Sohn Gottes, das waren ja alle die praktischen, das waren Rechtschaffende. Mehr besagt ja nicht. Glaubte Mohammed, dass Allah ein spiritueller Vater ist, ein geistlicher Vater? Oder hat er das in jeglicher Hinsicht abgelehnt, dass Allah ein Vater ist? Natürlich benutzen wir das Wort Vater nicht, dürfen wir auch nicht. So ist das, aber die Juden glauben das, und das sagen sie auch in Isaiah 63, dass Gott Yahweh ihr Vater ist. Siehst du? Wie ist dann denn Mohammed ein Prophet, wenn die Juden schon im Alten Testament an Gott, den Vater geglaubt haben, dass Gott ihr spiritueller Vater ist? Guck mal, Vater, wenn du Vater definieren willst, du bist ja auch ein Sohn von deinem Vater, du bist gezeugt worden, durch Spermien. Das ist jetzt Definition von Vater und Sohn. Arzis, du kannst ja nicht sagen, ich bin jetzt dein Sohn. Ich rede von Spiritualität, von geistlich. Vom Spirituellen her hat Allah Adam erschaffen, und so gesehen vom Spirituellen her sind wir alle. Wir können uns doch niemals spirituell die Kinder Allahs nennen, oder? Naja, wir sind Geschöpfe von Allah, ne? Ja, das eine schließt das andere ja nicht aus. Trotzdem, obwohl wir Geschöpfe bleiben, ist der Gott unser liebender Vater. Das ist deine Art von Definition, wie du Gott definierst. Das geht im Alten Testament, Asis, in Jesaja 63, Mann. Okay, wenn das für dich so ist, dann ist das okay für dich. Aber letztendlich beten wir alle den einen und denselben Gott an. Nein, der Gott der Bibel ist ein dreieiniger Gott. Vater, so ein heiliger Geist. Dein Allah ist ein Schienbein. Du hast doch gerade selber gesagt, dass Gott Jesus gesandt hat. So, Punkt. Damit hast du selber gesagt, dass Jesus ... Mein lieber Asis, der Vater sendet den Sohn. Ein Teil von sich, den dreieinigen Gott, kommt auf die Erde. Der Sohn wird Mensch. Aber wer ist denn am Kreuz gestorben? Gott oder was? Der Sohn. Der Sohn Gott ist am Kreuz gestorben. Gott der Sohn. Im Fleische. Gott stirbt nicht. Wir reden da im Kreis. Auch nicht. Asis, Gott kann ja auch nicht sterben. Er kam ins Fleisch. Als ein menschliches Wesen. er ist als Fleisch gestorben. Ich habe letztes auch einen Bruder gehört, der hat auch gesagt, wer ist am Kreuz gestorben? Gott im Fleische. Als Mensch. Als Mensch, genau. Gott im Fleische. Das Fleisch haben sie getötet. Er ist als Mensch gestorben. Kann ein Mensch die Sünden aller Geschöpfe aufnehmen. Kann er nicht. Heilige Sündlose. Warum musste Jesus Christus sündlos sein im Koran? Suche 19 Vers 19. Von allen Propheten musste er sündlos sein. Warum? Warum? Also ich weiß nur, dass wir Muslime sagen, dass alle Propheten sündlos waren. Aber der Koran sagt, dass die Propheten Sünder sind. Suche 48 Vers 2, Suche 40 Vers 55 und Suche 47 Vers 19. Der Einzige, der nicht gesündigt hat, laut Koran, ist der Jesus und seine Mutter, Maria. Was heißt laut Koran? Laut Eurer Bibel hat er gesündigt daraus? Nein. Wir sagen, also die Bibel sagt, dass er sündlos war, weil er die Sünden der Menschen auf sich genommen hat. Warum sollte denn Jesus Christus aus dem Koran sündlos sein? Ja, genau. Da mach dir Gedanken um deine Ewigkeit, Asis. Komm, du kannst der Melorien Religion nicht folgen. Ich sag's dir. Ja, dann wünsch dir noch einen schönen Arbeitstag. Dann hören wir uns wahrscheinlich die Tage irgendwann mal. Du bist immer wieder willkommen, Asis. Mach's gut. Ciao. Ciao. Uwe. Uwe hat all die Verbindung. Uwe, geh dir erstmal gute Verbindung holen, mein Lieber. Nennt sich Oman. Oman Abumalik. Der ist auch auf der LSD der Typ. Unglaublich. Hallo Amir. Hallo mein Lieber. Gott segne dich an deine Familie. Wie geht's Bora? Gott segne dich auch an deine Familie. Dankeschön. Bora, was krank finde im Islam, diese gerechte Gewalt. Die was? Diese gerechte Gewalt, dass man sich selbst verteidigen kann. Ja, der Asis muss sich nur mal die Frage stellen, wenn der Islam nur so Selbst Verteidigung ist, wie kann der Islam sich in Spanien selbst verteidigt haben. Islam hat sich durch Stecken und Schwert verbreitet. Das weiß jeder. ist ein offenes Geheimnis. Ich habe mit den Muslimen geredet. Er hat gesagt, dass man auch töten darf, zum Beispiel um eine Gefahr, eine zukünftige Gefahr zu verhindern. Eine zukünftige Gefahr. Also dass zum Beispiel ein dreijähriges Kind, wenn es aufwächst, kann es vielleicht ein Führer werden, um die gesamte Manifest auszutreten. Da gibt es eine Aussage von Yusuf Al-Kardawi, der gesagt hat, dass die jüdischen Kinder potenzielle Angriffsziele sind, weil sie später, wenn sie größer werden, es sein könnte, dass sie Soldaten werden des israelitischen Geheimdienstes oder der Defense Force und man sie auch dementsprechend auch aber auf der anderen Seite wie die Juden denken genauso. Wenn ein palästinensisches Kind auf die Welt kommt, das ist genau zu so einem heranwechselnd. Auf beiden Seiten gibt es diesen Wahnsinn. das ist das was niemals aufhören wird. Laut deren Logik hat also TikTok Sportlich das historische und islamische logische und das schütze das natürlich nicht. Hat Hitler das richtig getan? Da sie zukünftige Gefahr sind oder ehrlich und krank muss sie da denken? Die lieben Hitler also den Adi. Ich habe ein Video von seinem jüdischen Chef. Mein Kampf ist Bestseller in islamischen Ländern. Das geht dort weg wie warme Semmel sagt man. Die wollen ein bisschen von Adi lernen. Es ist schon krank dieser Menschen ehrlich. Allgemein bei Töten normalisiert hat irgendwas im Kopf kaputt oder ich sagte so wie es ist. Ja so ist das. Okay mein Lieber möchtest du noch irgendwas fragen oder so? Nein das wollte ich nur sagen. Okay alles klar Gott segne die Töne Hör mir mein Daddy was sag sowas nicht der nächste der so eine Aldi Leitung hat er benutzt auch noch Hansis Bild Hallo mein lieber Gott segne dich um deine Familie du hast dich stumm geschaltet was er will dich beleidigen der droht dir die ganze Zeit mir wer droht den dr scher war mir hat sich stumm geschaltet man scher scher so wala besta muslim amir ya wala besta muslim sag ich dir ja du gehst heimlich musheh habibi du gehst heimlich musheh habibi ich hab dich erwischt freitagsgebet freitagsgebet hab ich dich erwischt sag niemand ich will weiter mit meiner kaftan dahin kommen hör auf damit sag nicht wie läuft das neben damit alhamdulillah jesus ich kann mich nicht beklagen außer dass ich ein bisschen magenprobleme habe aber ansonsten geht es mir gut weil du sagst alhamdulillah jesus deswegen hast du magenprobleme bekommen ja nein ich sage das weil der jesus christus gott der allmächtige ist der ins fleisch gekommen ist guck mal die leute schreiben hier freitagsgebet hab ich amir erste reihe gesehen knöchel an knöchel und schulter an schulter du sollst dich nicht von mir ekeln oder hast du gesehen wie satan mit unseren anus gespielt wir machen wir machen den satan unter die erde weißt du dass muhammad gesagt hat dass wenn du am beten ist satan näher kommt und mit deinem anus spielt ach quatsch man stimmt doch gar nicht so das nicht diese quelle hast du irgendwo aus iran aus iran aus iran aus iran aus iran habe ich das aus iran wenn ich der präsident von iran wäre ich hätte dir hausverbot gegeben da ja hausverbot für dich warte ich will dir zeigen guck mal habib satan spielt mit deiner anus ich glaube wenn du einmal nach iran reist die schlachten dich da halal ja die machen halal basis ist nicht schlimm aber obwohl dort ist schiitische islam ich bin ja hier nur in der sunnitischen gegend unterwegs ja wir sunniten sind sehr barmherzig wir nehmen jeden auf ob christ jude egal was ihr seid noch unbarmherziger als unbarmherzig wir sind barmherzig ich schwöre guck mal es gab es mal einmal ich erzähl dir eine geschichte es gab es mal ein schiite der wurde verfolgt der wurde ein schiite wurde verfolgt von den is die haben alle die haben alle umgebracht und dieser dieser schiite hat überlebt aber die wussten das nicht aber danach haben die im nachhinein mitbekommen dass der überlebt hat ja weil er so getan hat als wäre sein sunni nein nein der hat diese städte den schuss zwar gehört aber er weiß bis heute nicht dass er immer noch lebt dann haben die den verfolgt und der kam bei einer sunnitischen familie an und die haben den herzlich aufgenommen ja ja das ist aber nett jetzt gab es ein video darüber kennst du das nicht ne und du sagst immer wir muslime sind so und der prophet sagt so ja doch auf junge ja ja guck mal hier was der was der muhammad sagt überliefert von abdullah ibn masoud es wurde gesagt satan kommt während des gebetes zu dir und stiehlt haare von deinem anus damit hört satan nicht auf er ein furz von dir hört und er diesen furz auch riecht mhm manchmal als der white war man bei alpha white nummer 12 51 und musnat ahmad hat dies 11 502 welcher welcher koran ist das welche quelle welcher koran du hast da irgendwelche märchen märchenbücher da alter die von 2020 sind einfach anus haare von anus stiehlen das kann doch nicht wahr sein liest doch mal die schönen hadithe von unseren propheten sallallahu alaihi wasallam ja ist das kein schöner hadith nein guck mal was muhammad sagt mach vor dem sex das licht aus oder es wird dir noch leid tun der prophet sprach oh ali habe mit deiner ehefrau keinen sexuellen verkehr bei brennendem kerzenlicht wenn du das tust so wird das herz deines sohnes geblendet und voller geiz sein makarim al akhlar buch der hochzeit nach kapitel 4 seite 210 dieses buch alter das hat entweder hast du das geschrieben selber oder natürlich ich habe die möglichkeit in eure bücher rein zu gehen und das zu schreiben das hast du irgendwo gekauft von aldi alter hamad hamad nur esel machen es im stehen also lass es sein der prophet sprach oh ali habe mit deiner ehefrau keinen sexuellen verkehr im stehen da dies die sexuelle da dies die sexuelle stellung der esel ist also wenn du sie im stehen schwängerst so wird der sohn den sie gebärt wie ein über warte mal warte mal seit wann kann man eine frau im stehen schwängern geht doch gar nicht Du kaufst irgendwelche Bücher von Aldi und Lidl und dann sagst du das nicht. Nein, guck dir das mal bitte an, nur Esel machen es im Stehen. Der Prophet sprach, oh Ali, habe mit deiner Ehefrau keinen essexuellen Verkehr im Stehen. Da dies die essexuelle Stellung der Esel ist, wenn du sie im Stehen schwängerst, so wird der Sohn, den sie dir gebärt, wie die Esel überall hinpinkeln. Zeig mir mal das Buch, zeig mir mal das Aldi-Buch hier. Ich zeige dir mein Aldi-Buch, guck mal dieses Aldi-Buch, guck mal, Hambad. Hast du gesehen, Hambad? In schein der Hölle, warum das denn, mein lieber Tony Maroney? Hörst du mich? Ich höre dich, ja. Ich grüße dich. Amir darf ich ganz kurz meine Geschichte erzählen. Und zwar, ich war bis vor kurzem noch in NRW und habe mit ein paar Freunden eine MPU gestartet. Wir wollten auf Halal-Basis ein bisschen Geld machen. Da haben meine muslimische Freunde mich ein bisschen in die Pfanne gehauen. Und das Halal-Basis, naja, wie soll ich sagen, ich bin jetzt gerade im Ausland, werde per Interpol gesucht. Und ich wollte fragen, ob du für mich beten könntest. Ja, ich werde für sie sehr, sehr heftig beten, auf jeden Fall. Das lasse ich mir nicht entgehen, dafür zu beten. Also, dass sie mich nicht schnappen, hoffe ich. Ja, genau, dass sie sich schnappen, hoffe ich. Und ich habe noch eine andere Frage. Ist das eventuell ihr Lieblingslied? Ja, das ist einer meiner stärksten Lieder. Wie bitte? Ja, da kommt direkt der Zauber. Gott segne dich, mach's gut. Alles klar, mach's gut, ciao. Ich habe das ganze Lieder. Ich bin zeig. Oh, ich habe sie in mitzoses. Was war für uns ab? Das удар ging. Ich bin就是 nicht das Allweb. Sie waren eine Werte component. Sie waren in inertia. Das hört sich an wie in der Höhle gewürgt. Da ist der schon wieder, der hat schon wieder geschafft. Der hat schon wieder gesagt, es ist fein. Wie macht der das? Ekel hat es fein. Damit? Guck mal, soll ich aber sagen? Ich sag dir, wie sehr ich an Allah vertraue. Es kann was sein, was noch nicht geschehen ist, aber wenn Allah es sagt, es ist so. Es ist so. Ja, aber was, wenn er seine heiligen Verse von irgendwelchen Menschen klaut und sie als göttliche Inspiration ausgibt? Wie kann Allah subhanahu wa ta'ala von einem was klauen? Wie kann er überhaupt erstmal klauen? Erstens, alles gehört ihm. Zweitens, wie kann er von was klauen, was er erschaffen hat? Wie kann er das klauen? Ja, deswegen fragen wir uns ja in Surah 5, Vers 32. Der friedlichste Vers aus dem Koran ist von einem Juden. Von einem Juden? Dann erklär mal, dann sag mal. Welche Suche ist das? Surah 5, Vers 32. Daher haben wir den Kindern Israels befohlen, wenn jemand einen Menschen tötet, ist es so, als hätte die ganze Menschheit getötet. Und wenn jemand ein Menschenleben erhält, ist es so, als hätte die ganze Menschheit erhalten. Dieser Vers findest du im Talmud von jüdischen Rabbinern, im Sanhedrin, ich glaube 37a müsste es sein. Guck mal, Allah subhanahu wa ta'ala sagt im Koran. Töte einen Menschen, also nimm einen Menschen sein Leben weg. Also natürlich steht das nicht Wort zu Wort, so im Buch. Aber, um es mal für die Menschen hier klar zu machen. Nimm einen Menschen hier auf dieser Erde sein Leben weg, so hast du die ganze Erde, der ganze Menschheit das Leben weggelaufen. Rette einen Menschen. Es ist so, als ob du die ganze Welt geredet hast. Genauso ist es. Und sag mir nicht... Und wo ist denn der Vers von Allah oder von einem Juden? Der Koran wurde von Allah subhanahu wa ta'ala geschickt und herabgesandt von unseren Propheten, sallallahu alaihi wa sallam. Aslamet, warum finden wir diesen Vers, Surah 5, Vers 32, das ist ja das Wort deines Gottes, warum finden wir das hunderte von Jahre vorher im Talmud drin? Zeig mir mal dieses vor Hunderten das Talmud, dann zeig mir das mal. Soll ich dir das vorlesen? Aber das ist, und das beste vor allem ist ja noch, du sagst ja, ich weiß worauf du hinaus bist, du willst nach dem Motto hinaus sein, ja warum glaubt ihr das denn und so von den anderen? Nein, wir fragen uns, wenn dein Gott das ewige Wort auf seine Tafel aufgeschrieben hat und das Djibril gegeben hat, damit er das Mohammed so rezitieren lässt, warum steht denn der gleiche Vers, kommentiert von einem Juden im Talmud drin? Ja, Samet. Warum? Ja, weil Allah nicht Gott ist und Mohammed einfach die Ferse geklaut hat und sie in seinen Koran geklaut hat. Allah subhanahu wa ta'ala ist unser Schöpfer, meiner und deiner. Ja, vielleicht dein, aber nicht meiner. Mein Schöpfer ist der Herr Jesus Christus. Deiner auch. Nein. Kolosser 2,19. Er ist der Schöpfergott. Durch ihn wurde alles geschaffen. Für ihn und durch ihn. Ich frage dich mal was. Wie kann, also guck mal, ich will jetzt nicht respektlos sein, weißt du, weil das gehört sich nicht. Ja. Aber ich weiß nicht, ob diese Frage respektlos sein wird, aber das ist halt so eine Frage, die muss ich mir wirklich stellen, so hart es klingt. Wie kann dein Gott, dein Gott war ja mal ein Baby, ne? Ja. Wie kann dein Gott Windeln angehabt haben, um abzuführen? Wie geht das? Was hast du für einen Gott? Du hast doch gerade gesagt, mein Gott wurde Mensch, also war er Baby und musste Windeln anziehen. Was hältst du denn von deinem Gott, der nie ein Mensch wurde und trotzdem ein kleiner, bartwüchsiger Mann ist, der lockig ist. Nein, das stimmt nicht. Ja. Nein, das stimmt nicht. 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 Okay, wenn ich das zeige, verlässt du den Islam. Zeig mir jetzt alles, was du hast. Nein, das stimmt nicht. Doch. Muhammad sagte in Bayan al-Talbiz al-Djamia, Band 7, Seite 290. Stimmt nicht. Hör zu. Ich sah meinen Herrn in der Gestalt eines kleinen Menschen, bartlos, mit wolligem Haar und grünem Anzug. Wie erklärst du dir das denn? Das stimmt nicht. Das stimmt nicht. Das stimmt. Sahih, korrekt. Wer hat den denn gesehen? Wer hat den denn gesehen? Sag mal bitte. Muhammad. Okay. Siehst du, was für eine Lüge das ist? Weil unser Prophet, sallallahu alayhi wa sallam, wo er seine Reise in den sieben Himmeln in Gender gemacht hat, hat er das Einzige, was er von Allah gesehen hat, ist und gehört hat, also was er gesehen hat, ist sein Gewand und das war aus Licht. Erstens. Und das Einzige, was er gehört hat, ist, wie der Stift am Schreiben war. Also laber bitte nicht. Hör auf damit, Amir. Aber warte mal. Du sagst uns auch in Zei Bukhari 7,4,3,9, dass Allah sein Schienbein zeigt. Was denn? Das stimmt nicht. Wer sagt das? Wer sagt das? Wer sagt das? Du bist doch grad hier, der sagt das stimmt. Lies doch mal vor. Das ist immer Quellenangaben, Mann. Du machst gar nichts. Du sagst einfach das stimmt nicht. Ja, irgendwelche Quellenangaben. Ich kann auch von irgendeinem Typen nehmen, der in der Bibel steht so und so drauf. Du kannst einfach von irgendeinem Typen nehmen, der Bukhari heißt. Das machst du doch. Das machst du doch. Ja, aber das ist doch deine Quelle. Du bist doch Sundi. Du, ich schwöre, du versuchst die Menschen hier nicht zu täuschen. Du, dein Gott sei Täuscher, Mann. Nicht ich. Der Stift ist Azubi auf Vorstelle. Stop it. Da sagt er, ich täusche, wenn ich die ganzen Quellenangaben gebe und alles beweise, was ich sage. Da sagt er, ich täusche. Dein Gott ist doch der beste Listenschmied, Mann. Er schwört noch, ja genau. Mahlzeit. Ja, Mahlzeit. Ja, Mahlzeit. Das ist der Segen, Arno. Da war die Quelle zu kleinen Mann mit Bart. Bayan Talbis, Aljamia, Band 7, Seite 290. Vielleicht kann das mal jemand hier reinschreiben. Ja, soldier of bias. Dir auch, mein Lieber. Ja, du hast ja gesagt, dass du Magenproblem hast und ich wollte dir da ein paar Tipps geben. Du kannst als erstes einen Liter Honig trinken. Wenn das nicht hilft, dann nimmst du noch mehr Honig. Und wenn das auch immer nicht hilft, dann nimmst du noch mehr Honig. Sag dir mal vor, ich werde das jetzt genauso machen, wie Mohammed das empfohlen hat. Ich trinke also richtig viel Honig und auf einmal kriege ich die übelsten Bauchschmerzen. Dann sagt jemand zu mir, Armin, du hast nicht genug getrunken. Und dann trinke ich noch sechs Liter dazu und mein Wagen ist fast schon am platzen. Und ich sage, ich kann nicht mehr. Er sagt, du hast gelogen, Allah hat die Wahrheit gesagt. Dein Bauch hat gelogen, Mann. Und wenn das nicht hilft, dann Kamelurin. Dann das einzige frisch gepresster Kamelurin. Nur dann, das ist das einzige, was hilft. Das ist so. Das ist so. Mohammed hat ja gesagt, alle Krankheiten werden geheilt, außer der Tod durch Schwarzkimmelöl. Das ist eine glatte Lüge, ist das, Mann. Und das befindet sich in Sai Bukhari. Also muss er das wirklich gesagt haben. Jetzt stellt euch mal vor, Leute. Achtet mal da drauf. Der Bukhari-Hadis ist ja eine absolute Lüge. Wir wissen ja, dass durch Schwarzkimmelöl nicht alle Krankheiten geheilt werden. Das ist Quatsch. Jetzt stellt euch mal vor, die Überlieferungskette. Der Hadith hat ja ein Isnat. Ein Sanat. Da sind ja gewisse Namen, die auftauchen, damit dieser Hadith ja sahi ist. Korrekt. Jetzt kopiert mal den Namen von diesem Hadith und gebt den mal ein bei sunnah.com. Schaut mal, wie viele Hadithe alles fake sind. Das ist der Wahnsinn. Ja, Amir, ich habe nochmal eine Frage. Also glaubst du eigentlich alles, an was dein Bruder glaubt? Also sagst du alles zu 100%, glaubst du so wie dein Bruder? Ja, wenn der einige Aussagen trifft, dann prüfe ich auch alles, was er sagt. Ist doch klar. Ja, aber fast in allem stimme ich ihm zu. Ja, doch. Und ich wollte dich noch fragen wegen dem Hadith, wo steht, dass der Satan irgendwie so Anusharre klaut. Wo steht das nochmal? Da steht in Majma Asa White, Wamamba Alpha White, Nummer 1251 und Musnad Ahmad Hadith 11501. Okay, danke. Also der Satan ist so ein Furzfetischist oder was? Er liebt das halt, wenn man ihm gerne in den Mund furzt. Das ist so krank. Ja, das ist, äh, besser geht's nicht. Äh, mal gucken, ob ich recht hatte. Warte mal, ich guck noch mal. Mal gucken, ob der Dr. Scherker war mir Gehirn gearbeitet hat. Ja, kannst du das vielleicht auch in die Dings, in die WhatsApp-Gruppe reinfassen? Ja, das ist so richtig. Äh, manchmal Asa White, Wamamba Alpha White, Adith 1251 und Musnad Ahmad Adith 11502. Sehr gut. Okay, und kannst du das vielleicht auch in die WhatsApp-Gruppe nochmal reinmachen? Ja, ich werd das machen. Okay, danke schön. Dankeschön. Okay, dann wünsch ich dir Gottes Segen, Amir, und mach weiter so auf jeden Fall. Okidoki, ciao. Ciao. Tadadadadadada. Einfach, Anishager. Hi, hört man mich gut? Ja, mein lieber Gott segne dich und deine Familie. Dich auch, lieber Amir. Ich, äh, muss, äh, ganz schnell machen, weil ich bin unterwegs, aber ich will kurz was vorsingen. Vorsingen, ja, okay, machen wir fertig. Haltet euch fest, liebe Leute, dass wird in den Charts mit den Titel sicherheit wenn wir durchziehen let me introduce myself und zwar das ist ich bin bereit wenn du es bist 123 kamelurin ich trinke gern kamelurin glaubt daran und du wirst immer leben wie momo im geheimen kamelurin ich mag so gern kamelurin glaubt daran und du wirst immer schön sein drum trinke kamelurin ich werde jetzt ab und zu immer mal hochkommen um das lied zu singen damit wir uns das einprägen ich habe ich habe ja kamelurin richtig dings gemacht salonfähig okay ich muss auch los gottes segen ich bin live dabei und bis zum nächsten mal leute 3 2 1 jetzt alles mal 9 jetzt ist alles mal neun leute drei minuten auf die 100.000 die 100.000 knacken wir jetzt kommt zwei minuten habe die geschafft die 100.000 hallo mein lieber gott wir haben ja schon einmal miteinander gesprochen ich weiß nicht ob du dich erinnerst da hatten wir in der diskussion also wir haben ja miteinander gesprochen ich ist ja auch egal auf jeden fall ich finde es einfach nur schlimm dass du hier so rechte nazi hetze verbreitest und das irgendwie noch unter christlichen glauben mit christlichen glauben versucht zu verstecken aber das ist wirklich einfach nur reinste nazi propaganda also das hat mit religion und irgendwas oder mit irgendeinem gott oder mit irgendwas absolut nichts zu tun ja das ist alles nazi propaganda das ist nazi hetze die du hier betreibst das hat mit einer religion überhaupt nichts zu tun du solltest dich dafür schämen also wirklich du solltest dich dafür grund aufschämen ja und das hat nicht und die frau die gerade drinnen war dass du das dass du so etwas noch der typ ist so banane der sieht nicht dass der islam voll durch und durch politisches und aufruft das gesetz über das gesetz des grundgesetzes zu stecken das kommt davor wenn man zu viel zdf guckte ja so ist das wir kommen gleich wieder meinen rückgrat raus bitte politiknews verschont ich kann nicht mehr was hier abgehen bei dir ist der knaller so ein vollpfosten aber ganz ehrlich mach weiter so mein lieber ich liebe das ist so geil ich schmeiß mich jeden tag hier weg was die leute von schacht lassen wo gibt es besser unterhaltung als hier wo gibt es besser unterhaltung als hier hey danke mein führer mach weiter so gott segne dich in deine familie auf der politiknews verschont mit der unsinn mann warte mit mir nazi keule mit dem armen dr schirker war mir die ganze nur haben wir gottes segeln ich bin ich bin gesperrt das neue ich habe mir diesen account nur geliehen weil ich gesperrt bin ja aber mir ist ja richtig vielseitig ne sagt du bist der autor von buchari du hast den koran du bist jetzt ein die bücher von den reingehen und genau das dahin schreien egal wer innerliche dämon hat er muss es an die auslassen ich aber guck dir das mal an ich wusste mir dass die vom morgens bis abends geben das kann doch nicht wahr sein dass du noch normal geblieben bist ja einigermaßen du hast mehr wunder als der koran du bist noch normal geblieben da oben heftig ne könnt ihr mal sehen ein lebender beweis diese armen deutschen diese linken die wissen gar nicht was mit dem passiert unsere länder sind durch die islamisierung gegangen wir wissen zu 100 prozent was kommt aber sie sind das sind hühner die kfc verteidigen ja ja genau das sind so hühner die ihre eigenen mörder verteidigen ja aber ich hatte ja mal eine theologische frage weil du ja der doktor scheck bist nein du hast mehr ahnung als ich mittlerweile niemals niemals doch 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 mittlerweile seid ihr alle schon gut drauf ja aber wegen 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 kam das ja ich habe ja nur wegen dir angefangen also von daher ich gehe ich mache jetzt auch youtube ich habe jetzt meinen kanal eröffnet ich werde jetzt schöne videos machen zu den ganzen themen aber man ist eine andere frage der allah hat ja jesus an bord gehoben hat ihn ja nicht kreuzigen lassen aus gründen die wir nicht kennen weil dieser isa war ja ein feigling der abgehauen ist aber wenn ihr allah allmächtig ist so allmächtig hätte er jesus nicht sterben und auferstehen lassen können das schlimmste daran ist der der allah hat ja jemand ähnliches wie jesus christus transformiert und hat ein unrecht getan und hat somit eine lasttragende seele die last einer anderen getragen wahnsinn ne ja aber warte mal warte mal das gut dass du das erwähnst du kennst ja diesen hadith äh aus sahih muslim 2667 d äh ich gucke gleich mal wo wo allah sagt er wird am tag des jüngsten gerichts muslime die schwere sünden begehen austauschen durch juden und christen wie funktioniert das er lacht sogar dabei wenn er wenn er die juden und christen die hölle wirft heftig ne er hat ein lächeln aber warum kann dann jetzt auf einmal diese seele die last einer anderen seele tragen sag ich doch das ist ja genau das problem was wir haben aber warum haben die so viele widersprüche weil der koran ein sehr äh äh sehr sehr göttliches buch ist deswegen was er jeder magier hinkriegen könnte jeder jeder aller david copperfield weißt du du musst dir mal vorstellen warte mal denk mal so denk mal so die macht über die schöpfung hat nur gott nur er kann die toten auferstehen lassen aber so eine zaubershow wie menschen verwandeln das kann der satan auch also hat allah nur das getan wozu satan macht hat aber nicht das getan wozu ein schöpfer macht hat und zwar die toten auferstehen lassen siehst du allah hat sich durch diesen fall als satan definiert definiert genau weil wir haben auch geschichten wie von anderen magiern in der bibel ne die auch eine schlange haben zaubern können ja also du siehst auch die magier hatten macht natürlich das ist krass oder aber der herr jesus christus seine macht ist zehn milliarden mal höher ja er kann tote wiederbeleben was er da nicht kann ja krass ja wenn man nur logisch nachdenkt nur diese schritte mal zurück geht und man sagt warum das warum das warum das man kommt immer darauf dass sich allah als satan definiert oder als götze aber er definiert sich nicht als schöpfer weil seine taten sind nicht die eines schöpfers genau so sieht es aus wie von satan ja gut ich gehe wieder runter ich mache platz doch durch abo amir danke für die antwort aber gesagt okay du hast mich wiedererkannt ich glaube du warst dass der so hardcore beleidigt hat ne ja ja aber ne ich möchte dich nicht beleidigen ich habe eine frage nur ja äh ich bin ich hab ich bin eben reingekommen wo ihr geredet habt über scheitern dass er irgendwie anushaare sammelt was meinst du damit ich bin da gerade frisch reingekommen kannst du mir das nochmal kurz erklären ja der muhammad sagt während du am beten bist kommt der satan und stiehlt dir deine anushaare und er hört erst damit auf wenn er einen dicken fetten furz hört also der der scheitern sammelt anushaare sagt er ja genau der sammelt anushaare und er hört erst damit auf bis du ihnen einen furz gibst damit er den auch riecht so ok und wo soll das stehen in musnad ahmad hat dies 11 502 und du denkst das ist richtig das sagt ihr dass es richtig ist für mich ist das der allerletzte hoffen müll ja für mich auch ja dankeschön dann sind deine quellen ein letzter haufen müll ganz einfach aber deine mutter ist doch auch siehs hab ich doch gesagt da kannst du es nicht ertragen du haufen müll ne ne ha 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 Wir müssen diese ganzen Dämonen benutzen, ihr wisst doch, Dr. Scheer, aber man weiß, wie man diese Dämonen benutzt. Ja, war natürlich auch geschockt von seinen ekeler Fruchtwellen. Hallo, mein Bruder, sei gesegnet, du in deiner Familie. Ja, du auch, mein Lieber. Gott segne dich in deiner Familie. Ich bin auch Ex-Muslim. Allerdings hatte ich keine so dramatische Lebensübergabe wie bei dir. Kannst du mal bitte, wo es beruhiger ist? Sorry, ich bin gerade im... Das dürfte mein... Moment mal, äh... Du... Wird's besser? Wird's besser? Ja, ein bisschen besser. Sag mal ein Mikro. Ja, erzähl mal. Also, meine Lebensübergabe war nicht so stark wie bei dir. Du sollst mich klauen, auch wenn du jetzt Ex-Muslim geworden bist. Ja, Hauptsache, dass ich ein Kind Gottes geworden bin. Du sollst nicht klauen, auch wenn du jetzt Ex-Muslim geworden bist. Geh dir das von Kauf aus? Da klaut wieder jemand. Wie? Ich hab dich jetzt... Ich mach nur Spaß. Ich hab dich akustisch nicht... Ich mach nur Spaß. Erzähl weiter, was du da hast. Ne? Also, ich hab etliche Lebenszeugnisse mitbekommen, die waren sehr dramatisch. Wie zum Beispiel einer vom Heroin freigeworte und ohne kalten Entzug und so weiter. Und, also, meine Lebensübergabe war ganz sanft, war ganz einfach, aber sehr tiefgreifend. Allerdings bin ich leider noch der erste wirklich Gläubige in meiner Familie. Und von deren Seite werde ich als geistesgestört betrachtet, was für die ein leichter Lebenswandel, dann weiterer Lebensweg bedeutet. Kannst du später nochmal reinkommen, wenn du ruhiger Hintergrund hast? Ja, ich probier's fünf Minuten wieder. Okay, alles klar. Gott segne dich. Ja. Ja, ist ein bisschen unerträglich, Leute. Das ist heftig, ne? Man hört ihn kaum. Hey, hey, hey. Hey, hey, ho. Äh, erstmal wirfel mich nicht sofort raus, weil, keine Ahnung, ich weiß ja nicht, ob du mit... äh, Kritik umgehen kannst, weil bisher hab ich jetzt nicht viel gesehen. Hey, komm, schon wieder du? Ich? Was? Wie viele Accounts hast du, ey? Das kann doch nicht wahr sein. Wie machst du das? Ey, aber guck mal, wir sind uns bei einer Sache, sind wir uns einig. Wie machst du das? Wie viel Geld gibst du für deine Accounts aus, Mann, ey? Ich hab Geld, mein Lieber. Das kann doch wohl nicht wahr. Da geht das doch in Palästina investieren, anstatt in so sinnlose Accounts, ey. Nee, also, äh, die Leute... Nee, siehst du ja. Ja, die kommen so gut um den Himmel. Weil die Leute mir scheißegal sind, ey. Ja, auf alle natürlich. Ja, hab ich gesagt. Die kommt mit dir? Das kann doch nicht wahr sein, ey. Die hat einfach 50 Accounts, dieses Mädchen, ey. Die kann's nicht sein lassen, ey. Ey, Wake Up, hör auf mit dem Blödsinn. Wach bitte auf. Wake Up ist schon ein guter Name. Aber das sollte auch an dir praktiziert werden. Du musst aufwachen. Sie will mich auch wieder. Ja, anscheinend. Ich hab keinen Nerv für dich heute, Wake Up. Bitte. Bitte. Verschone den Doktor-Schech. Ja, sie hat vielleicht zu viel Aaron Carter gehört. Crush on You oder sowas. Kann auch sein. Er hat auch Leitung von Timbuktu, ey. Was hieß neben Ars ist der größte Fan von dem Himmel? Ja, wait. Armin, wir brauchen den Kamel-Urin-Song. Ja, der wird bald kommen. Macht euch keine Sorgen. Irgendwie krieg ich den schon hin. Irgendwie mach ich das schon, ihr Lieben. Hallo? Hallo, Armin. Hallo, mein lieber Gott. Segne dich und deine Familie. Danke, Gott segne dich auch und deine Familie auch. Ich hab vorhin gehört, ihr habt über einen Satan gesprochen und so. Und mir wurde gerade ein Hadith eingefallen, der sagt, Sahih, glaube ich, ist er von Buhari oder Muslim, sagt er, dass er Satan hat Sex mit sich selbst und zeugt Kinder. Ja, richtig, ja. Das ist auch etwas für Müll, oder? Ja, das ist sehr großer Müll, aber der Satan hört dann auch immer von Elvis Presley, diese Let's Twist Again, damit er sich besser konzentrieren kann. Kennst du das, wenn er so macht, diese Twist von Elvis? Ja, ich hab sehr wenig Elvis geschaut. Leider lagen wir verstanden. Da musst du nur diese Elvis spielen lassen, da musst du dir vorstellen, wie diese Twist, weil der hat in den Schenkelseiten hat er eine Vulva und eine PENIS und dann macht er die ganze Zeit selber. Und wie viel, weiß ich nicht, leider wie viele Kinder kann er erzeugen am Tag oder im Jahr, keine Ahnung. Oh, das ist heftig, der kann viele, viele Eier setzen. Das ist heftig, der ist sehr, sehr fleißig, der Schaitan in Israel. Ja, Alina, es gibt eine Sahih, also eine Sahih-Hadis, das ist hundertprozentig so. Ja, so ist das. Ja, das sind so abgefahrene Aussagen von Mohammed in den ganzen Hadithen. Ja, traurig, traurig. Also leider, wenn ich etwas sowas erzähle oder weiterleite einfach, ich werde beschimpft, bedroht und alles Mögliche muss man sich schlucken, statt dass die Leute etwas lernen, etwas von der Wahrheit erfahren. Was meinst du, wenn Bukhari und Muslim heute leben würden und sie sowas über Mohammed verbreiten, was sie in den Büchern gerade zu verzeichnen haben? Morgen werden die beiden aufgehangen, verstehst du? Ja, das ist das. Ja, aber weil die nicht mehr leben, können die Muslime nichts mehr sagen. Die akzeptieren das halt einfach, ne? Ja, die sagen, es ist keine glaubwürdige Kette von Überlieferungen und Übertragungen. Das kann nicht Sahih sein, vielleicht ist Hassan oder Daif oder so. Immer eine Ausrede parat. Ja, leider. Ich verlasse dich, mein Lieber, und hoffe, der Satan wird nicht so viele Kinder zwingen. Ja, okay, alles klar. Gott segne dich und deine Familie. Danke, Gott segne dich auch deine Familie. Ciao. Ich habe einmal mitgekommen, du hast dich Lust gemacht, weil angeblich in Sahih Bukhal steht, das, äh, kaum mal zu Ende und dann rede, bitte. Okay, eine Minute. Okay, besser? Also du meinst ja, ähm... Du hast ja Lust gemacht, dass man im Paradies angeblich eine Palme als Dings bekommt, also einen erregten... Ja, einen Palmen-Penis, genau. Äh, Jesus, als der Mensch war, hat er einen erregten Penis, ja oder nein? Mein Lieber, noch einmal sagst du sowas, dann gehst du raus, okay? Und wie alt war Rebekka eigentlich? Äh, sie war ungefähr 17 bis 20. Wie alt war Aisha ungefähr? Aisha nach uns schieten, äh, über 18. Aber bei den Sonnen nicht sechs. Ja, ich weiß, aber welche Quelle würdest du eher vertrauen? Eine, die, die auch hunderte Jahre noch später kam, oder die früheste Quelle? Ja, natürlich meine Quelle, aber die kam ja nicht hundert Jahre später. Äh, aber der Koran sagt darin 65 Vers 4, dass man Kleinkinder, die noch nie menstruiert haben, heiraten darf und sich auch wieder von ihnen scheiden lassen kann. Babys. Und das... Aber vor 1400 Jahren waren ja auch die Frauen an, also die, die jetzt, die sechs, keine Ahnung, die zehnjährigen Mädchen, so wie die zwanzigjährigen Frauen von heute. Achso, du sagst also, eine Neunjährige war auf einmal zwei Meter groß und hatte solche Riesen, äh, Dings, ne? Na, so meine ich das nicht, in der Reife, im Kopf, her. Achso, also im Kopf waren sie reif, aber ihr Aussehen war immer noch wie eine Neunjährige, ne, du Geistesgestörter? Das weiß man nicht. Hast du doch gerade gesagt. Ja, du und ich, wir haben doch nicht vor 1400 Jahren, äh, ähm, in der Zeit von, äh, Mohammed gelehrt, dass wir Aisha gesehen haben. Und sie war auf jeden Fall auch über 18, wenn man das rechnen würde. Würdest du es übers Herz bringen, eine Neunjährige anzufassen? Nein, natürlich nicht. Ist also dein Prophet nicht ein tolles Vorbild, wenn er das getan hat, ne? Er war, äh, Aisha war 18 bei uns. Wie kommt es, dass dein Koran dann sagt, dass du Kleinkinder, die noch nie menstruiert haben, heiraten darfst und dich von ihnen widerscheiden lassen kannst? Wo steht das? Ich guck jetzt nach. Sura 65 Vers 4. Sura 65 Vers 4, warte, ich wollte dir kurz. Soll ich dir auch deine schiitische Auslegung dazu geben? Was denn? Ja, wie war es denn? Du bist doch Schier, hast du doch gesagt. Ja. Ja, also soll ich dir die schiitische Quelle geben, dass du siehst, dass seine Schiiten auch damit einverstanden sind? Selbst dein Imam, äh, Khomeini sagt, dass man Schenkelverkehr mitzüge... Ich bin nach Baria, ich bin nach Baria. Ist doch völlig egal, es gibt doch Millionen. Nein, ich höre, ich, ich, äh, wir hassen Gelehrten, wir befolgen die nicht. Okay, dann sag öffentlich, was du hältst von ihm. Von wem? Von Imam Khomeini. Also ich halte mich aus diesen Parteien fern, von diesen Gelehrten, weil Gelehrte können menschlichen Fehler, die können Fehler machen. Warum hat er in dieser Sache einen Fehler, warum hat er denn in dieser Sache, was dich natürlich entsetzt, warum hat er da einen Fehler gemacht? Wo hat er einen Fehler gemacht? Ich frage dich, warum hat er in dieser Sache einen Fehler gemacht, in anderen Sachen nicht? Ist das, weil du dich schämst, oder warum? Nein, ich bin nach Baria, ich befolge einfach keine Gelehrten, weil ich weiß, dass die Imame schlauer waren als Menschen. Okay, die haben wir verstanden. Zeig uns, dass der Imam Khomeini einen Fehler gemacht hat in seiner Auslegung. Ich habe gesagt, ich befolge keine Gelehrten, deswegen kann ich nichts dazu sagen. Würdest du er Jesus befolgen oder ein Priester? Ein Herr Jesus Christus, Mann. Ja, und ich befolge er die Imame und die Ahlobet als Imam Khomeini. Aber die sind doch fehl, das sind doch normale Menschen, Jesus Christus war sündlos. Ali und Mohammed auch. Ali und Mohammed waren sündlos? Ja, was hast du gegen Ali? Also gegen Mohammed, ich weiß, wegen Saib Khary, aber hast du auch was gegen Ali? Aber der Koran sagt doch, dass der Mohammed ein Sünder ist. Wo? Sura 48, Vers 2. Okay, warte, warte, ich gucke jetzt nach, ich habe den. Sura, warte. Sura 11. Welche Sura? Welcher wäre es? Welcher wäre es? Sura 48, Vers 2. Damit dir Allah das von deinen Sünden vergebe, was vorher war und was später sein wird. Und damit er seine Gunst an dir vornimmt und dich einen geraden Weg leitet. Siehst du? Aber du bist gerade zu Mohammed und Mohammed kriegt diesen Vers gerade. Willst du ein weiteres Vers haben? Was sagst du eigentlich zu Sura 33, Vers 33? Willst du einen weiteren Vers haben? Was sagst du? Sura 47, Vers 19. Sura 47, Vers 19, okay. Okay, warte, ich schätze mich kurz hin. Sura 47, Vers 19. Sura 47, Vers 19. Ich habe jetzt gesagt, ich darf sie von deinen Gelehrten hier, die über das Thema Kinderheirat sprechen. Da hat jemand eine Frage gestellt und der beantwortet auch die Frage. Welcher wäre es? Sura 47, Vers 19. Vers 19, okay. Wisse also, dass es keinen Gott außer Gott gibt und bitte um Vergebung für deine Sünden und für die gläubigen Männer und die gläubigen Frauen. Allah kennt euren Wandeln und euren Aufenthalt. Siehst du? Wo sagt er, dass Mohammed ein Sündiger ist? Mein Gott ist das nicht. Aber was sagst du zur Sura 33, Vers 33? Kannst du bitte mal bei dem Thema jetzt gerade bleiben? Ja, das geht ja um den Thema. Ich kann dir sogar gerne vorlesen. Hast du gerade selber gelesen, dass Mohammed für die Sünden, für sich und für die anderen beten soll, mein Lieber? Guck. Oh, warte. Haltet euch in euren Häusern auf und stellt euch nicht zur Schau. Wie in der Zeit der früheren Unwissenheit verrichtete das Gebet ein, entrichtet die Abgabe und gehorcht Allah und seinem Gesandten. Allah will gewiss nur den Makel und entfernen ihr Angehörigen des Hauses und euch völlig schrei machen. Und du kannst sogar in Sahi, Bukhari und in Al-Kaifi lesen, dass er damit die Ahlubayt meint. Dass die rein sind. Dass er hat ja die Ahlubayt unter einer Decke. Wann kamen denn die Tafside, die geschrieben wurden, mein Lieber? Hm? Wann kamen diese Tafside, Auslegungsbücher, die geschrieben wurden, sind, um etwas in den Koran rein zu interpretieren? Ein paar Jahre später nach dem Koran. Ein paar Jahre später, natürlich, klar. Jetzt heute hast du meine Hausaufgabe, gebe ich dir. Und dann schaust du mal, wann die Bücher entstanden sind, um diese Auslegung im Koran zu geben. Dann kriegst du Schock. Dann sagst du nicht ein paar Jahre, sondern ein paar hundert Jahre. Okay? Ja, warte noch was. Ich suche es kurz. Wann sind denn die Hadithbücher des Shia entstanden? Weiß ich, habe ich noch nicht nachgeguckt, aber ich kann nachgucken. So, mach mal das groß, kannst du mir das vielleicht erklären? Lies vor. Samuel hatte angeblich 1000 Frauen gehabt. Ja. Ich kann es nicht schließen, weil es so klein ist. Hörst du mich hier? Der wird dann ein Haus für meinen Namen bauen und seinen Königtum werde ich ewig Bestand geben. Ich werde sein Vater sein und er soll mir Sohn sein. Insgesamt hat er 700 vernehme Frauen und 300 Nebenfrauen, die ihn immer mehr beeinflussen. Hast du das gehört? Ja, und? Hat Gott das gebrochen? Aber dein Gott Allah sagt, geh und spann Zeynep dem Seid aus. Das ist das große Unterschied. Und da kamen die Inscharen zu Mohammed und haben sich angeboten für Yastanki. Du weißt, was das ist. Kannst dich mal auseinandersetzen. Dann wird in Suche 33, Vers 50. Und Mohammed hatte die Qual der Wahl. Er hat sich ausgesucht. Du kannst kommen. Du geh mal zur Seite. Komm mal hier ein bisschen. Meine Frau werden. So heftig ist das Heftige. So heftig ist das Ganze. Das ist der himmelweite Unterschied zwischen dir, deinem Gott und den Propheten aus dem Alten Testament, die etwas tun außerhalb Gottes Befehl. Verstehst du? Dein Gott sagt, oh Mohammed, geh und nimm diese Frau. Mach, nimm diese zu deiner Frau. Warum verbietest du dir etwas, was ich dir geboten habe? Mach weiter Unzucht. Der Gott der Bibel bestraft David für seine Taten. Der Gott, der Islam sagt, super hast du gemacht. Mach mal weiter. Aber könnte ich dich fragen, du meinst ja, du bist mit, du meinst das vor einem Monat oder vor ein paar Wochen, du bist mit einer schietischen Familie aufgewachsen, aber warst selber ein Sunni. Könnte ich wissen, warum? Nein, ich habe gesagt, ich bin in einer Schia-Familie aufgewachsen, habe mich aber für die sunnitische Richtung interessiert gehabt. Aber warum? Ja, weil alle mich herum ja diesen Weg gegangen sind. Also hast du an einen Gott geglaubt mit zwei Händen? Ja, keiner. Es gibt doch nicht so viele. Aber du hast doch, also hast du an einen Gott geglaubt mit zwei rechten Händen? Soll ich dir zeigen, dass dein Gott einen Hintern hat? In Bihar Al-Anwar. Ja, wo? Ja, Bihar Al-Anwar, Band 4, Seite 36. Allah hat einen Hintern bei euch und sitzt auf dem Stuhl. Du ladest ja das auf YouTube hoch, dann gucke ich mir das dann an. Ja, okay, ich danke dir für die Kamelurin. Vielen Dank, mach's gut, mein Kleiner. Ciao. Ja. Doch nicht bei mir machen, Mann. Nein, danke, danke. Hallo. Hallo. Wie geht's dir? Danke. Danke. Hamdali Jesus, mir geht's gut. Und dir? Danke auch, alles super. Bestens. Das freut mich. Ich muss sagen, ich kenne dich schon länger. Ich habe das allererste Video, was ich von dir gesehen habe, ist, da bist du zu diesem Stand gegangen. Wie hieß der nochmal? Abunadjir? Wie hieß der? Abunadjir. Abunadjir. Was ich dich eigentlich fragen wollte, ist, wieso bist du so gegen den Islam? Ja, ich finde, die ganze Zeit so Sachen so, Allah hat einen Hintan, so, weißt du, was ich meine? Der steht doch da, aber der steht in diesen ganzen Quellen. Aber ich denke mir so, Astagfirullah, so, das hat er doch nicht gesagt, so, weißt du, was ich meine? Aber ich kann doch nur das Video geben, was da steht. Meinst du, das ist alles ernst? Ja, der steht da. Ich habe das Ganze, guck mal, ich habe das Ganze, alles, den Islam, ich habe das von meinen Eltern beigebracht bekommen. Ich habe den auch, zum Beispiel, du sagst ja den anderen Leuten, da steht irgendwas mit töte den oder töte den anderen. Du sagst ja diese Stellen, du sagst ja, was da steht. Weißt du, was ich meine? Ja. Und wenn ich das meinen Eltern erzähle, die sagen, das stimmt nicht und so. Und das ist nicht der richtige Weg. Weißt du, was ich meine? Ja. Ich habe das Ganze anders kennengelernt. Ich habe gesagt, du darfst keinem Menschen irgendwas tun, der andere Religion hat. Der nicht sehr andersgläubig ist. Du siehst, dass du die ganze Zeit etwas Falsches gelehrt bekommen hast. Denn wenn du die Geschichte des Islams dir mal gründlich durchgegangen wärst und das Leben von Mohammed dir betrachtet hättest, dann wärst du zu einem anderen Ergebnis gekommen. Nämlich, dass deine Eltern überhaupt gar keine Ahnung haben und dich von morgens bis abends angelungen haben, was das Leben von Mohammed betrifft und wie der Islam sich verbreitet hat. So einfach ist das. Der Islam, ja, der Islam ist doch was Schönes, mein Bruder, oder nicht? Ja, was findest du daran schön, dass deine Vorfahren alle nackentherapiert wurden? Ist das schön? Das waren doch auch deine Vorfahren bestimmt. Ja, ich find das nicht schön, dass meine Vorfahren massakriert wurden und ich heute, also ich durch diese ganzen Sahaba dann Muslim geworden bin. Meinst du, das bin ich auch? Natürlich, alle, alle Länder um Saudi-Arabien herum. Syrien, Irak, Sudan, Pakistan, Afghanistan, Iran, Jemen. Alle wurden gewaltsam übernommen. Marokko, die ganzen Maghreb-Staaten. Was denkst du? Denkst du, Islam ist Kuschel-Religion? Nein, mit dem Schwert hat er sich verbreitet. Das wissen alle. Ja, nicht nur, nicht alle Länder. Länder wie Indonesien haben sich... Ja, Indonesien, komm, ich bitte dich. Ich meine jetzt die ganzen Länder um diese arabische Halbinsel herum. Du siehst, dass der Islam sich mit Gewalt durchgesetzt hat, weil Mohammed angewiesen worden ist, die gesamte Menschheit zu bekämpfen. Das ist das. In der Zeit gab es sehr viel Krieg. Da gab es vorher noch eine große Völkerwanderung. Da gab es sehr viele Probleme. Da, wo Krieg ist, ist Islam immer mittendrin. Das ist ja das Heftige. Überall, wo Krieg ist, ist Islam immer mittendrin. Statt nur dabei. Aber du hast dich jetzt zum Beispiel, du hast dich jetzt zum Christentum entschieden. Nein, ich habe mich für Jesus Christus entschieden, nicht für Christentum. Okay, aber ist es noch nicht dasselbe? Nein. Der Herr Jesus Christus ist frei von irgendwelchen Denominationen. Er ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt in den Himmel zum Vater als nur durch ihn. Also ist er gar keine Religion, sondern der lebendige Gott, der Mensch wurde, um uns den Weg zu zeigen, um in den Himmel zu kommen. Nämlich durch ihn selbst. Im Islam kommt dir Jesus auch vor, aber der heißt ja Islam. Ja, aber ist das der echte Jesus, an den du glauben solltest, oder ist das irgendein verfälschter, gefälschter Jesus, der dir von irgendwer dir so gesagt hat, an den du glauben solltest? Aber das ist nicht der echte Jesus. Kannst du mal aufhören, was du sagst? Also du glaubst an Jesus, du glaubst dich an Katholik, also du bist kein Katholik oder so, ne? Weder noch, nein. Ich bin ein Kind Gottes, der Buße getan hat und den Herrn Jesus Christus als sein Herrn und Heiland angenommen hat. Okay, und was ist jetzt, was ist eigentlich der Unterschied zu dem Islam, so? Fühlst du dich damit wohl? Natürlich, dem Islam gibt dir überhaupt gar keine Garantie auf Sicherheit deiner Vergebung, der Schuld. Allah sagt in Surah 66, Vers 8, vielleicht werde ich euch eure Sünden vergeben. Vielleicht. Da fragt man sich allen erstens, vielleicht, Allah, bist du nicht sicher, ob du mir meine Sünden vergibst oder nicht? Und dann siehst du auf einmal in Surah 9, Vers 111, gibt es die Garantie von Allah für Sündenvergebung, indem du dich selber quasi, ne, und andere, ich kann das Wort nicht erwähnen, sonst werde ich eventuell noch gesperrt. Okay, da steht aber auch, dass er alle Sünden vergibt, außer einer. Außer Abgeordneter wird doch alles vergeben. Ich habe gesagt, da wird doch auch beschrieben, dass alles aus der Abgeordnete Reihe, wie sagt man? Ja, du meinst Tirk, Allah. Ja, ja, alles aus der Schild wird doch vergeben, oder nicht? Ja, also, wie kann denn dann Mohammed Vergebung bekommen haben, wenn der von Satan Ferse in den Mund gelegt bekam und seine Knie vor Allah, Al-Uzza und Manat gebeugt hat? Surah 22, Vers 52. Das war bevor der Islam ziehen kann. Das war doch die Jahi hier. Islam, mittendrin. Ich weiß nur, ich weiß nur, dass er die Botschaft überbracht hat von Allah, dass der Engel, dass der Erzengel sich ihm offenbart hat in der Höhle, im Berg, im Bad. Wie hat sich denn dieser Erzengel denn offenbart, indem er ihn gepresst und gewürgt hat, bis zum Gehtnichtmehr? Die Geschichte allein ist schon voll dumm. Allah, der Al-Wissne, schickt seinen Engel, der Mohammed wirkt, obwohl er nicht lesen und schreiben kann. Und sagt zu ihm, lies. Und er macht das nicht einmal, sondern dreimal. Ich muss immer wieder darüber lachen, ey. Allah, der Allmächtige, der Allwissende, schickt einfach seinen Engel, der ihn dreimal wirkt. Und sagt, lies. Was soll er denn lesen? Er kann doch nicht lesen. Wusstest du das nicht? Verstehst du nicht, wie lächerlich? Das ist wie ein Märchen aus Tausend und einer Nacht. Das sind so gute Nachgeschichten aus den arabischen Ländern so. So was hast du als gute Nachgeschichte vorgelesen bekommen. Und dann wollen die mir das als Gottes Wort verkaufen, weißt du? Und dann siehst du auf einmal, wie kam denn der Engel Gabriel in der Bibel den Leuten? Genauso hat er die gewürgt. Nicht eine einzige Stelle gibt es in der Bibel. Also glaubst du doch an die Bibel? Oh mein Gott. Ich danke dir und ganz nett für Kamilorien. Dankeschön. Danke. Danke für Kamilorien. Das ist unglaublich. Also glaubst du doch an die Bibel? Jetzt habe ich die ganze Zeit eine Stunde um sonst geredet. Einfach, das war nichts. Das war heftig. Also glaubst du doch an die Bibel? Natürlich glaub ich an die Bibel. Nicht schlecht. Das hört sich sehr, sehr schön an. Das hast du super gemacht. Danke für Kamilorien. Danke für Kamilorien. Mach nochmal. Ohne, die macht uns Kaffee. Mach mir Kaffee, mach mir Kaffee, aber schnell, aber schnell. Bitte bring mein Kaffee, bitte bring mein Kaffee, bitte bring mein Kaffee, zum Doktor Chef, zum Doktor Chef. Hallo. Hallo, hast du Kaffee gemacht? Grüß dich mein Lieber. Grüß dich mein Lieber. Salamu alaikum. Ja, alaikum salam. Hast du für uns Kaffee gemacht? Ich habe für dich einen Kaffee gemacht, mein Lieber. Wie geht es dir? Ja, hamdol Jesus, mir geht es gut. Wie geht es dir? Hamdol Jesus, mir geht es auch gut. Ja, perfekt. Sag mal, Kollege, du glaubst doch, dass Jesus Gott ist, wahr? Ja, Amen, natürlich. Ja, wer ist dann Jehova in der Bibel? Jesus Christus. Aber warum? Wie kann das denn sein? Jehova wird doch in der Bibel als Gott beschrieben. Ja, gibt es nicht. Jesus Christus bezeichnet sich selber als Jehova. Aber wie muss man ihn dann ansprechen? Mit Jesus oder mit Jehova? Was bedeutet denn Jesus? Was bedeutet Jeschua? Das ist der Sohn Gottes. Aber was bedeutet der Name Jeschua, Jesus? Weiß ich nicht. Jehova rettet. Okay. Siehst du, du musst dich hinsetzen. Und als Jesus auf dem Kreuz hat er doch gesagt, Vater, ich vergib ihnen. Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Genau, er nennt seinen Gott Vater. Aber er nennt selber Gott, sagst du. Genau, der Sohn hat sich untergeordnet, wurde Mensch und hat die Stellung auch eines Menschen angenommen und mit diesem verheiligten Körper ist er wieder aufgefahren zur Heiligkeit. So wie der Vater ihn mit Gott anredet, so redet auch der Sohn ihn mit Gott an. Hebräer 1, 8 bis 12. Du musst die Bibel lesen. Okay. Komisch. Also ich glaube daran, dass Jehova der Vater ist und Jesus der Sohn ist. Und nicht, dass die Dreieiligkeit der Sohn, der Vater und der Heilige Geist in eins ist. Ja, wie erklärst du dir dann zum Beispiel, dass der Jehova im Alten Testament sagt, in Jesaja 44, 6, Ich bin der Erste und der Letzte und außer mir gibt es keinen Retter, keinen Gott. Genau, und nur durch den Sohn kommt ihr zum Vater. Nee, warte mal. Du siehst also, dass Jehova im Alten Testament durch den Propheten Jesaja sagt, Ich bin der Erste und der Letzte und außer mir gibt es keinen Gott. Und dann sehen wir auf einmal, dass Jesus Christus sich selber diesen Titel gibt, Erste und Letzter. Und siehe, ich war tot und lebe doch von Ewigkeit zu Ewigkeit. Wenn Jesus Christus nur der Sohn Gottes ist oder was? Wie kann er denn von Ewigkeit zu Ewigkeit leben, wenn er nicht Gott, Jehova selber ist? Okay. Keine Ahnung, gibt für mich keinen Sinn. Für mich ergibt das Er, Sinn, dass... Du willst das nicht zulassen, das ist das Problem. Das ergibt schon Sinn, du willst es nicht machen. Das wird ja auch so beschrieben in der Bibel. Der redet ja auch davon, mein Sohn. Er sagt ja nicht, ich bin selber Gott. Ja, aber warte mal, in Jesaja 9, 5 steht, Ein Kind ist uns gegeben, ein Kind ist uns geschenkt, ein Sohn ist uns gegeben. Und man nannte seinen Namen wunderbarer Ratgeber, starker Gott, ewig Vater Friedefürst. Also der Sohn wird mit starker Gott angeredet, das geboren wird. Okay. Und als... Das war gerade so seine Richtigkeit. Okay. Würdest du dich jemals vor einem Baby niederwerfen und ihn anbeten? Nein, natürlich nicht. So, aber diese Sternendeuter haben ja den Stern aufgehen sehen und wussten ganz genau, der Retter ist geboren. Matthäus 2, 11. Und sie warfen sich anbetend vor dem Kind nieder und beten es an, den Herrn Jesus, als Baby schon. Sie wussten, dass der Retter geboren wurde. Okay. So ist das. Lies die Bibel einmal aufrichtig und dann wirst du sehen, Jesus Christus ist der allmächtige Gott. 1. Johannes 5, 1. Johannes 5, 20. Wir wissen, dass der Sohn Gottes gekommen ist, um uns Verständnis zu geben, den Wahrhaftigen zu erkennen. Und wir sind in dem Wahrhaftigen, in seinem Sohn Jesus Christus. Dieser ist der wahrhaftige Gott und das ewige Leben. Amen. 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 Na ja, na ja, mal schauen, mal schauen. Ich muss jetzt meinen Kaffee weiter trinken, ne, mein Lieber? Okay. Und merke dir ganz wichtig, wie heißt du nochmal mit Vornamen? Dr. Cheikh Abu Amir. Dr. Assalamu alaikum. Merke dir ganz wichtig, mein Lieber, im Paradies erwarten uns unsere 72 Jungs. Eine 72-jährige Oma. Hey, hör mal zu, mein Lieber, hör mal zu. Ich habe irgendwo mal ein Hadith gelesen, ne? Ich will mich nicht lustig machen oder so. Hey, hör mal zu. Ja. Da war so ein Typ live, und das war so ein Dunkelläutiger, ne? Und der so, der liest so ein Hadith vor, der so, und wir werden den Allmächtigen auf seinem Bett und seinen Stuhl vorfinden. Und dann so sehr mit seinem Akzent. Warum hat Allah Bett und Stuhl? Stimmt das wirklich? Wie steht das der? Erklär mal. Ja, stimmt. Das steht in einer der Überlieferungen von den Gelehrten in ihren Büchern, dass der, als der Mohammed seinen Gott gesehen hat, wie er auf dem Stuhl liegt oder sitzt oder auf dem Bett liegt. Also wird erklärt, dass Allah ein Bett und einen Stuhl hat. Ja, richtig, genau. Aber wie lange schläft Gott? Ich weiß nicht, was Allah mit einem Bett braucht. Was will er mit deinem Bett? Will er die Hude in Ayn da drauflegen, oder was? Ich habe dann so mit einem Kollegen darüber geredet, ne? Und ich so, Bruder, Allah hat dein Bett und einen Stuhl. Der so, ja, dann lass den doch. Ich so, ja, okay, aber wie lange schläft jetzt Allah? Hat der Hausschuhe? Stell dir vor, der macht so Tür auf, der kommt mit Hausschuhe rein. Der zieht seine Pantoffeln an. Hausmeister, Hausmeister Krause. Ohne Spaß, sag mal zu. Ich sag dem so, stell mal vor, der macht Tür auf, der macht Tür auf, mit Pantoffeln, mit so Häschen. Bruder, ich bin gestorben, ich hörste, ich saß in der Schisch, aber ne? Bruder, ich bin vor an diesen Stuhl gefallen. Ich kann das jetzt noch, und dann habe ich gesagt, dann habe ich dem gesagt, okay, das heißt also, hör mal zu, das heißt, er hat also ein Bett, und wir wissen, jeder hat 72 Jungfrauen. As-salamu alaykum, aprekato. Der kommt einfach als Hausmeister Krause. Ich gehe kaputt, ey. Bitte. Du hast mir schon wieder mein Rückgrat rausgeholt. Danke dir dafür, mein Lieber. Gottsegen. Ich kann meinen Kaffee jetzt trinken. Gottsegen. Okay, viel Spaß bei deinem Kaffee. Mach's gut, ciao. Ich auch, ciao. Ich bin vor meinen Stuhl gefallen, sagte er. Bester Mann. Oh Mann. Hallo, ich habe eine Frage. Wer war da gerade, der so geflüstert hat? Wie meinst du? Hat da jemand geflüstert? Das war mein Kollege. Ja, was hat er zu dir gesagt? Was hat der Waspwasser gemacht bei dir? Leute, dieses Bild. also, also, du mal, die Kleine, hör mal zu. Wir stehen alle immer entlarven, diese Gibrils. Das habe ich doch für euch in meine WhatsApp-Gruppe geschickt, Mann. Wo steht das mit dem Bett unter dem Stuhl? In der WhatsApp-Gruppe habt ihr das direkt parat. Was geht? Nicht viel, ne? Ein bisschen hier rumschnacken. Rumschnacken. Ich möchte ganz kurz mit dem Thema sprechen, diese, wie nennt man das, diese Ungläubigen, diese Käfis in der Schule, das sind Moslems, und dann sagen die mir, in der Schule, dass man kein Schwein essen darf und so, und dass man richtig religiös ist, kein nichts mit anderen Mädchen in der Religion und so. Why, why, am nächsten Tag sei die in Diskothek mit irgendwelchen Christenmädchen rumhängen, Alter. Ich tricke Käfis. Die beten auch nicht wie vor einem Tag. Ja, so ist das nun mal. Das sind Euro, das ist der wahre Islam, Euro-Shisha-Ismus. Das sind die Euro-Shisha-Iten. Das ist die wahre Freunde des Islames. Oder deine Freund, der sagt, dass er Mosle ist und ich trete der Christenkette. Da will er mich verarschen? Ja. Richtiger Mosle. Nicht nur das, die meisten rauchen dann sogar Bon dann im Schul, hier. Die nehmen ganze Bon mit. Da rauchen die sich ganz in 20 Minuten Pause. Das muss ja Gong in das Zeug, ne? Einmal zählt man das ja nicht aus. Geil. Habt ihr das wieder vermisst, ne, ihr Lieben? Ein bisschen mit Dr. Scherer, Lachflusch. Grüß dich. Hallo, mein lieber Gott. Grüße dich. Ja, grüße dich. Okay. Vorhin hast du gesagt, dass Jesus ist der Retter, richtig? Ja. Aber in Johannes 12, ja? Ja. 47. Was lesen wir da? Und wenn jemand meine Worte hört und nicht glaubt, so richtig ihn nicht, wenn ich, denn, ich bin nicht gekommen, um die Welt zu richten, sondern, damit ich die Welt rette, richtig? Siehst du? Richtig, genau. Aber diese Rettung, diese Rettung, jeder Prophet, jeder Prophet ist da auch zu retten. Wenn ein Prophet Recht leitet, dann ist auch ein Retter, richtig? Ein Prophet kann Recht leiten? Genau. aber dürgst du die Leute gerade an. Allah leitet Recht, wen er will. Kein Prophet? Richtig, richtig. Aber einmal richtig, einmal sagst du Propheten leiten Recht und einmal sagst du Allah leiten Recht. Aber was steht in Rosier 13, 4? Guck mal, hast du schon mal gelesen? Ich aber bin der Herr, dein Gott vom Land Ägypten her und außer mir kannst du keinen Gott und es gibt keinen Retter alles mich allein. Dankeschön, dann ist Jesus Christus ja der Retter, der geboren wurde. Nein, 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 nein. Hier ist Gott, der Herr, der Herr, der Herr. Also Jesus kann sich selber nicht retten. Kannst du bitte mal Matthäus 2, Vers 11 aufschlagen? Nee, sag du selber, sag du selber. Sag du selber. Ich habe meinen Vers selber gebracht, dann bring dein Vers. Okay, du hast gerade gesagt, dass der Gott des Alten Testaments der Retter ist, richtig? Nur er allein ist der Retter. Allein, guck mal. Und wenn irgendein Prophet rettet, klar, wenn er zur Rechtleitung, wenn er Menschen recht leitet, dann rettet er auch. Du hast dich gerade selber hier raus genockt, so ein Knockout. Drei Sachen, drei Sachen, du musst entweder antworten oder nicht. Jetzt erst mal erzähl dein Vers. Guck mal hier, Lukas 2, Vers 11, denn euch ist heute in der Stadt Davids der Retter geboren, welcher ist Christus, der Herr. Und das sei für euch das Zeichen, ihr werdet ein Kind finden, in den Windeln gewickelt, in der Krippe liegend. Jesaja 7, 14. Genauso Jesaja vorhin, guck mal, wo du irgendwie, uns wird ein Kind geboren, da ist Jesaja. Ja, und nicht Jesus. Diese Prophezeiung bist du... Du hast gerade eben gesagt, du hast... Nee, 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 vorhin. Habi, habi, komm mal runter. Du hast doch gerade gesagt, dass der Retter, es gibt nur einen Retter. Und das ist Gott, der Herr, richtig. Richtig. So, und dann sehen wir, dass Christus, der Herr, geboren wurde, dieser Retter. Ich hab dir vorhin gesagt, dass der Retter, wenn er, wenn du ihn betrachtest, wenn du ihn betrachtest, alles ein Prophet, ein Prophet, dann ist ein Retter, richtig. Wenn du aber siehst, mit einer christlichen Perspektive, mit deiner christlichen Brille, natürlich für dich ist er ein Retter. Dann haben wir ein Problem. Dein Koran, dein Koran sagt in Surat Al-Baqarah, Ayah 210, dass Allah auf den Wolken hierhin kommt. Allah, genau. So, welcher Vers, welcher Vers? Moment, Moment, welcher Vers? Surat Al-Baqarah? Surat Al-Baqarah, Ayah 210. Schau dir mal bitte diesen Vers an. 210, okay. 210. 210. So, Halli, Ich spreche das erstmal auf Agabisch, bevor wir jetzt auf diesen komischen Übersicht übersetzen. Dein Problem übersetzt ist alles falsch. Das ist das Problem, was du hast. Das ist das Problem, was du hast. Das ist richtig. Das ist am jüngsten Tag, diese Beschreibung. Geh mal in Tafsir und du wirst sehen, wie das irgendwie richtig... Hast du mal verstanden den Kontext? Okay, was steht da? Allah kommt auf Wolken, richtig? Wie? Ja, dann beschreib. Was hast du verstanden davon? Erzähl mal. Du bist doch der arabische Experte. Was steht da? Du? Was hast du verstanden? Weil du übersetzt immer falsch. Okay, das sind doch deine Muslime, die das für uns übersetzen. Ich hab das übersetzt. Ja, was steht da? Was hast du verstanden? Was hast du verstanden? Ich habe das gerade aus dem Arabischen gelesen. Habe ich etwas Falsches gesagt oder steht das wirklich da? Ich habe das verstanden. Aber du, was hast du verstanden von diesem Vers? Kommt also Allah auf Wolken zu uns? Nein. So ist... Am Wolken? Wie, wie, wie? Wo steht das am Wolken? Wo steht das? Okay, warte. Ich lese es dir vor. Guck mal hier. Deine Übersetzung. Ich habe nichts mit dieser Übersetzung zu tun. Erwarten Sie etwas anderes, als dass Allah in Schattendächern aus Wolken zu Ihnen kommt und die Engel? Doch dann wird die Angelegenheit entschieden sein und zu Allah werden alle die Angelegenheiten zurückgebracht. Siehst du? Erwarten Sie etwas anderes, als dass Allah in Schattendächern aus Wolken zu Ihnen kommt? Dieses aus Wolken auf Wolken zu Ihnen kommt. Was ist das? Was macht Allah da? Guck mal, guck mal. Guck mal. Erstens ist es am jüngsten Tag. Diese Ereignisse... Okay, habe ich verstanden. Habe ich verstanden. Am jüngsten Tag. Okay, kein Problem. Ja, am jüngsten Tag. Dass Allah auf Wolken kommt. Das ist also ein Beschluss, dass Allah für sich selber setzt. Und keiner darf auf Wolken kommen, richtig? Ja, aber guck mal. Was wird da erzählt, wenn Jesus kommt? Was erzählt? Wie wird Jesus kommen? Habib, darf sich irgendjemand anderes als Allah so einen Satz zuschreiben, dass er auf Wolken zu uns kommt? Wenn das beschrieben ist, du verstehst, dass das auf Wolken wie ein Trickfilm oder so. Nein. Du verstehst selber so. Gehen wir davon aus, dass das auch so, wie sagt man, metaphorisch gemeint ist, dass er auf Wolken zu uns kommt. Allein diese Tatsache, dass Allah so auf den Wolken zu uns kommt, jetzt auch metaphorisch gesehen. Darf das irgendein Wesen von sich selbst aus sagen, ich werde mit großer Macht und auf Wolken zu euch kommen? Oder macht er sich damit aber gleich? Guck mal, wenn wir jetzt paar Versen im Bibel und dann wird gefragt, jeder Christ, der fragt, das sind metaphorisch gemeint. Das ist metaphorisch gemeint. Okay, das allein ist metaphorisch oder ist das echt? Hier ist eine Gelegenheit am jüngsten Tag, ja, am jüngsten Tag. Und dann, wenn es das am jüngsten Tag, das musst du so annehmen, wie das ist. Aber du kannst selber nicht beschreiben, das ist die Al-Aqida von Muslimen, die ist ja schon drin ist. Du nimmst das, wie das ist, aber du kannst es nicht beschreiben. Bitteschön. Dennoch sagt Allah von sich selbst aus, dass er auf Wolken kommen wird, richtig? Wer bitte? Dennoch sagt Allah in diesem Vers, dass er auf Wolken kommt. Du hast es doch gerade eben gelesen, oder? Auf Arabisch sogar. Wie das steht. Wir nehmen das, wie das steht. Aber du kannst nicht beschreiben, dass Allah auf einen Winkel, wie du das schon gedreht hast. Aber du bist doch nicht der Prophet des Islams. Er hat sich dann so beschrieben und so muss er es auch akzeptieren. Richtig. Und das ist Al-Aqida. Das ist Al-Aqida von Muslimen. Das passiert sowieso nicht. Okay, also wenn Jesus Christus sich diesen Terminus gibt und sagt, ich komme auf Wolken, macht er sich damit Allah gleich? Guck mal, wenn Jesus kommt mit Engeln am jüngsten Tag, das steht bei dir auch, oder nicht? Steht bei dir? Das ist aus der Bibel geklaut. Allah schreibt sich das einfach zu. Das ist immer ihr. Das ist eine der Propheten. Guck mal, das ist eine Prophezeiung. Das ist eine Prophezeiung, dass er auf Engel kommt. Wenn Jesus kommt, aber sein Zweiter kommt, wo er, warum? Weil der ist sowieso nicht gestorben. Nicht wie er behauptet, ja? Der wurde sowieso nicht eingekreuzt. Erstens, ja? Der wurde abgerufen und hervorgehoben. Und wenn er kommt, der kommt auf Engel. Aber wer hat ihn geschickt, wenn er wiederkommt? Wo ist denn Israel jetzt? Wo ist denn Israel? Isa in zweiter Himmel. Zweiter Himmel? Aber der ist doch Allah. Surah 33, Vers 55. Äh, Surah 3, Vers 55. So, gehen wir in Surah. Welche? Moment, Moment, Moment. Ein Allah, wo ist Allah? Du hast ein Vers? Dann bleib ruhig. Surah 3, Vers. Welche Vers? 55. Moment, Moment. Nicht immer drehen, drehen und alles verdrehen, alles verdrehen, alles verdrehen. Ich habe das nicht Ding festmachen, man hat einen Ausland, du betätigst. Welche Vers bitte? Welche Vers? Surah 35, äh, Surah 3, Vers 55. 55. 55, 55. wo ist jesus wo ist jesus ich habe gesagt laut überlieferung abberufen und hervorgehoben in zweiter himmel ja wo steht zweiter himmel das ist in überlieferung ist wann kam überlieferung hunderte von jahre später hör auf etwas in den koran rein zu interpretieren was nicht nur mit dem steht da ich werde dich zu mir emporheben was steht da ich werde dich zu mir emporheben sei ehrlich mach kein tag hier berufen ist motor weg weißt du was motor weg ist erstmal okay kein problem hat allah gesagt ich werde dich zu mir ist nicht gestorben richtig laut eure eurem buch sagt der leugnet das ganze jahr und schlafmodus genauso wie so schlafmodus mutter richtig genau das ist der ist nicht gestorben also das heißt der lehrer ist zunichtig erstmal ist er jetzt wo ist dieser her vorgehoben wo er sagte ich hole dich zu mir das kannst du genauso was wir gerade erwähnt haben du kannst nicht beschreiben der ist bei gott wo in zweiter himmel laut bestimmte die zweite himmel so ist egal ist er bei gott aber die ist nicht egal du sagst zweiter himmel wo ist allah du musst du ja dass die musik ist immer sein kanzel geschäften also überall arsch härt über den thron richtig er der hoch haben aber seine kanzel geschäften so dass ich allein also ist isa da über dem thron bei allah richtig nein nein da sage ich wohl es zu mir nein nein kumma gibt es den himmel zweiter himmel dritten himmel und so weiter sagt zu mir wo ist denn jetzt allah nur nur das das macht dein Glaubenslehrer zunichtig. Genau. Und deshalb ist der Prophet richtig, genau. Dein Allah sagt, ich hole dich Isa, ich hole dich zu mir. Wo ist Allah? Was? Nochmal. Dein Allah sagt in Zure 355 Isa, ich hole dich zu mir. Wo ist dein Allah? Wie? Wenn ich sag, komm zu mir, komm zu mir. Das heißt, du kommst genau so, wo ich da stehe? Nein. Gott hat ihm abgerufen und hervorgehoben. Das heißt, eure Lehre und die Einkreuzigung ist falsch. Da würde Allah sagen, ich werde dich dort an diesem Platz lassen, aber ich werde dich nicht zu mir holen. Allah sagt aber explizit, ich werde dich zu mir holen. Zu ihm, zu ihm oder was? Zu ihm. Guck mal, du musst nicht täuschen. Du kennst ja die Überlieferung von uns, dass wenn in Israel, wo der Prophet die Reise zum Himmel, ja, der hat mit diesem Prophet und mit diesem Prophet und mit diesem Prophet, du musst nicht heucheln, ja. Du musst nicht heucheln. Jetzt kommen wir zu anderen Sachen. Jetzt deine Einkreuzigung. Denn Jesus wurde sowieso nicht eingekreuzigt. Was hältst du davon? Was war angekreuzigt, Mann? Jesus wurde nicht eingekreuzigt. Das heißt nicht angekreuzigt, das heißt gekreuzigt, nicht angekreuzigt. Eingekreuzigt, eingekreuzigt. Du hast genau verstanden. Gekreuzigt. So, wurde Jesus dein angeblicher Gott, dein angeblicher Gott, was hier in der Bibel, wurde eingekreuzigt oder nicht? Ja, natürlich. Offenbarung 1,18. Siehe, ich war tot und lebe doch von Ewigkeit zu Ewigkeit. Nein, das sind Widersprüche, dann Widersprüche ohne Ende. Ich danke dir von ganzem Herzen für Kamelurin. Das sind Widersprüche. Das sind Widersprüche. Guck dir das doch bitte an. Sobald er sieht, aha, Jesus Christus sagt selber, ja, ich war tot und lebe doch von Ewigkeit zu Ewigkeit. Das sind Widersprüche. Ja, okay, danke schön von ganzem Herzen für dein Kamelurin. Komm. Dankeschön von ganzem Herzen für Kamelurin. Ja, geschehen von ganzem Herzen. Zweiter Himmel. Hi, grüß dich erst mal. Wie heißt du, wenn ich fragen darf? Dr. Scheer Abu Amil heiße ich. Und du? Dr. Scheer Abu Amil, grüß dich. Ich bin Almo. Almo. Ich bin 22 Jahre jung und ich finde das sehr, sehr respektlos, dass du, also du verstehst die Person, wie sie mit dir redet, aber trotzdem versuchst du sie ins Lächerliche zu ziehen. Nein, ich sage die ganze, das heißt gekreuzigt und er wiederholt das wieder. Und dann sage ich, gekreuzigt, das ist schon wieder. Aber man hat ja gemerkt, das kann ich auch nicht hören, Mann. Echt. Man hat aber doch gemerkt, dass dieser Mann kein Deutsch richtig gut kam. Okay, jetzt bist du ja da. Jetzt kannst du ja perfekt. Muss man vor tausend Leuten über den Lachen? Nein, ich habe nicht über ihn gelatscht. Ich habe nur gesagt, mein Lieber, du raffst das schon wieder nicht. Ich sage zu dir gekreuzigt und er sagt, äh, was hat er gesagt? Tut mir leid. Ja, beim dritten Mal hat er doch, hast du das doch gecheckt und dann immer noch weiter lachen. Aber schau mal eine andere Sache. Wäre das okay für dich, wenn ich jetzt eine Person hier reinhole, die mit dir über den Islam redet? Ja, hol mal rein. Wer ist das? Ich hole den jetzt, ich rufe den jetzt an und der wird dir alles, für alles, was du sagst, eine Antwort geben. Ja, okay, dann hole ich mal rein. Und das verspreche ich dir, okay? Okay. Ich brauche zwei Sekunden, ich rufe den kurz an. Okay, dann mach mal. Er denkt jetzt, glaube ich, dass man so eine Telefonschaltung machen kann, oder was? Wie ein Vogel von Alibaba. Lass mich ausreden! Ja, du kannst ja so lange telefonieren, kommst du später wieder rein. So lange kannst du die Fläche ja für die anderen freimachen. Das ist verfälscht. Als ich das gehört, da war mir das bis hier oben gekommen. Hallo, Bruder. Hallo, mein lieber Gott. Segne dich und deine Familie. Ich wollte dich was fragen. Also, wann bist du noch mal eigentlich zum Christentum gewechselt? Vor zehn Jahren. Und wie kam das dazu? Ja, ich hab mich auseinandergesetzt mit beiden Glaubensgestungen und dann hab ich mich am Ende des Weges für den Herrn Jesus Christus entschieden. Warum, Bruder? Warum aber in deinen Lives oft du, also wenn du zum Beispiel mit den Muslimen oder Bist du zehn oder was ist das? Moin. Hallo, mein Lieber. Wie geht's dir? Hallo, Jesus. Mir geht's gut. Wie geht's dir? Sehr schön, mir auch. Ich verfolge dich jetzt schon ein bisschen. Erstmal, dass ich hier live bin, bin ich ganz ehrlich. Ich will gar nicht auf deine Geschichte und so drauf. Ich hab nur eine Frage an dich. Was hältst du davon, dass ich, oder dass Leute sagen, ich mach's mal so rum, sie halten nix von dem, von dem, von dem Thema Konfession. Also sie sagen, Gott ist da, Gott gibt es, aber das Thema Islam, Christentum, Judentum, Buddhismus, etc. ist an sich alles die gleiche Geschichte mit anderen Schauspielern, wenn man es jetzt so plump ausdrücken möchte. Weißt du, wie ich meine? Was möchtest du jetzt von mir hören? Du hast dich gestimmt. Was möchtest du jetzt von mir hören? Du hast dich gestimmt. Ich hab einen Anruf bekommen. So, er ist jetzt in zwei Minuten, kommt er hier rein. Mal reden wir mal. Dann wird hier Tacheles geredet, okay? Und ich, mach's sich ein bisschen lustig über den Islam, meinst du nicht, gerade mit diesem Alhamdul Jesus, so Sachen musst du auch nicht sein? Was ist das lustig machen, wenn ich sage, gepriesen sei Jesus Christus? Und bitte nochmal. Also das ist für mich lustig machen, wenn ich sage, gepriesen sei Jesus Christus? Nein, so versuch's, guck mal, Allah ist ein Übergang im Islam. Das heißt, wenn wir sagen, Alhamdulillah, damit haben wir nicht irgendwie, oder Assalamualaikum, so machen wir, wir machen das, weil es so im Koran auch erklärt wurde. Du machst dich ins Süßes, ins Lächerliche. Was hast du gesagt? Alhamdulillah, Alhamdulillah Christus? Alhamdulillah Jesus. Wie kommt man auf sowas? Wie respektlos ist sowas? Du versuchst, eine andere Religion zu erniedrigen. Auch wenn... Ah, das ist für dich respektlos, aber dass dein Prophet gesagt hat, geh und beiß in den Penis deines Vaters, das ist nicht respektlos? Möge Allah dich recht leiten, insha'Allah. Seht ihr, ihr Lieben, wie der es nicht ertragen kann. Hol mal deinen Kollegen hier rein. Ich wünsche mal mit dem Reden. Aber guck mal, du weißt, dass es nicht stimmt. Schämst du dich nicht, das sogar auszusprechen? Seht ihr, ihr Lieben, der denkt, ich lüge euch hier und ich könnte das nicht beweisen. Schaut euch das bitte an. Der hasst seinen eigenen Propheten. Und die Leute lachen noch und die finden das witzig, was er erzählt. Die finden das witzig, weil du das nicht raffst, dass das Mohammed für mich gesagt hat. Eine Frage, dann hab ich jetzt eine Frage. Bist du Christ? Ja, natürlich bin ich Christ. Perfekt. Steht in der Bibel nicht sein Gut oder irgendwie respektvoll zu dem... Auf keinen Fall. Religionen, Weltanschauungen und so, wir sollen zur Wahrheit stehen und die Finsternis aufdecken. Perfekt. Ich soll dich als Menschen lieben haben, ja, aber ich muss zur Wahrheit stehen. Bei uns im Islam steht, egal was für eine Nationalität, Religion. Gott beleidigt uns, Juden und Christen, als das Schlimmste der Tiere. Wenn du in der Himmel vor mir stehst, dass mit den Juden kam, er ist auf der Welt. Das hat damit stammt nichts im Koran. Albo, dein Gott beleidigt die Juden und Christen hier. Du erfindest Sachen. Ja, wir ließen es über 98.6. Ganz kurz, wir müssen respektieren und wir müssen mit den Menschen... Warum lachst du? Ihr müsst uns respektieren, indem ihr von uns Schutzgeld nehmt und bei Nichtbezahlung Nackentherapie, ne? Oh, ihr seid aber sehr genädigt. Dankeschön. Man merkt richtig, dass du ein... Man merkt richtig, dass du noch 22 Jahre bist und da hol mal deinen Kollegen gehen. Ich will mal mit deinen Kollegen reden. Nicht mit dir. Der heißt, der wahre Islam. Guck mal, ob er schon eine Anfrage gibt. Okay, ich guck mal nach dem wahren Islam hier. Mal gucken, ob der jetzt kommt oder nicht. Der ist noch nicht hier. Wo ist dein Kollege? Aber wie gehst du damit um, dass Mohammed gesagt hat, wenn du stolz bist auf das, was vor dem Islam war, geh und beiß in den P.I.N. jetzt deines Vaters? Astagfirullah. Warum Astagfirullah? Er hat das wirklich gesagt? Nein, hat er nicht. Doch, in Al-Jami As-Sarir hat er das gesagt. Falsch. Es wurde falsch überliefert. Bist du Araber? Okay, ich danke dir von ganzem Herzen für Kamelo. Es wurde falsch überliefert. Raus! Alle wissen das und er sagt, er hat falsch überliefert. Holen wir mal lieber den wahren Islam hier. Das ist nicht nur in dieser Quelle, in Al-Jami As-Sarir. Es gibt auch noch eine andere. In Faidu Qadir Sher-Hijami As-Sarir. In Ban... Warte. Brief von Hamza. Genau, das ist der Brief von Hamza. Hier. Hadis 697. Da sagt er, wir sind nicht diejenigen, die beleidigen. Oh mein Gott. Das sind solche Leute mit 22 Jahren, die denken noch so, Islam hat doch nichts mit sowas zu tun. Islam ist frei vom Beleidigen. Sein Gott beleidigt jeden Juden. Das ist ein anderes Problem. Das ist das. Ich grüße dich, Gottes Segen. Im Namen des Jesus Christus. Jetzt hast du mich zu spät reingemacht. Ich wollte was zu den Muslimen sagen, weil die sagen, wo ist Jesus? Allah ist da, Jesus ist da. Und ich habe mich kaputt gelacht, wirklich. Okay, mein Lieber, danke schön. Egal, nächstes Mal, wenn jemand kommt von dir, wenn ich schicke, dann mach mich rein. Weil ich bin auch ein Ex-Muslim. Achso, Ja, danke dir. Nachher, wenn du noch dran bist. Okay, ciao. Okay, ciao, ciao. Ich hole dich da, wenn ich dich brauche, hole ich dich. In Jenna, 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 in Jenna können wir fliegen und mit Hureleck vergnügen. Beim nächsten Mal hole ich dich, meine Liebe, ja, dann kannst du mit mir diesen Kampf hier kämpfen. Den guten Kampf, denn wir haben nicht gegen Fleisch und Blut zu kämpfen, sondern gegen die finsteren Mächte, gegen die Dämonen dieser Zeit. Alhamdulillah, ah, Dingsbums, Jesus. Alhamdulillah, Alhamdulillah, Dingsbums. Amir, Amir, im Wagen vor mir fährt ein Muezzin, ich sehe, er trinkt Kamelurin, es schmeckt ihm gerade wie Medizin. Okay, mein Akku geht gleich leer, das kann nicht wahr sein. Wir müssen dir sofort Akku machen. Du bist einfach klasse, heute hast du so viel gelacht, das gefällt mir. Du musst immer lachen, hallo? Der Jesus schenkt Freude, Friede, Gnade. Mach weiter, lass dich nicht ärgern, ciao. Mach's gut, ciao. Leute, komm, drei, zwei, eins, jetzt alles mal neun, jetzt alles mal neun. Jetzt auf die 500.000, ihr Lieben, komm, alles mal neun. Servus. Hallo mein Lieber, Gott segne dich und deine Familie. Dankeschön. Ich will dir nur einsagen, ich bin ein Muslim, aber hör damit auf, jemanden zu lachen, weil es gibt, manche geben Leben für den Islam, also ich zum Beispiel. Wir geben auch Leben für Jesus. Ja, aber können wir uns weiter treffen irgendwo? Ach, du willst Kampf machen? Ja. Für sowas bin ich nicht geeignet, für Kampf machen. Ich kämpfe nur im Namen des Gottes. Ja, bist du ein Mörder oder was? Nein, nein. Ja, was denn? Ich hör auf zu lachen, hab ich gesagt, hör auf zu lachen. Ich werde niemals aufhören zu lachen, ich werde immer weiter lachen. Du sollst nicht über Islam lachen, wir Muslimen, wir akzeptieren die Christen, Juden, alle respektieren wir. Du sollst nicht lachen, hab ich gesagt. Rede nur mal. Dein Allah lacht ja die Juden und Christen aus. Sag mal zu den Leuten, du sollst das nicht machen. Wir lachen niemanden, wir lachen über niemanden, über eine Jude oder über einen Christ, über niemanden. Dann lachen nicht über meine Stimme. Wir lachen Zeit über Juden, Christen, ihr lacht jeden Tag über Jesus, sagt Windelträger, Nagelreligion. Du sollst nicht lachen, wie man sich spricht. Egal wie man spricht, ob man schottert, ob man nicht richtig Deutsch spricht. Das ist eine andere Sache, das ist eine andere Sache, aber dass dein Gott beleidigt und Andersgläubige diffamiert, das ist auch wieder eine andere Sache, richtig? Wer hat das erlaubt, über Menschen zu lachen? Wer bist du? Ich erlaube mir das selber, wenn ich lachen will, dann lache ich. Ich frage, wer bist du? Ich bin ein normaler Mensch, genau wie du. Wer bist du, über meine Region was zu bestimmen? Deine Religion? Seit wann bist du denn Muslim geworden? Wie bist du überhaupt Muslim geworden? Ich bin geborene Muslime. Wie sind deine verwandtenen Muslime geworden? Alle geboren. Alle geboren? Oder haben die dich auseinandergenommen? Ich bin in Kosovo geboren und alle meine Familie, wir sind über 2000, wir sind alle geborene Muslime. Meine Frau war eine Christin. Ich habe deutsche Frau geheiratet, sie ist eine Christin, ich bin 24 Jahre verheiratet, und ich akzeptiere Christen, ich habe sie akzeptiert bis 2000, wo sie eine Christin, ich habe nie sie beleidigt, ich habe nie eine Christin, ich helfe arme Kindern seit über zwölf Jahren, egal ob der Jude ist, ob er ein Christ ist, ob er ein Muslim ist, ob er ein Stegvoller ist, ein Kafir. Und ich helfe jedem Menschen, bei mir ist egal, ob er schwarz, ob er weiß ist. Du bist ein guter Mensch, du bist ein guter Mensch, aber deine Religion sagt etwas anderes. Nein, nein, also meine Religion sagt, liebe jemanden, respektiere jemanden, dich zu respektieren. Ehrlich? Ja. Ja, aber dein Allah sagt in Sura 48, Vers 29, Mohammed ist der gesandte Allah, die, die mit ihm sind, sind barmherzig zueinander, das heißt Muslim zu Muslim, aber hart gegen die Ungläubigen. Nein, 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 nein. Er hat gesagt, respektiere eine andere Religion, die du mit deiner Region respektierst. Aber dein Gott beleidigt doch alle Juden und Christen. Nein, nein, das stimmt doch gar nichts. Wo steht das? Wer sagt das? 1898, Vers 6. Guck mal, die Bibel ist der Fall, wurde zweimal erneuert. Hamza, ich bitte dich, du hast niemals einmal den Koran gelesen, ich bitte dich, sei ehrlich. Mein Bruder ist Hoja. Ja, okay, dein Bruder ist Hoja, aber du hast selber nicht einmal Koran aufgeschlagen. Natürlich habe ich gelesen, zehn Jahre, ich lese das. Hamza, warum wusstest du nicht, dass Allah Juden und Christen beleidigt? Der Allah? Ja. Also, Bruder, guck mal, ich kann nicht sagen, was ich nicht, ehrlich gesagt, ich habe... Siehst du, du kannst nicht etwas sagen, was du nicht gelesen hast, richtig? Also, ich kann nicht sagen, dass Allah über jemanden schlecht gesagt hat. Ich darf das nicht sagen, weil ich habe dafür keine Rechte. Wie sage du das, Hamza? Das steht im Koran. Ja, Bruder, ich gebe dir nur einen Tipp. Es war nicht so böse gemeint, wenn man jemanden nicht gut Deutsch spricht, weil wir sind ja nicht Deutsch. Hamza, ich habe es verstanden, ich entschuldige mich dafür, aber das bleibt trotzdem. Das bleibt trotzdem bestehen, dass Allah die Juden, Christen und alle Andersgläubigen beleidigt. Guck mal, du liebst deine Christen. Wir lieben auch unsere Glaube. Wir lachen nicht über deine Glaube und ich bitte dir vom Herzen, lach nicht unsere Glaube. Ich bin Hamza, du lachst nicht vielleicht über meinen Glaube, aber es gibt tausende von Muslimen, die jeden Tag Juden und Christen verfolgen und Nackentherapie machen mit ihnen und sie beleidigen und, und, und. Du siehst das doch. Aber viele sind von euch Christen, die sagen, wir sind Terroristen, Islamisten. Ja, aber wir sagen gar nicht. Auf das Leben von Mohammed, was will das aus ihm? Ja, aber Bruder, guck mal, wie viele sagen bei uns, bei euch Christen sagen, bei uns, wir sind Terroristen, Islamisten. Ich sterbe vor meinem Islam, ich bin stolz Islam, aber ich bin kein Terrorist. Nein, du stirbst doch nicht für den Islam, mein Lieber. Du hast mit dem Islam nichts zu tun. Ja, aber Bruder, ich sag dir, man soll nicht mit jemand anderem vergleichen, Bruder, das geht ja gar nicht. Guck mal, du warst ja früher auch Muslim, hast du gesagt, ne? Vor zehn Jahren hast du Christ genommen. Ja, genau. Ja, möge dir Allah helfen, aber ich respektiere deine Glaube, dann respektier auch meine Glaube. Ja, aber warte mal, dein Glaube respektiert aber nicht mein Glaube. Eines Tages, wenn ihr die Oberhand habt, müsst ihr mich und meine Geschwister unterdrücken. Wer sagt das? Allah! Allah! Also, ich sag dir, Bruder, möge Allah dir verzeihen. Hamza, du musst mal einmal den Koran lesen, Hamza, und von Mohammed Biografie, dann wirst du Schock bekommen, Mann. Aber es war nur eine Frage, bitte, Bruder, für andere Menschen, wenn ich Fehler mache beim Reden, nicht über Menschen machen. Jeder Mensch macht Fehler. Ich habe auch Fehler gemacht. Ich habe gesagt, okay, das ist nicht gut gewesen. Kein Problem. Ich entschuldige mich. Kann ich auch. Ist gar kein Thema. Aber trotzdem bleiben diese Bestandteile bestehen, was im Koran und in Biografie von Mohammed ist. Unabhängig, ob ich jetzt lache oder nicht lache, es bleibt trotzdem da. Bruder, was ich nicht gelesen habe, ich habe Angst zu sagen, weil ich bin auch ein Mensch, ich mache auch Fehler. Ja, siehst du? Falls ich etwas Fehler gemacht habe, ich entschuldige mich. Aber es war nicht zu böse gemeint. Ich wollte mit dich nur zwischen vier Augen reden, dass man nicht korrekt ist, über jemand anderen zu lachen. Weil wir sind ja Menschen, keiner ist perfekt. Ich wollte ihn nicht auslachen. Ich habe dreimal zu ihm gesagt und dann hat er immer wieder wiederholt. Und irgendwann habe ich dann so ein bisschen darüber gelacht. Aber ich wollte ihn nicht auslachen. Ich entschuldige mich. Bis dann. Ciao. Gott segne dich, Samsa. Gott segne dich. Ich auch. Ciao, ciao. Ja. Ja, das ist das. Sie haben den Koran hier gelesen und dann sind die natürlich so ein bisschen perplex, was sich da alles befindet. Gottes Buch beleidigst du. Ja, okay. Dein Allah beleidigt doch genauso. Die Bibel und alles Mögliche. Hallo. Hallo, mein Lieber. Machst du einmal für mich? Bitte was? Kannst du einmal für mich bellen? Da musst du ein wenig den Dings rausholen, den Koran. Da kannst du mal gucken, was da drin steht. Kannst du mal für mich bellen. Kommst du erst mal bitte an. Salaamu alaikum. Salaamu alaikum. Salaamu alaikum. Gott segne dich schon in Familie. Wie geht's dir denn? Alhamdulillahi Jesus, mir geht's gut. Wie geht's dir? Alhamdulillah. Ich habe eine Frage an dich. Warum sagst du, dass der Koran, ach, dass Allah die Bibel beleidigt? Wo steht das? Sura 98, Vers 6. Was steht denn da genau drin? Dass wir niedriger sind als Tiere. Nein, steht nicht. Steht nicht genau da drin. Danke dir von ganzem Herzen für Kamelurin. Vielen Dank. Vielen Dank. Dankeschön. Anstatt der sagt, warte, ich prüfe das mal. Also der steht da nicht. Das ist nicht mehr normal. Danke, ihr Lieben. Vielen Dank, ihr Lieben. Gott segne euch und eure Familien. Komm, Leute, wir müssen die 500.000 knacken. Drei, zwei, eins, jetzt. Jetzt alle zusammen. Hallo. Hallo, mein Lieber. Gott segne nicht schon deine Familie. Was geht? Was geht? Ich spiele bei dir. Auch nicht viel, ja. Wie läuft Leben? Wollen wir jetzt Maulzeit führen, oder was? Was ist das bitte, ey? Unglaublich, ey. Wie läuft es bei dir? Ja, wie läuft es auch gut. Wie läuft es bei dir? Auch super, toll. Wo ist denn der Typ? Wer will hier rein? Wo? Wo ist dieser Junge? Wo denn? Ich sehe ihn nicht. Wo ist der wahre Islam denn? Der wahre Islam? Mal gucken, welche Sekte der angehört von den 300 Sekten im Islam. Wo denn? Ich sehe ihn nicht, Mann. Das kann doch nicht wahr sein. Die sind fertig, die Leute hier. Ey, warte mal ein. Ja, wo denn? Wo ist der Typ denn? Warte, guck mal unter Anfragen. Ja. Warte, ich schreibe gerade mit ihm auf WhatsApp gleichzeitig. Er hat Anfragen geschickt, sagte er. Hab Anfragen geschickt. Der wahre Islam. Warte mal, ich frage ihn nicht der wahre Islam. Warte, steht da irgendwo so eine Recht? Wie heißt die? Warte, ich frage ihn kurz, wie sein Account er... Ah, hier. Das ist der. Mach ich. Ne? Mach ich, ciao. Mach du, jao. Also du Freak, welcher Gruppe von den Gruppen der Muslime ich bin? Schau mal, du Idiot. Der Prophet kam, man, er sprach und sagte schon, du voll Trottel. Die Muslime, die werden sich in 73 Gruppen spalten. Hör zu, Trottel. Trottel. Lern was dazu. Du lernst jetzt. Der Prophet sagt, die Muslime spalten sich in 3... Biss ich hier raus. Ekel auf der Typ. Wie der schon anfängt, du Trottel, du Idiot, du Trottel. Dann sagt, dann sagt die, sagen die, keiner beleidigt. Guck mal hier. Nicht mal 2 Minuten halten die aus, ohne zu beleidigen. Habt ihr das gesehen? Ekelhafte Teufel. Ist das also eure Antwort darauf, oder was? Geh mal, da war das, der, den du mir vorgestellt hast. Raus hier, du Wahnsinniger. Da sagst du noch allen Ernstes, wie keiner beleidigt und dann dein Typ kommt hier rein und beleidigt mich die ganze Zeit. Hast du recht gehabt, das war der wahre Islam. Das war also der wahre Islam. Du Trottel, du Idiot, du Trottel, du Idiot. Das ist unglaublich. Ist das krank, ist das krank. Nicht mal 2 Minuten halten die aus. Das ist so krank, ne, danke dir. Warte. Das ist so heftig, ne. Und dann sage ich ihm noch gerade eben, dein Prophet hat aber vorher gesagt, wenn du stolz bist auf das, was vor dem Islam war, geh und beiß in den Peanies deines Vaters. Und der Typ gibt auch noch seinen Propheten die Ehre und beleidigt genauso wie er. Bruder Amir. Ist das zu fassend, wie ich am Ende Recht behalte? Und dieser Typ sein Gesicht verloren hat, wo er gesagt hat, nein, wir Muslime, wir beleidigen mich. Da kommt sein Typ hier rein und beleidigt mich. Und ist genau wie sein Prophet. Bruder Amir, ich raste hier aus komplett. Ich verfolge dich die ganze Zeit und der Typ Almo kommt rein, der macht richtigen Hype. Ich schwöre, ich hab gedacht, ich geh nicht offline. Ich muss bald arbeiten. Ich wollte, dass es mir zur Arbeit kommt. Ich hab gesagt, dein Profi kommt gleich rein. Da wird es so ein gekriegt. Es ist ein Konkurrenzkampf von zehn Worten und hat sieben Beleidigungen rausgehauen. Wahnsinn. Aber der Beste. Ich sag dir, er hat nur von seinen Propheten gelernt, wie er sich verhalten hat. Unglaublich. Ich hab 20 Minuten meines Lebens verpasst und ich dachte, jetzt kommt irgendwelche krasse Fliege. Ich dachte auch, jetzt kommt wenigstens ein Gediegener, der sich ein bisschen auskennt. Man kann so ein bisschen mit dem reden. Was hat Mohammed in seinem Leben getan? Ist das ein Prophet? Schau dir diese Aussagen an. Guck, was Allah im Koran sagt. Wie akzeptierst du das? Schau dir den Tafsil an. Was ist das bitte? Und dann auf einmal, du Idiot, du Trottel. Hör zu, du Idiot, du Trottel. Aber das ist doch die Art und Weise, wie die halt mit den Menschen umgehen. Sondern das jedes Jahr. Deswegen sage ich, verlasst den Islam. Verlasst alle den Islam. Diese Religion vergiftet eure Leben. Und ihr seid nur im Dauerkriegst und statt mit den Nichtmuslimen. Ich wünsche jedem Muslim auf jeden Fall Kraft, dass er da über seinen Schatten springen kann. Ich glaube, das ist ein Ego-Problem. Moment. Mein Weg hat geklingelt. Das ist so eine Art Ego-Problem. Ich kann es verstehen, über Hinterfamilie, dass alles schwierig ist. Aber letztendlich, Leute, wir sind hier auf Probe auf dieser Erde. Wegen eurer Familie schämt ihr euch zu sagen, dass es wirklich die falsche Religion ist? Ich kriege das auf schwarz und weiß. Wie kann seine Religion überhaupt Bestand halten? Natürlich nur mit Gewalt. Die Leute haben Angst, klar. Wenn du rausgehst, wie du gesagt hast, so oft gesagt hast, Nackentherapie bis zum Gehtnichtmehr. Ich kann das nachvollziehen. Alles gut. Aber wenn die hier in Europa dann noch Welle schieben, da wo du hier eigentlich easy peasy sagen kannst, okay, das reicht oder Gott ist mir viel wert und das Leben kann ich hinter mir werfen und das Paradies ist mir wichtiger als jetzt irgendwie, dass meine Eltern von mir denken oder was auch immer. Und dieser Punkt, wo du gesagt hast, dass die Vorfahren und Vorfahren und Vorfahren, dass die nicht freiwillig nicht so diese Religion gegangen sind. Dieser Punkt ist so heftig, ist schwerwiegend, klar. Du musst dir mal vorstellen, dass die Leute eine Religion verteidigen, deren Vorfahren alle nackentherapiert wurden und sie heute Muslime sind. Das ist für mich unvorstellbar, Mann. Unvorstellbar. Ja, wenn man sich in diese Lage versetzt, ist das komplett nachvollziehbar, auch was die Leute da gemacht haben in dieser Zeit. Da kommt eine Gruppe von Menschen, schwarz angezogen auf Pferden mit Macheten und Schwertern und keine Ahnung was und zwingen dich dazu. Dann natürlich sagst du ja, komm, ich geh zur Religion, dann lassen die mich in Ruhe. Oder du zahlst halt dir die Steuern oder wie auch immer. Das ist einfach nachvollziehbar. Du konntest ja keine Polizei rufen. Wenn die Armee vor Ort besiegt worden ist, hast du Tod vor dir oder Steuer oder du gehst zur Religion. Das ist am günstigsten gewesen zu der Zeit. Würde ich mal so sagen. Auf jeden Fall, ich wollte nur sagen, 20 Minuten meines Lebens verschwenden. Ich habe gedacht, da kommt ein Profi rein, aber 10 Worte, 7 davon waren Beleidigung. Unglaublich. Meine Zeit geraubt. Hoffentlich gibt mir Jesus noch mehr Zeit. Und wie gesagt, ich bin Jeside, Leute, ich bin Jeside. Meine Freundin hat mich ein bisschen zum Christentum gebracht. Ich habe mich vorher auch leicht interessiert für den Islam, aber seitdem ich hier den lieben Armee folge, ich danke dir dafür. Du warst sozusagen einen Weg für mich. Jesus hat dich geschickt, damit ich hier zuhören kann und meinen richtigen Weg finden kann. Und ich habe auch die Bibel zu Hause. Hoffentlich kriege ich die Kraft, die ganze Bibel durchzulesen. Ist mein Ziel. Drückt mir die Daumen, Leute, und viel, viel Spaß. Viel Spaß. Das war gleich bei Armin, gell? Dir auch. Danke dir, Armin. Schmeiß mich raus. Ciao. Wundervoll, wundervoll. So wird das gemacht. Almo, danke für deine Rosen. Das sind Entschuldigungsrosen. Da will der mir seinen heftigsten Typen vorstellen. Und der beleidigt mich nur. Hallo? Hallo, mein Lieber. Gott segne dich und deine Familie. Wie geht's dir? Handel, Jesus, mir geht's gut. Wie geht's dir? Ich kann mich nicht auf eine Freundin stellen. Aber bitte machen wir deine Thema mit den Wanderzellen. Dein Hintergrund, sei laut. Ja, tut mir leid. Kein Problem. Du warst ja Muslim, ne? Ja. Sind deine Eltern immer noch Muslim? Darüber rede ich nicht, mein Lieber. Oh, okay, dann. Wie bist du zum Christentum? Was hat dich dazu gebracht, um das Christentum zu wechseln? Ganz grob oder ganz kurz gesagt, ich habe mir damals die Debatte zwischen Josh McDowell und Ahmad Dedat angeguckt. Was Jesus Christ crucified? Diese Debatte fand schon, ich glaube, 1985 oder sowas statt. Und da haben sie sich getroffen in einem Stadion von 5000 Menschen, haben darüber diskutiert, ob Jesus Christus gekreuzigt und auferstanden ist. Und als ich die Debatte zu Ende geguckt habe, war mir alles klar, der Islam ist so eine Riesenlüge, lügt über den Herrn Jesus Christus, behauptet, dass Jesus Christus nie gekreuzigt worden ist, obwohl wir tausende von Beweisen haben, historische Fakten, die man nicht einfach weg erklären kann. Verstehst du? Das ist das. Ja. Ja. Hast du jemals einen Fehler am Koran gefunden? Ja. Wo? In Sura 5, Vers 14 zum Beispiel, da sagt der Allah, dass er Hass und Zwietracht zwischen den Menschen stiftet. Und dann sehen wir auf einmal in Sura 5, Vers 91, dass Schätan auch Hass und Zwietracht zwischen den Menschen sieht. Da fragt man sich, wer möchte denn jetzt Hass und Zwietracht sehen zwischen den Menschen? Schätan oder Allah? Verstehst du den Koran? Kannst du es arabisch lesen? Nee, kannst du den Koran arabisch lesen? Ich kann den Koran lesen, ich kann arabisch auch lesen. Und ich verstehe den Koran auch. Da kannst du ja vor uns dann vorlesen und dann siehst du, dass das stimmt, was ich sage. Das kann ich dir gerne vorlesen. Warte kurz. Ja. Was hast du gesagt? Welche Sura? Das ist Sura 5, Vers 14. Sura 5, Vers 14. Ja. Ja, warte kurz. Ja. Woher willst du wissen, was da steht, aber wenn du nicht arabisch lesen kannst? Ja, ich verlasse mich auf deine Muslime, die mir den Koran übersetzen. Sind das auch Idioten, die keine Ahnung haben, wie man den Koran übersetzt? Ich beleidige keinen Islamisten als Idiot. Warte was? Ich beleidige keinen Islamisten als Idiot. Ich meine, wie diejenigen, die den Koran für den deutschen Markt übersetzt haben. Das sind doch keine Islamhassler, das sind Muslime. Du hast wirklich nichts. Okay, du hast gesagt Sura 5, dann kannst du was suchen. Bin ich zufrieden, dass du jetzt im Christentum bist? Ja, ich bin nicht zum Christentum, sondern zum Herrn Jesus Christus. Der ist Gott, der Allmächtige, der ins Fleisch gekommen ist. Du hast dich gestimmt. Du kannst nicht hier rausgehen und reden. Ja, so wusste ich nicht. Wirklich nicht, dass ich hier nicht rausgehen kann. Weil ich wollte Sura am Handy anmachen. Ja, hast du denn kein Koran zu Hause? Doch, klar, natürlich. Gib mir einen Moment. Gibt es auch Fehler in der Bibel? Also soweit ich weiß, wurde gesagt, dass es in der Bibel sehr viele Fehler gibt. Nein, die Fehler sind in deinem Hören, aber nicht in der Bibel. Nur bitte? Die Fehler sind in deinem Hören, aber nicht in deiner, aber nicht in der Bibel. Hast du hier, warte hier, ich habe die Vers 5. Sura 5 Vers 14. Ja, wer, wer möchte den Hass, wer möchte den Hass zwischen den Menschen stiftet, Hass und Feindschaft? Hier 14. Soll ich dir vorlesen, oder soll ich mich erst mal selber versprechen? Ja, warte mal, wer, wer möchte den Hass und Feindschaft zwischen den Menschen stiften? Hallo? Ja, lass mich doch lesen. Ja, warte, ich will dir doch kurz etwas fragen, danach kannst du lesen. Aber wie soll ich denn wissen, woher soll ich die anderen wissen, wenn ich die Suche fest noch nicht lesen? Ja, was meinst du, wessen Aufgabe ist es, Hass und Feindschaft zu stiften zwischen den Menschen? Auf jeden Fall nicht Allah. Alles klar, lies uns bitte vor. Habt ihr das gehört, ihr Lieben? Auf jeden Fall nicht Allah. Dahin wollte ich ihn haben. Das war's. Das war's. Seht ihr? Alle gleich. Wir alle gleich. Mach mal, dies noch vor. Muss ich laut vorlesen? Ja, genau, dann sag mal, was steht da. Ja, okay. izimikim. Also wenn du weißt, gibt es auch eine deutsche Übersetzung vom Koran und Tafsir, Erklärung von dem Vers. Du kannst nur den Koran lesen, aber verstehen tust du ihn nicht, richtig? Natürlich, und ich habe meinen Vater, der ihn lest und versteht und auswendig kann. Aber du verstehst ihn nicht, du kannst nur den Koran rezizieren. Verstehe ich nicht. Wenn du mir vorgibst, dass ich ihn nicht verstehe, warum sollen wir wissen, dass deine Freunde, die den Koran angeblich verstehen, warum sollen wir wissen, dass die ihn verstehen? Habe ich gesagt, meine Freunde, ich habe gesagt, ich verlasse mich auf deine Muslime, die mir das übersetzen. Du liest einfach den Koran auf Arabisch und verstehst nicht mal ein Wort. Aber woher hast du dann diese Information? Komm, gehen wir zu schlafen. Einer verrückter wie der andere, ey. Das kann doch nicht. Der liest ja uns das so auf Arabisch vor und dann sage ich so, ja, was steht denn jetzt da? Ja. Deine Freunde übersetzen. Wer will es deine Freunde übersetzen? Das ist so heftig, ey. Hörst du mich? Ja, mein lieber Gott segne dich und deine Familie. Ja, ich wollte kurz was fragen. Du warst früher Muslim, ne? Ah, ja. Aber wie das aussieht, ich habe dich damals gesehen, in deinen Videos, du warst ein Junkie, ein Penner. Und kein Muslim. Junkie, ein Penner? Was ist denn ein Junkie, ein Penner? Ja, du weißt, was du früher warst. Also so einer wie du jetzt bist, meinst du? Nein, nein, so wie du. Nicht so wie ich. Also so einer wie du jetzt bist. Jesus, Jesus, wir nimm dich. Raus mit dir. Also so einer wie du jetzt. Nichts, keine Veränderung. Ist das heftig, ey. Ist das heftig, ist das heftig. Leute, komm, wir müssen die 500.000. Du Hund, was hast du gedacht? Was hast du gerade gesagt? Hast du Koran geziziert, oder was? Du Hund, du kleine Schamuttel, du was ist? Sehr gut. Ist das heftig. Der heißt doch noch Allmann. Ein richtiger Allmann. Eine Frage. Eine oder mehrere? Die eine. Fährst du gerade Auto? Ja, ich fahre gerade Auto und fliege dabei. Nein, Junge, ich bin Christiger. Aber eine Frage. Christiger? Christiger? Oh mein Gott. Warum redest du dann so? Haben die Muslime dich muslimisiert, oder was? Nein, aber wenn du Auto fährst, machst du keinen Unfall, wenn du die ganze Zeit lachst oder mit den Rehen so, du siehst nicht mal, wo du nicht mehr fährst. Ich bin ja nicht am Fahren. Achso, ja. Ja, okay. Ja, okay, tu mich raus. Mach's gut. Hallo. Hallo. Hallo, meine liebe Gott. Segnet dich um deine Familie. Dankeschön. Sehr. Ähm, ich hatte eine Frage. Und zwar mal eine ganz andere Frage. Wie groß bist du eigentlich? Was hat das damit zu tun, dass wir hier über Glauben und alles sprechen? Weil du, ja, weil du die ganze Zeit am Sitzen bist und ich würde dich mal gerne stehen sehen. Was hast du denn davon? Nein, ich wollte nur fragen, wie groß bist du denn? Gibt das meinem Typ noch einen größeren, so einen größeren Platz? Ja, das ist meine Frage. Ja. Ja, ich werde, ich werde das noch beantworten, aber ich möchte nur wissen, wie groß du bist. Das interessiert niemand. Hauptsache mein Gehirn ist groß. Das reicht schon. Aha. Ähm, ich wollte trotzdem sagen, dass du ein Buhrensohn bist, du Ex-Muslimer. Ja, ich wusste das. Deswegen kommst du auch aus Frankfurt, weil du ja eine Muslima bist. Habt ihr das gesehen? Frankfurt-Muslima? Boah, wie der Islam das alles abbekommen. Wahnsinn, ne? Wie der Islam das noch abbekommen wegen solchen Leuten, ne? Wahnsinn. Hallo. Hallo, mein Lieber. Gott segne dich und deine Familie. Okay, das war's doch. Ciao. Okay, ciao. War nett mit dir über Menschenrechte im Islam zu sprechen. Ciao. War nett mit dir über Frauenrechte und Menschenrechte im Islam zu sprechen. Haben das Thema gut abgearbeitet. Danke. Jo, bro, Gottes Segen. Jesus segne dich. Amen. Alles klar. Sorry, Kevin, ich lache, aber ich hab's gerade so viele Sachen gesendet. Ich kann nicht anders als Lache, Bruder. Ja, das ist heftig. Aber ja, vorhin, die Leute wollen mit dir sprechen und dann reden sie entweder nur Blödsinn oder sie reden gar nichts. Das ist der Hammer, mag ich ganz ehrlich. Auf jeden Fall, ey, ich find's toll, Bruder, dass du sowas machst, wirklich. Weil ich weiß, ich weiß es, du tust es nicht, um die Muslime jetzt oder den Islam zu beleidigen oder sowas, sondern du tust es, damit sie auch die Wachheit sehen, weißt du, wie du es gesehen hast, ja. Auch wenn sie, auch wenn sie mit dir, in dem Moment, in dem sie mit dir sprechen und so nicht verstehen, ja. Ja, aber wichtig ist, dass du es machst, weißt du, weil es gibt auch viele Leute, die am Anfang nicht die Wachheit sehen wollten, aber irgendwie das, weißt du, das allein, weil sie mit dir oder mit irgendeinem anderen Christen diskutiert haben, ja, das Wort bleibt ja, wie geschrieben steht, ja. Du sollst einfach das Wort sagen und das Wort wird schon die richtige Erde finden, wo es auch blüten kann. Und das ist das, was du machst. Auch wenn viele Mosleine es vielleicht nicht so ansehen, ich sehe es so an, weil ich bin jetzt auch Christ, ich war nicht Moslem, ja, aber du weißt schon, Katholik ist sowas wie dasselbe, weil am Ende ist nur eine Religion, ja. Und mir wurde auch das Wort einmal gesagt, ich habe dagegen diskutiert, aber... Gott sei Dank, jetzt ist das Wort in mein Herz gekommen und ja, wir sehen uns in der Himmel, in Jesus Christus näher. Ich sehe dich, ja, tschau. Tschau, Bro. Hallo. Hallo. Alles klar, hübscher Mann. Schon wieder du? Wer denn? Die gerade beleidigt hat? Wie viel Akkost hast du denn? Nee. Doch, Frankfurt? Ich wollte sagen, dass ich Atheist bin und ich würde dich gerne anal durchnehmen. Du bist die Kröte. Siehst du, was für eine Dreckige? Ist das ein Müllhaufen, ey. Richtige Männerstimme. Ich habe eine Frage. Hallo? Ich habe eine Frage und gehe draus. Hallo? Warte ich jetzt. Hallo? Hörst du mich? Ja, ich höre. Gott segne dich und deine Familie. Und dich auch, Bruder. Alles gut bei dir? Ja, alles super. Hallo, Jesus. Und bei dir? Freut mich sehr, Bruder. Guck mal, Bruder, ich habe nur eine Frage. Ich finde es einfach traurig, dass die Leute beleidigt. Je nachdem, egal, wenn man glaubt, ob man schön ist oder der Christ oder egal, was man ist, man muss einfach ein bisschen mit Respekt umgehen. Was würdest du denken, wenn es gar kein Glauben geben würde, wo die Leute an irgendwas glauben? Was würde mit der ganzen Menschheit passieren? Was sagst du? Du siehst, dass die Menschen alle am Ende sind, weil sie ja kein Glauben haben. Du siehst doch unsere Welt, wie sie ist. Weil die Menschen, die den Glauben verlassen haben, leben wir in einer Ellenbogengesellschaft hier. Ja, Bruder, aber ich meine so, guck mal, der eine glaubt an Christ, der eine ist Muslim, der eine das. Aber Gott sei Dank, dass die an irgendwas glauben und von irgendwas noch Angst haben. Weil wenn kein Glauben da geben würde, was meinst du, was die Leute dann alles tun würden? Stell dir mal vor, ich bin jemand, der an etwas glaubt und auf einmal ein Baby auf dem Boden krabbeln sieht und Heiratsgefühle bekommt. Was denkst du, was ich dann für ein Mensch bin? So was darf es nicht geben auf dieser Welt, ein Baby. So was darf es nicht geben, wenn jemand zum Beispiel ein Baby auf dem Boden sieht und sagt, boah, wenn du größer bist, dann werde ich dich heiraten. Was ist das? Wenn man so etwas denkt, allein, wenn man so etwas denkt, dann ist er krank. Was sollte man mit so einem Menschen machen, Shibbe? Shibbe weiß ich nicht. Das sind Sachen, was man nicht über jeden reden kann. Man kann über sich reden. Weißt du, was ich meine? Auch heutzutage in dieser Welt, wo wir leben, ist sowieso alles am Arsch, Bruder. Weißt du, wer das gemacht hat, mein Lieber? Weißt du, wer kleine Babys angeguckt hat und Heiratsgefühle bekommen hat? Bruder, guck mal, ich bin Muslim. Alhamdulillah. Aber ich bin Muslim für mich. Was ich glaube, was ich denke, das ist alles allein für mich, für mein Dasein. Weißt du, was ich meine? Ich muss niemanden versuchen, auf meine Seite zu ziehen, dass er Muslim wird. Oder ich lasse auch niemanden versuchen, dass er mich auf seine Seite zieht, dass ich Christ werde. Sonst irgendwas. Ob ich jetzt ein Imam bin? Selbst wenn du weißt, was Imam ist, Bruder. Selbst wenn ich der perfekte Koranleger bin und der Muslim bin und alles, aber ich mache das für mich, für meine Familie. Ich kann vielleicht niemanden erklären, wenn ich etwas Schlechtes sehe, dass er einen schlechten Weg genommen hat. Ich kann ihm sagen, hör mal auf, das ist nicht gut, da fällst du hin und da gehst du an einen schlechtesten Weg. Aber ich kann ihn nicht zwingen, mich zuzuhören. Das heißt, wenn ich jemanden zwingen würde, mir zuzuhören oder ein Schwert an seinen Nacken halte und sage, du musst an das glauben, was ich glaube, sonst gehst du jetzt zum Beispiel zu Gott. Was ist das für ein Mensch? Nee, das darf keiner machen. Warum hat er das nur wappert jetzt an? Bruder, deswegen sage ich nichts. Ich bin jetzt nicht hier, um irgendwie zu sagen, ja, Mohammed ist der Beste oder Jesus ist der Beste. Gottes Willen. Du hast doch gerade gesagt, dass du sowas überhaupt nicht magst. Dass wenn jemand kommt und so Glauben aufzwingt und sowas, dann fragt man sich allen Ersten, du bist Moslem. Aber warum akzeptierst du dann Mohammed als dein Vorbild, der genau das getan hat, was du überhaupt gar nicht magst? Bruder, wir glauben an das, was wir Millionen Leute glauben. Keiner weiß von uns nicht. Also Millionen Leute glauben an sowas. Ja, wundervoll. Das ist ja Wahnsinn. Aber guck mal, keiner weiß von uns. Wir leben nur mit Behauptung. Alle leben nur mit Behauptung. Weißt du, was ich meine? Keiner Mensch, kein Mensch kann kommen und sagen, das ist richtig und das ist richtig. Der eine glaubt dem, der eine glaubt dem. Das Beste ist, wenn man von sich selber anfängt und zu wissen, was glaube ich für mich, nicht für die anderen. Und wenn dich das weiterhilft, weil du jetzt an Christ bist und Jesus glaubst und alles, aber das hilft dir weiter, dass du in dein Leben glücklich bist und weiterkommst, dann gönne ich dir das von Herzen, Bro. Ich werde dir diese Gefühle nie im Leben wegnehmen und nicht mal versuchen, dir die Gefühle wegzunehmen, weil ich sehe, du bist glücklich und du lebst dein Leben. Dann lebe einfach so weiter. Aber was passiert denn, wenn Muslime auf einmal ihren Glauben ernst nehmen und dann aufgrund ihres Glaubens uns alle unterdrücken wollen? Das darf nicht sein. Ja, aber warum soll ein Mensch den anderen unterdrücken? Das war uns die ganze Zeit. Warum hat Mohammed das getan? Warum hat Gott, also dieser Allah ihm das befohlen? Da war ich nicht. In dieser Zeit war ich nicht am Leben, da weiß ich nicht, da kann ich dir nichts sagen, Bro. Ich werde vieles. Ich komme gleich wieder, ja? Ich höre es, viele. Mein Lieber, ich muss ein paar Sachen erledigen, ich komme gleich wieder. Ah, okay, 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 Bro. Ich wünsche dir was. Ich dir auch, Gott segne dich. Solange ich wick bin, Leute, alle liken, ja? Gott segne euch und eure Familie. Bis gleich. Einfach immer noch 617 Leute immer noch hier drin. Gott segne euch, ey. Ist das heftig, ey. Das kann doch wohl nicht wahr sein. Komm, Leute, 3, 2, 1, jetzt. Danke, Flori. Jetzt die 400.000. Die 400.000 knacken wir jetzt auch. Das kann doch auch. Herr dick. Ja. Ja. Stärkt euch mit Acti-Kamell, genau. Sehr gut gesagt. Das kannst du keinem erzählen. Hallo, mein lieber Gott segne dich und deine Familie. Ich respektiere dich und ich erwarte das auch von dir. Ich will keine Beleidigungen oder sonst was. Ich will auch keine Beleidigungen. Also, ich akzeptiere deine Meinung, respektiere ich auch. Aber ich habe mal eine Frage an dich. Wann hat es bei dir genau die Scheinung, also wenn ich bei dir richtig halte, hat man gesagt, okay, klack. Okay, was will ich von dieser Religion, jetzt bin ich gar keine Muslime mehr. Wann hat das jetzt bei dir angefangen? Wann hast du diese Entscheidung getroffen, dass du den Islam verlässt? Was hast du gelesen oder was hast du, oder was ist dir genau passiert? Ja, ich habe mich auseinandergesetzt mit dem Koran und habe gesehen, dass Mohammed behauptet hat, ein Prophet zu sein. Und dann musste ich herausfinden, ob er ein Prophet ist. So, und das, was ich gelesen habe über sein Leben, über das, was der Imam Bukhari so wiedergibt über sein Leben, hat mich natürlich schockiert. Und hat gesagt, habe ich mir gedacht, aha, dieser Mann war niemals ein Prophet. Zum Beispiel hat er gesagt, dass Frauen Spermien haben, das dünn und gelb ist und dass Männer Spermien haben, das dick und weiß ist. Und wer auch immer zuerst kommt, dem wird das Kind ähneln. Ist das ein Prophet Gottes? Von wem hast du das gelesen und wo steht das genau? Meinst du Masai al-Bukhari, oder wie? Ja, genau, richtig. Also, jetzt gibst du mir ein Beweis, dass Al-Bukhari und der Muslim, die 100% richtig sind und richtig übersetzt sind und richtig geschrieben sind. Klar, die Muslime, die gehen halt viel davon aus und gehen auch auf die Tafassire. Aber lest mal den Koran selber, der steht komplett was anderes. Also, ich bin ja auch Muslim geboren, ich bin hier ehrlich, ich bin Muslim geboren und ich habe mich auch zu sagen, hat es Auslande gesetzt und so weiter. Manche Sachen sind einfach wirklich nicht zu verstehen. Und manche sagen... Wer erklärt uns den Koran am besten? Ist das nicht Tafsir ibn Kathir al-Kurtovi atabari al-Jalalayn? Nein. 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 Wer erklärt uns den Koran denn besser als diese? Die sind ganz normale Menschen, so wie ich und wie du. Okay, ganz normale Menschen, aber die zitieren doch deinen Propheten und die Sahaba und alles. Ja, aber du brauchst es auf denen gar nicht vereinlassen. Ganz einfach. Das sind einfach ganz normale Menschen. Okay, wem würde ich denn eher vertrauen? Einem Menschen wie dir, der im 21. Jahrhundert lebt, der so weit entfernt ist von Mohammed oder Leute, die hunderte von Jahren nur entfernt sind von ihm? Natürlich die Leute, die hunderte von Jahren. Natürlich. Ist ja logisch. Ist ja logisch. So ist das. Du sagst es, entweder sagst du das, weil du dich schämst oder du deine Religion überhaupt nicht ernst nimmst. Das ist das. Nein, nein. Ich schäme mich nicht. Wie gesagt, ich will auch mit dir ein bisschen mit Abstand sprechen, weil ich will jetzt deine Religion nicht beladieren und ich möchte auch nicht, dass du jetzt zu mir sagst, meine Religion ist scheiße oder sonst was. Ich sage nur aus meiner Perspektive, dass der Koran nicht das Wort Gottes ist. So, der Koran selber sagt, in Zuge 86, Vers 6 bis 7, dass der Allah das Spermien aus den Länden des Mannes nimmt und die Spermien aus den Rippen der Frau und dass beides sich vermischt und daraus das Kind entsteht. Ist das richtig? Ich wünsche das Kind. Dass ein Kind entsteht durch Sperma von Frau und Sperma von Mann. Vermischt sich so. Ehrlich gesagt, ich kann die Sury jetzt gerade nicht. Wenn du die mich auf Arabisch nennst, dann kann ich dir vielleicht besser helfen. Du hast doch bestimmt ein Koran zu Hause, oder? Ja, habe ich. Aber ich sage dir, ich weiß jetzt nicht, welche Sury hast du genau gemeint, weil du weißt ja. Ich sage dir nochmal, damit du das schön siehst, welche Sury das ist. Sury 86, Vers 6 bis 7. Okay, ich sage dir mal was. Die Tafezieren, wie Atavari und so weiter. Les mal, also zum Beispiel, les mal eine Sury und eine Verse und guck mal, was du alleine verstehst und dann gehen wir an die Tafezieren. Das steht komplett das Gegenteil. Die sind nicht immer richtig und es gibt keine Beweise und keine Zeuge, dass man sagt, ein Muslima soll auf diese Bücher zugehen. Nein, Eber, du musst vorsichtig sein. Wenn du sowas sagst in einer muslimischen Mehrheitsgesellschaft, ich glaube, die würden dich lynchen für so eine Aussage. Die haben keine Ahnung, ganz einfach. Die haben keine Ahnung. Die haben keine Ahnung. Ein Imam At-Tabari hat keine Ahnung vom Islam. Nein, ich habe das nicht gesagt. Ja doch, du hast gesagt, es sind nur Menschen, die man nicht vertrauen sollte. Die würden nicht Nacki therapieren, diese Leute. Du hast gesagt, meine muslimische Gesellschaft würde mich hart umbringen, wenn ich sage, man sollte nicht glauben. Ich habe gesagt, du sollst selber lesen und vergleichen, was du verstanden hast und was da geschrieben würde. So, jetzt vielleicht habe ich den Vers ja falsch verstanden. Deswegen muss ich ein Tafsir aufschlagen, eine Erläuterung zu einem Vers. Ich kann doch den Koran nicht selber erläutern. Das ist mir doch verboten. Ich kann den Koran nicht interpretieren nach Lust und Laune. Ich muss also zurückgehen zu den Salaf, zu den Salaf Salihin. Wie haben Sie den Vers denn verstanden? Das ist das doch. Nein, weil im Koran steht, Iqra Bismi Rabdaqat. Du musst lesen und verstehen. Das hat Jibril zu Mohammed gesagt. Iqra, lief im Namen deines Herrn im Zuge 96. Sag mal, ich sage dir mal was. Du schlägst jetzt egal, welche Sürer und egal, welche Verse. Und dann gehst du zum Tabari, gehst du zum anderen und gehst du zum allem. Da steht immer was anderes. Das ist nicht immer gleich. Okay, jeder hat was verstanden und hat das aufgeschrieben. Und dann haben wir fünf verschiedene Meinungen über eine Sürer. Was soll das? Das ist der Beweis. Okay, das ist deine Interpretation. Aber du siehst so, dass die Gelehrten ein Iqmah bilden. Und eben Kathir, seine Tafsiri sind maßgebend. Die von At-Tabari sind die Besten. Verstehst du das nicht? Sind die Besten, ja, sind die Besten. Aber es sind keine Heiligbücher. Sie haben es gesagt, aber die erklären das genau so, wie Mohammed das verstanden hat. Das heißt, wenn sie falsch liegen, ist der Islam ja falsch. Die sind keine Heiligbücher, ganz einfach. Aber das sind keine Heiligbücher, aber die zitieren deinen Propheten und die Sahaba. Aber das Problem, man geht in den Tafsiri mehr rein, als die ganz normale Koran und Geschichte weiß. Und dann glaubt man, die Tafsiri... Was hältst du denn von einem Mann, der ein kleines Kind von sechs Jahren heiratet, die mit Puppen spielt und mit ihr schläft? Wer hat das gemacht? Mohammed hat das getan. Hat den es getan. Okay, Sahih Bukhari 61,30. Ja, das war nur eine Absprache. Absprache. Ich danke dir von ganzem Herzen für Kamilorien. Ich danke dir, mein Lieber. Gott segne dich und deine Familie, Albert. Das war eine Absprache. Habt ihr es gehört? Eine Absprache. Ich weiß nicht, wie man sich selber belügen kann. Das ist für mich unvorstellbar. Eine Absprache. Eine Absprache mit einem Kind, die gerade mit Puppen spielt. Ja, genau. Unbelievable. Unbelievable. Das war überhaupt aus Versehen. Aber ich wollte dir nur ein Kompliment sagen. Du machst das gut, was du machst, ja? Gott segne dich schon in deine Familie. Alle Eltern, die mehr. Vielen Dank, mein Lieber. Mach's gut. Ciao. Der Herr Jesus Christus ist der Beste, nicht ich. Cheikh Kamilorien. Cheikh Kamilorien. Was ist das heftig? Cheikh Dr. Amir. Abu Amir. Hast du dein Dings geändert, oder was? Ja, ja. Warst du nicht mit der Tee, oder sowas? Ja, ich war... Ja, ja, genau. Ja. Ähm... Cheikh Amir. Ja? Ich war bei Hamdi und so drin. Die haben mich gefragt, ob du mit denen live gehen sollst. Ja, die sollen hier hinkommen, diese kleinen Limits. Der Joker hat auch übrigens gesagt, dass du alles immer aus dem Kontext ziehst. Ich hab gesagt, er macht alles, er bearbeitet alles Quelle zu Quelle. Ich geh in die Bücher rein und dann verändere ich das, natürlich, klar. Ja, ja. Oder du machst doch, du bist doch Zerleger. Ja, du hast doch die Gelehrten auseinandergenommen. Was hast du denn gemacht? Ich hab's zu tun mit... Mit Irren hab ich zu tun. Hansi, der... Der Hansi, der seine eigenen Schriften verleugnet, mir Heilige Bernhard als ein Bild sendet und sagt, das hat Maria getan. Unglaublich. Ich weiß nicht, wie peinlich diese Leute sich noch machen wollen, ne? Da sagt Mohammed hat nie... Also, ah, ich hab niemals die Samen von Flecken von Mohammed abgewischt, während er am Beten war. Dann sehen wir, sie hat das doch getan. Ja, das wollen die einfach nicht wahrhaben. Die haben mich gefragt, wo in welchem... Also, dieser Abul Qasim oder so, der hat mich gefragt, wo diese Stelle steht im Koran, über Kamelurin, wo die das trinken sollen. Sure 5, Vers 33 ist der sogenannte Kamelurin-Vers. Da ist das in As-Bab-e-Nusul. Da ist das gegeben. Da ist auch die Auslegung. Oh, danke schön, Otto. Okay, okay. Ja, perfekt. Kann man denen das so bringen, ne? Ja, genau. Sagst du, gib mir den Kontext von Sure 5, Vers 33. Was ist dort passiert? Und dann wirst du sehen, dass das das mit Kamelurin ist. Ja, ja. Ja, perfekt. Dann mach ich das wohl. Perfekt, ey. Ja, ich wünsche dir was. Gott segne, Bruder. Ja, ich dir auch, mein Lieber. Gott segne dich und deine Familie. Ciao, ciao. Ciao. So, haben wir immer noch nicht die Dings erreicht. Doch, 430.000. Schaffen wir die 500? Schaffen wir die 500.000? Bitte rufe meinen Namen. Dein Lieblingsvers, der Bibel. 1. Johannes 4, 7. Wo finde ich den Hadith mit den kleinen, lockigen Haaren? Habe ich in meiner WhatsApp-Gruppe reingetan. In der WhatsApp-Gruppe. Dankeschön, ihr Lieben. Dankeschön. Vielen Dank für eure ganzen Geschenke, für euren Doktor-Sheikh Abu Amir. Dem Sheikh eures Vertrauens. Dem Arzt eures Vertrauens. Danke, danke, ihr Lieben. Hallo? 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 Ja. Ja. Ja, ich wollte nur ein bisschen deine Zeit verschwinden. Ach so, okay. Dann lass uns ein bisschen darüber reden. Ich glaube, diese Welt kam, um uns zu zeigen, was Liebe überhaupt heißt. Der hat für dich und mich und die gesamte Menschheit bezahlt und hat aus Liebe sein Leben gegeben. Es gibt keine größere Liebe als die Liebe Gottes in Jesus Christus. Jeder, der das für sich beansprucht, das Geschenk der Gnade, kann gerettet werden. Alle anderen Religionen fallen da auseinander. Denn Religionen bieten uns keine Rettung. Religionen bieten uns nur Verderbnis. Deswegen kam der Herr Jesus Christus in das Seine, um das Seine vor diesem Wahnsinn zu retten, das bald auf uns zukommt. Denn in 1. Thessalonicher, Kapitel 4, Vers 16 wird der Herr Jesus Christus uns bald zur Entrückung mitnehmen. Und wir werden ihm entgegenfliegen, in den Wolken, ihm zur Begegnung, zum heiligen Gott Jesus Christus. Und ich hoffe natürlich und bete, dass du das ernst nimmst und das liest, was ich dir gerade gesagt habe. 1. Thessalonicher, Kapitel 4, Vers 16. Und dass du mal nachschlägst, dass der Herr Jesus Christus selber in den Luftraum kommt, weil der Gott der Allmächtige ist, der ins Fleisch gekommen ist. Und der Herr Jesus Christus hat für deine Schuld bezahlt. Sei nicht dumm, entscheide dich nicht für Religion, komm zum lebendigen Gott Jesus Christus und lasse deine Schuld vor ihm rein. Das würde ja heißen, ich könnte so viel sündigen, wie ich möchte, oder? Das kannst du nicht lahm machen, du brauchst einfach die Art. Nee, das war nur eine Frage. So, jetzt habe ich deine Zeit ein wenig genommen. Raus mit dir. Grüß dich, mein Bruder. Grüß dich, mein lieber Gott, segne dich und deine Familie. Dankeschön. Alt, stopp, jetzt rede ich. Nein. Ja, Dankeschön. Das bleibt alles so, wie es ist. Das bleibt alles so, wie es hier ist. Dr. Scherabon, ihr geht nicht hier weg. Nein. Denn ihr sollt so gesinnt sein, wie es Christus Jesus auch war. Der, als seine Gestalt Gottes war, ist nicht für ein raubfestiger Gott gleich zu sein, sondern er entäußerte sich selbst, nahm die Gestalt eines Knechtes an und wurde wie die Menschen. Das ist eine äußere Erscheinung, als ein Mensch erfunden, erniedrigte er sich selbst und wurde gehorsam bis zum Tod. Ja, bis zum Tod am Kreuz. Da hat ihn auch Gott über alle Maßen erhöht und in einen Namen verliehen, der über allen Namen steht, damit in den Namen Jesu Christi sich alle Knie derer beugen, die im Himmel und auf der Erde und unter der Erde sind und mit ihren Zungen bekennen, dass er der Herr ist, zur Ehre Gottes des Vaters. Amen. Philippa Kapitel 2, Vers 6 bis 11. Ja, Servus. Ja, hi, mein Lieber. Gott segne dich und deine Familie. Danke sehr. Dir auch. Ja, danke sehr. Eigentlich, meine Frage lautet, wann machst du mal mit EBK mein Video mal? Ich mach eigentlich nicht mit EBK mein Video. Ich hab nur gesagt, wenn der mich erwähnt, dann erwähne ich ihn zurück und das war's. Aber ich nutze ihn nicht für irgendwas. Ich hab schon genug geschafft mit ihm. Ja, na, das ist einfach so lustig. Weißt du, was du meinst? Das war so richtig Unterhaltung pur. Weißt du, was ich meine? Ja, ich weiß. Na, aber guck mal, das Ding ist einfach so, ich bin ja erstes Mal im Osnabend auf jeden Fall. Ja, aber ich hab nichts gegen dich halt, ne? Du kannst schön dein, wie gesagt, als Dingsleben, als Jude oder Christ oder sowas. Also mir ist eigentlich so egal. Also weißt du, was ich meine? Ja, Gott sei Dank nimmst du deine Religion nicht ernst. Ich bin glücklich um jeden Einzelnen, der so ist wie du. Na, ich nehm schon meine Religion ernst. Ja, wenn du die ernst nehmen würdest, dann würdest du ja Sahih Muslim Buch 1 halt diese 33 praktizieren. Das wäre natürlich fatal. Na, na, guck mal, guck mal. Das Ding ist einfach so, im Islam, wir haben keine Auseinandersetzungen. Weil wir haben, wenn zum Beispiel mit Judentum und die ganzen Religionen da halt, dann haben wir eine sehr, eine Ähnlichkeit. Weißt du, was ich meine? Nee, überhaupt gar keine Ähnlichkeit. Zum Beispiel mit dem Fasten zum Beispiel. Auch das ist nicht richtig. Auch das mit dem Fasten ist nicht richtig. Doch, doch, doch. Also der einzige Unterschied ist zwischen dem Islam und dem und deiner Religion ist, ist zum Beispiel, dass Jesus, ihr seht Jesus als Sohn Gottes. Aber wir sehen Jesus als Propheten. Das ist der Unterschied. Ja, aber wenn jemand zu dir sagt, also wenn der Herr Jesus Christus selber in der Bibel sagt, er ist der Sohn Gottes, dann brauchst du ja nicht eine Schrift glauben, die auf einmal 600 Jahre später gekommen ist und sagt, er ist nur ein Prophet. Wie lächerlich ist das denn bitte? Na, das ist ja doch nicht lächerlich. Natürlich, wenn auf einmal jemand sagt zu mir, was bist du, wie heißt du, warte mal. Tolga. Tolga ist Türke. Auf einmal kommt 600 Jahre später zu einer zu mir und sagt, Tolga ist Araber. Würdest du dann sagen, ja, das ist die Wahrheit? Oder würdest du sagen, aber 600 Jahre vorher hat da jemand gesagt, Tolga ist Türke? Na, guck mal, guck mal. Das Ding ist einfach so, ich kann auch Araber sein. Das ist auch sehr ähnlich. Ich danke dir vor ganz Herzen für Kamelorin. Ich danke dir. Vielen Dank. Ich kann auch Araber sein. Ich gehe kaputt, ey. Diese Leute sind einfach zu cool, ehrlich. Hallo? Hallo? Ich f*** deine Mutter, du. Ah, guck mal, wie der den Koran rezitiert. Sehr gut machst du das. Gott segne dich und deine Familie. Gott segne dich und deine Familie. Siehst du, schaut mal, was der Islam aus dem Mann. Guck mal, was der Islam mit dem Mann. Guck mal, guck mal, Leute. Guck mal, guck mal. Das ist die Religion. Guck mal, guck mal, wie der seine Religion gepräsentiert. Vor tausend Leuten, guck mal, was du sagst. Vor tausend Leuten. Vor tausend Leuten, guck mal, was du sagst. Und wer kriegt das ab? Islam, guck mal. Guck mal hier, siehst du? Das ist das Einzige, was die können. Hast du das gesehen? Und jetzt, guck mal, was passiert. Jetzt gehst du schön auf Kamelorin-Basis raus. Das ist Islam. Habe ich das euch nicht gesagt? Und wieder. Haben diese Parteien, wie AfD und diese ganzen Leute, die Berechtigung, solche Leute aus dem Lande zu kicken? Da brauchen wir uns doch nicht zu wundern. Heftig, ne? Wer kommt mit solchen Leuten überhaupt klar? Wer kommt mit sowas klar? Und sie gehören immer zu einer bestimmten Religion. Immer wieder. Das ist krass. Gibt es da in Kamelorin hinterher? Ja, das ist sehr, sehr schrecklich. Ich bitte dich, wenn du, wenn du musst, denn bist, dann mach nicht so ein Blödsinn hier drin. Benehm dich. Hallo? Al-Islam. Der Islam. Al-Islam. Du hast dich gestummt. Nein, dann nicht. Dann nicht. Ja, hi, servus, Amir. Ich grüß dich. Hi, mein lieber. Gott segne dich von deiner Familie. Gott segne deine Familie auch. Amir, also ich weiß nicht, ne? Ich sehe die Menschen heutzutage, ich sehe einfach, wie verbittert die Menschen sind, ne? Und jetzt zum Beispiel diese Muslime, ich merke, wie die immer irgendwie um die Blume reden. Ich weiß nicht, wie soll ich dir das am besten erklären? Sie wollen erstens mal gar nichts annehmen. Egal, was du denen sagst, egal was ist, sie nehmen es nicht an. Und man braucht einfach wirklich Jesus Christus in seinem Leben, weil ich selber habe schon Erlebnisse gehabt damit. Und meine Familie auch, ne? Ihr müsst euch, Leute, ihr müsst euch mal vorstellen, wir leben hier in einer Gesellschaft, die eigentlich christlich ist. Ihr müsst euch mal vorstellen, stell dir mal vor, wir würden den Muslimen das antun, was sie eigentlich den Christen und alles in ihren Ländern antun. Wo kämen wir denn dann hin? Also, ich weiß, kein Christ, ne? Kein Christ ist so, sage ich mal, wie so ein Muslim. Weil ich sehe, wie die Menschen einfach gefoltert werden in anderen Ländern, ne? Ich sehe, was da abgeht. Und da kannst du mir sagen, das ist nicht Gottes Werk. Das ist nicht Gottes Werk. Auf jeden Fall nicht. So, aber ich selber als Christ bin glücklich, dass ich so bin, wie ich bin. Und wirklich, ich wünsche jedem, der hier drinnen ist, gerade in diesem Live, einfach nur das Beste und findet den Weg zu Jesus Christus, weil er ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Und ja, ich hoffe, ich sehe jetzt zum Beispiel auch, ich habe mich jetzt bestimmt schon eine Stunde hier in dieses Live, bin ich schon drinnen. Und sehe einfach, wie diese Muslime, die kommen hier rein, beleidigen, haben keinen Respekt, wirklich einfach respektlos. Und sowas ist einfach wirklich gar nicht schön. Ja, das kriegt der Islam ja alles ab, ne? Man weiß sofort, wie die zu läuft, die alle in dieser Religion sind. Das ist das Kranke. Also ich würde mich niemals freiwillig für diese Religion entscheiden, wenn ich wüsste, dass diese Leute alles im Islam gehören. Also stimmt da irgendwas nicht mit dieser Religion? Ja, ich merke ja, die tun das Ganze ja auch immer abblocken. Und dann sagen die, und dann sagen die, aber da hat der Islam ja nicht Schuld, aber dann sehe ich mir das Leben des Propheten an, der genauso geredet hat wie die. Hast du sie gepunktpunktet? Geh und beiß in den Peenies deines Vaters, geh und beiß in die Klit deiner Mama. Was ist das mit dem Mann? Also für mich ist das krasseste, sage ich mal, wo dieses sechsjährige Kind, wo du erwähnt hast, ne? Das ist für mich das krasseste. Wie, also da merke ich schon, steht es da wirklich wortwörtlich so drinnen? Ja, natürlich. Das ist so ein Abi, der wurde 21, 21. Krass. Ja, krass, was kann man dazu sagen, ne? Ja, als ich neun war. Aber schön, dass du den Weg gefunden hast, ne? Und wirklich, Gott hat dir das in die Hände gegeben, dass dir tausende von Leuten zugucken und dir jeden Tag zuhören, ne? Das hat Gott gemacht, dass du verkündest, verstehst du? Das ist einfach wunderbar. Das ist berufen, ne? Genau. Aber nur wenige sind auserwählt, ne? Jeder ist gewissen, aber nur wenige sind auserwählt. Ich sag mal, Gott hat für jeden seinen Job, ne? Jeder hat irgendwo was bei dir. Deswegen, lasst euer Talent nicht beiseite. Wenn ihr was habt an Talente, setzt das ein für den Herrn Jesus Christus. Der Herr wird das gebrauchen, glaubt es mir. Ja. Stellt euch die Leiber zur Verfügung, ihr Lieben. Langsam, langsam ist die Zeit für Pennen und Zurücklehnen vorbei. Wir müssen mal ein bisschen aufstehen. Ja, aber weißt du, was ich schade finde, Amir? Die sind nicht einsichtig, die Menschen. Die haben keine Einsicht. Ja, aber ich rede gerade zu meinen Geschwistern hier. Wenn ihr Talente habt, um das Ganze dann durchzusetzen, ne? Dann setzt das ein für den Herrn Jesus Christus. Der Herr hat euch ja euer Talent gegeben. Karis. Ja, was soll ich dir noch sagen? Ich hoffe, die Muslime werden auf jeden Fall auch ihre Augen noch öffnen. Ja, Amen. Und ich sag mal, wir sind gerade wirklich an der Endzeit angekommen, ne? Ja. Und merkt selber, wie immer schlimmer und schlimmer die Welt wird, ne? Ja. Amir, was denkst du? Wie lange dauert das noch, bis unser Herr Jesus kommt? Ja. Ja. Ja, Leute. Ja. Jesus ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Und nur durch den Sohn kommt ihr zu dem Vater. Deswegen sagt man, Jesus ist Gott. Weil du kannst genauso zu dem Sohn Gottes sprechen und zu dem Vater. Ja, Rauchen ist ungesund. Leute, werdet einfach wach. Guckt euch die Welt an, Leute. Und da seht ihr selber, was da auch geht. Ja, ich bin Mossad Agent, um mich herum sind sehr, sehr viele, äh, Dings, wie heißt das? Äh, diese komischen, äh, fliegenden Kameras überall, ne? Die gucken immer, wo ich hinten hinfahre. Ja, diese Drohnen, die da oben rumschwinden. Ich bin Agent, ich bin Agent, ich bin Agent Ulul Sheikha, wo haben wir die heftigste Mission? mit breitesten grinsen von ganz deutschland leute ist wisst ihr dass allah das breiteste grinsen hat von allem allah lacht so heftig dass man seine backenzähne sieht er hat ein grinsende allah das findest du in tafsir band 15 seite 604 ich denke die moskime es stehen ja so viele sachen drin wo sag ich mal nichts gutes bedeutet in den koran ja und warum tun die menschen da ihre augen nicht öffnen und wollen es einfach selber nicht einsehen erzähl mal einem nationalsozialisten dass adi fehler gemacht hat und seine ideologie behämmert ist meint er sagt ja du hast recht naja so ist das auch mit denen die die den koran und die sunnah ernst nehmen ok mein lieber gott segne dich und deine familie frage eine frage eine ernsthafte frage ja wann kommt ein kamelurin song raus bitte was wann kommt ein kamelurin song raus ja demnächst aber nur wenn wenn extra viel löwen reingeballert werden dann kommt er richtig raus der zogen wenn du singst nein der kommt auf spotify bald spotify mit features feature wird avk sein und dann noch diese andere truppe von ihm vielleicht hol ich mir noch einen der guten naschid drauf hat ich war auch noch ins boot abul bala eventuell ne vielleicht auch pia vogel oder so was wer weiß ja ich wollte das mal fragen kannst du nix rechnung wenn du willst ja also demnächst aber der song hat der doktor john hat den ja rausgeholt er hat nur ein bisschen er hat nur ein bisschen wie sagt man den ton verfehlt oder den takt habe ich nicht richtig getroffen abo du hast du hast dich gut gerissen muss man sagen da war ja siehst du kreativ muss man sein ja der ruht die ganze rum in die gruppe geschickt ich habe mich krank gelacht die ganze zeit ja siehst du ich zauber euch ein lächeln ins gesicht so der herr jesus christus steckt euch hoffnung gnade und vergebung und dr schick abo am ihm zaubert euch immer wieder ein lächeln ins gesicht und holt euer rückgrat aus heute mal wieder viel rückgrat raus und sagt Okay, mein Lieber, Gott segne dich und deine Familie. Dankeschön, dich auch, mein Lieber. Okay, ciao, ciao. Ciao, ciao. Gottes Segen dir. Ja, mein Lieber, Gott segne dich und deine Familie. Ja, ich möchte einfach nur dem Herrn danken für deine Liebe zum Herrn, dass du deine Reichweite nutzt und dir diese Nerven gibst bei den ganzen Anfeindungen und auch an die Geschwister, dass wir einfach beten für unseren Bruder, dass wir im Herrn bleiben und an all die Ungläubigen und Muslime so, bitte kehrt um, solange die Zeit noch ist. Ihr könnt beleidigen und machen und tun, aber das nimmt uns ja nicht unsere Bindung zu Gott. Also uns kann das egal sein. Wir machen das für die Menschen, die halt eben noch nicht im Glauben sind. Weil das ist ja kein Spiel, das ist ja kein Spaß. Hier geht es ja auch nicht um Stolz, um Ehre, um ich bin der Größte, der Beste, sondern ihr spielt mit eurer Seele. Und ja, deshalb, also uns kann das egal sein, aber gerade weil wir euch lieben, weil wir im Herrn sind, weil Jesus Gott ist, kämpfen wir für euch den guten Kampf. So, ne, also das wollte ich nochmal sagen, einmal, wie gesagt, dass wir für den Bruder beten, weil er an der Front steht und sein Talent nutzt für uns, für den Herrn. Und wie gesagt, dann alle, die noch nicht im Herrn sind, macht das, ihr macht das für euch. So, ne, feindet ihn nicht an, weil ihr kämpft gegen Gott und das werdet ihr verlieren. Danke, mein Lieber. Gerne. Gottes Segen für dich und deine Familie. Ja, wundervoll, Amen. Amen to his words, to his words. Hallo? Hallo, mein Lieber Gott, singt dich und deine Familie. Jo, okay, ich habe eine Frage. Kann ich ein Gedicht dir vorlesen, den ich geschrieben habe? Ja. Okay, okay, okay. Kamelurin, gelb und klar, ein Wunder der Natur, wunderbar. Die Wüste ruft, das Kamel lacht, sein Urin, hat selbst den Propheten überrascht. In der Wüste weit und breit, trinkt das Kamel, es ist bereit. Gold, das Strom, so rein und fein, Kamelurin, ein Schatz allein. Man sagt, es sei gesund und rein, Kamelurin, kein Scherz, kein Schein. Die Muslime wissen Bescheid, ein Trunk, der heilt zu jeder Zeit. Fertig. Du bist ja richtiger Shakespeare, Mann. Weißen sind blau und Rosen sind rot. Kamelurin ist hart. Und doch muss ja immer Robin auch. Wichtiger, Romeo und Julian. Was ist das, was ich nicht? Ich schreie nicht mehr. Komm, wieder rückgrabblech raus. Das war gut. Ja, sehr, sehr schön, sehr poetisch. Das war sehr, sehr, oh, dieses, wie nennt man das, diese Pointe am Ende. Oh. Das hat mir richtigen Flavor gegeben. Geil. Okay, Gott segne dich und deine Familie. Ciao. Gott segne dich und deine Familie. Danke für deinen bereichernden Text. Ja. Ciao. Danke, ciao. Ja, seht ihr? Sehr kreativ, wundervoll. Very creative. Sehr witzig. Gott segne, Bruder. Rette mich. Ja. Ja, ich will eigentlich ganz kurz was vorlesen, Bruder. Eine Sekunde, aber dafür. Ja, eine Sekunde. Eins, schon vorbei. Du hast dich gestummt. Kamelorin, ein Leben lang Kamelorin. Du musst dich an den schönen Geschmack geändert, denn nichts ist für immer Kamelorin. Als wäre das so ein schöner Song. Als wäre das so ein Hit aus dem Radio. Kamelorin, ein Leben lang Kamelorin. Bruder, es ist unfassbar, es ist unfassbar, dass sie das nicht verstehen. Genau. Kann man so ein Schrott glauben, ja. Ich wollte dir vorlesen, Bruder. Ich wollte dir vorlesen, Bruder. Im Matthäus, ja, Kapitel 5, dem Vers 10, 11 und 12. Da heißt es, glückselig sind, die um der Gerechtigkeit willen verfolgt werden, denn ihr ist das Reich der Himmel. Glückselig seid ihr, wenn sie euch schmähen und verfolgen und lügnerisch jegliches böses Wort gegen euch reden. Um meinet Willen. Freut euch und jubelt, denn euer Lohn ist groß im Himmel. Denn ebenso haben sie die Propheten verfolgt, die vor euch gewesen waren. Amen. Selig sind diejenigen, die Frieden stiften, richtig? Diesmal weiter. Amen. Glückselig sind die geistlich Armen, denn ihr ist das Reich der Himmel. Glückselig sind die Trauernden, denn sie sollen getröstet werden. Glückselig sind die Sanftmütigen, denn sie werden, das Land erben. Glückselig sind die nach der Gerechtigkeit hungern und dösten, denn sie sollen satt werden. Glückselig sind die Barmherzigen, denn sie werden Barmherzigkeit erlangen. Glückselig sind die reines Herzens sind, denn sie werden Gott schauen. Glückselig sind die Friedfertigen, denn sie werden Söhne Gottes heißen. Amen. Die Kinder des Allerhöchsten. Wir sind Kinder Gottes und nicht Sklaven Allahs. Aber so sieht es aus, meine Lieben. Ich will nochmal ganz kurz zeigen, was der Herr Jesus uns gezeigt hat, ja? Der Herr Jesus sagte, Ihr habt gehört, dass gesagt ist, du sollst deinen Nächsten lieben und deinen Feind hassen. Ich aber sage euch, liebt eure Feinde, segnet die euch fluchen, tut wohl denen, die euch hassen. Und bittet für die, welche euch beleidigen und verfolgen, damit ihr Söhne eures Vaters im Himmel seid. Denn er lässt seine Sonne aufgehen über Böse und Gute und lässt es regnen über Gerechte und Ungerechte. Denn wenn ihr die liebt, die euch lieben, was habt ihr für einen Lohn? Meine Lieben, wir sollen jeden Menschen lieben. Und ich traue um die Muslime, weil sie verblendet sind, so wie 2. Korinther Kapitel 4, Verse 3 und 4 sagt, Ihnen kann das helle Licht des Evangeliums, welches von der Helligkeit Christus berichtet, nicht aufleuchten, weil sie verblendet sind vom Gott dieser Weltzeit, vom Satan. Satan, so sieht es aus. Denn Ihnen wird das helle Licht des Evangeliums nicht aufgehen, weil der Gott dieser Weltzeit ihre Sinne verblendet hat. Richtig. Das ist so traurig. Ja, der Weg ist breit, ja, und viele werden auf diesen Weg gehen. Aber der schmale Weg, es sind wenige, die diesen Weg gehen und finden werden. Aber Halleluja, Bruder, für deine Arbeit. Möge der Herr dich reichlich segnen. Und sein Frieden und seine Liebe ewiglich mit dir sein. Ich wünsche das auch alle, die zuschauen. Möge der Herr Jesus Christus euch alle segnen. Amen. Dankeschön. Bis zum nächsten Mal, Bruder und Geschwister. Ciao. Ich muss mal kurz ein paar Sachen erledigen, ich komme gleich wieder, ja? Wir können ja die 600.000 knacken, bis ich wieder da bin. Oder 700.000. Gott segne euch. Und 61.000 haben wir schon geknackt. Welcome back. Yes. Aber immer noch eiserne 400, wie viel? 404. Low kick mit Schienenbein. Low kick mit Schienenbein. Low kick mit Schienenbein. Alles andere wäre natürlich indiskutabel. So, was ging denn hier ab zwischenzeitlich im Chatty? Beste Unterhaltung. Ernst, danke. Amen. Ja, seht ihr? Bei Netflix müsst ihr bezahlen, weil mir kriegt ihr es umsonst. Zusätzlich noch die Hoffnung, die für euch noch da ist. Ist das nicht wundervoll, dass der Jesus Christus immer der Sieger bleibt, der König aller Könige und Herr aller Herren? So sieht es aus. Denn niemand kann ihn bezwingen. Denn der Herr Jesus Christus ist heilig, gerecht und wundervoll. Das zweite Kommen des Herrn Jesus Christus wird für diejenigen, die ihn ans Kreuz geschlagen haben und ihn verspottet haben und ausgedacht haben, ein böses Erwachen geben. Ja, glaubt es mir. Was? Komm zum Katholizismus. Was sind wir denn da? Wir sind doch beim Herrn Jesus Christus. Warum soll ich denn zu einer Denomination kommen? Der Herr Jesus Christus sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Warum soll ich zum Katholizismus kommen? Ich komme zu Jesus. Warum sagst du nicht, kommt alle zu Jesus? Das ist das seltsame. Kommt zu Jesus. Er ist der Savior. Er ist mein Schmerz. Wie sagt er? Ich habe die Worte von Marmari immer im Kopf. Jesus ist mein Schmerz. Das ist das Hammer. Jesus ist mein Schmerz. Amir Psalm 23, ja. Der Herr ist mein Hirte, genau. Wo ist Bruder Reza? Bruder Reza ist zu Hause. Kamelo Rinko am Machen bestimmt oder so. Nein, der ist bestimmt zu Hause. Sich ausruhen. Hat bestimmt einen harten Tag gehabt. Reza, habe ich gesehen, ja. Ich habe eine Frage. Wie du weißt, beschäftige ich mich jetzt viel mehr mit der Religion und bin auch Bibel am Lesen. Ich hatte im Internet nachgeschaut, weil es gibt ja katholisch, orthodox, evangelisch und, und, und. Und so, wie ich gelesen habe, war der, also, das Christentum wurde ja in Ehren zu Jesus Christus gegründet. Und die Katholiken waren, sage ich mal, wie die Ersten. Und danach kamen erst die Orthodoxen und danach die Evangelien. Ja. Ich wollte das dann nicht, dass das Katholische, sage ich mal, das Richtige ist. Das Richtige ist der Herr Jesus Christus. Ja, ich weiß, ich weiß, ich weiß, aber weißt du, wie ich meine? Ja, natürlich. Die Ersten, die so laut geschichtliche, historische Tatsachen sind, natürlich die Katholiken müssen es sein. Oder war das orthodox? Muss ich mich selbst nochmal einlesen. Ich meine es sind Katholiken und wirklich kurze Zeit später orthodox. Ich glaube, das ist so, gar nicht so weit entfernt voneinander, dieses orthodoxe und katholische. Ja, das sollte sich auch ähnlich sein. Ich habe auch gesehen, dass es viele gibt, die fordern, dass die Katholiken und die Orthodoxen wieder zusammenkommen und dann Katox heißen oder so. Anstatt Kinder Gottes sich zu nennen, die daraus wieder was ganz neu ist. Ja, das ist das. Der Herr Jesus Christus gab, denen ein Anrecht, sich Kinder Gottes zu nennen, die ihn aufnahmen. Nicht irgendwie Katholiken oder orthodoxe, evangelikale oder was auch immer es da für Denominationen gibt. Du bist ein Kind Gottes, wenn du dich für Jesus Christus entschieden hast. Du sollst dem Herrn Jesus Christus folgen. Er ist dein Vorbild, dein Herr, dein Gott, dein Ein und Alles und straight durch. Weil in der Bibel, die ich zu Hause habe, ich habe die Schlachter 3000, habe ich noch nicht geholt. Ich bin gerade... 2000. 2000, sorry. 2000, ich bin gerade bei der am Lesen, die ich habe. Und da steht auch, dass das von evangelischen und katholischen Pfarrern ist. Wo ich mir dann dachte, wenn ihr doch die gleiche Bibel habt, warum seid ihr nicht einfach zusammen? Ja, ich glaube sogar, die Orthodoxen haben sogar 81 Bücher oder sowas. Die Katholikin 73 und die Evangelikale 66. Deuterokanonische Schriften haben die noch hinzugefügt. Das ist das Problem. Außerbiblische Schriften noch der Bibel hinzugefügt. Ja, ich bin gerade dabei, also ich habe erst angefangen, das Zweite Testament zu lesen. Also das Erste und Zweite sind in einem, weil mich das Zweite halt einfach mehr interessiert. Weil das ja eigentlich das ist, was für uns wichtig ist. Ich konnte jetzt meinen Mann dazu bewegen, dass er mitliest. Und er ist jetzt da voll drin, was ich niemals gedacht hätte. Und hört das auch in YouTube, während er am Arbeiten ist und so. Und jetzt hören wir uns, also lesen wir, hören uns jetzt erst mal das Erste an. Wundervoll. Ja, ist doch schön, dass ihr gemeinsam Gott dienen könnt. Dass du einen Mann hast an deiner Seite, der auch da ein Interesse hat. Das ist doch wundervoll. Ja, er ist da noch etwas skeptisch, aber er hängt sich da jetzt momentan sogar viel mehr rein als ich. Ja, das ist doch wundervoll. Siehst du, deine Gebete haben sich doch gelohnt für ihn. Ja, wir hatten vorhin auch deinen Stream zusammengehört. Und er findet auch krass, was du alles weißt. Und ja. Ja, vielleicht hat das da in ihm auch etwas geweckt, dass ich hier so sitze und das Ganze durchziehe. Und da hat er sich gedacht, ja, da muss doch was dran sein an Jesus Christus. Als du gesagt hast, als du gesagt hast, mit Aisha vorhin oder mit dem, als du diesen Kamelurin-Zong gesungen hast, hat er gesagt, was für Kamelurin? Und dann habe ich ihm gesagt, ja, das hat Mohammed gesagt, so und so. Dann hat er gesagt, als ob, ich so, doch. Ich so, der Amir sagt wirklich nur das, was in den Quellen so steht. Ich habe gesagt, er wäre doch dumm, wenn er irgendwelche Sachen dazu erfindet. Und danach, die sagen so, hier, guck mal, das steht doch gar nicht. Die muss dem überlegen gar nicht. Die denken einfach, ich setze mich hier hin und erwähne einfach irgendeinen Quatsch, obwohl das wirklich da drin steht. Das ist ja das Kranke. Ja, ist so. Die denken, ich nüge hier einfach rum. Das ist der Wahnsinn. Ich sage ihnen, wo es verzeichnet ist, sie können es nachlesen und bezeichnen mich trotzdem als Lügner. Das muss sie mal geben, was hier abgeht. Ja, totaler Hammer. Ja, ich wollte eigentlich nur das fragen. Ich gehe jetzt auch wieder runter. Gott segne dir und an alle. Danke dir, meine Liebe. Gott segne dich und deinen Mann und deine Familie. Dankeschön. Ich wünsche euch auch. Okay, mach's gut. Ciao. Sorry, dem Dr. Scherer, aber mir macht jetzt mal langsam Schluss für heute. Ich habe langsam Hunger bekommen ohne Ende. Und so Gott will, sehen wir uns dann morgen. Ja, haltet immer am Herrn Jesus Christus fest. Lass niemals deine Hand los in dieser schwierigen Zeit. Und ich hoffe, wir konnten heute wieder einiges erreichen. Habt viel Spaß gehabt und den Herrn Jesus Christus gepriesen. Und auch dem Herrn Jesus Christus anbefohlen, ihr Lieben. Ja, wenn ihr Talent habt, ihr Lieben, setzt das für den Herrn Jesus Christus ein. Setzt das für was Gutes ein, ihr Lieben. Und, äh, Dankeschön, Christus. Und, ähm, haltet immer am Herrn Jesus Christus fest, ihr Lieben. Lasst nicht zu, dass das Licht in euch erlicht, sondern, ne? Lasst das Licht leuchten vor den Menschen. Der Herr ist da für euch. Macht euch keine Sorgen. Auch wenn es steinig und schwer ist. Gott segne euch, ihr Lieben. So Gott will, werde ich eventuell heute Abend nochmal live gucken. Mal gucken. Je nachdem, wie ich mich fühle. Okay? Gottes Segen, ihr Wundervollen. Macht's gut. Ciao.